Musik Es ist der 4. Juni 2020, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und in diesen komischen Zeiten, wo wissenschaftliche Fachpublikationen in Boulevardblättern diskutiert werden und sich Elsevier und Nature on Science schon gar keine Gedanken mehr um ihre Existenz machen brauchen, begrüße ich ganz herzlich meine lieben Sendegärtner, den lieben Lars zum Beispiel. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und ich begrüße die Claudia. Guten Abend Claudia. Hallo. Und wie immer dabei und an den Reglern und der wichtigste Mann überhaupt im Hintergrund, der Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und ich hatte in der Ankündigung zu dieser Sendung schon gesagt, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen nerdig werden, weil wir einen Menschen auf der Gartenbank haben, der sich mit Technik ziemlich gut auskennt. Ich begrüße ganz herzlich den Andi. Hi Andi, guten Abend. Guten Abend. Du hattest vor, nicht in der letzten, also in der vorletzten Ausgabe, warst du im Chat, als wir über den Podloveplayer, den neuen und das und so weiter gesprochen haben. Und da hast du so ein paar technische Details genannt und daraufhin haben wir gesagt, komm doch einfach mal vorbei, dann können wir das hier direkt klären. Und das ist sicherlich ein Thema, aber natürlich ist es auch spannend und interessant, dich kennenzulernen. Wer du eigentlich so bist im Podcastland, was du so machst, das werden wir dann einfach auf der Gartenbank in der gewohnten Art und Weise machen. Aber bevor wir da hinkommen, schauen wir mal, was wir ins Körbchen gelegt bekommen haben, denn wir haben ein bisschen neue Ernte zusammengetragen. So, zum einen haben wir einen Tweet bekommen von Marc vom Amsterdam-Mack. Der schrieb, hallo Sendegarten, zu Nachrichten, hat er uns einen Podcast empfohlen, nämlich den Entertainment Arts Podcast und als Blütenschatz dann passend Jennifer Newspaper. Jennifer is a copy of the Canberra Times from October 24th, 1988. Ich merke gerade, dass ich diese Sachen einfach nackt hineinkopiert habe in unser Trello und wollte das eigentlich noch ein bisschen kommentieren, habe das vergessen. Jetzt rede ich hier einfach so wirr vor mich hin. Okay, also der Marc hatte uns einfach darauf hingewiesen, also quasi hat er uns Blütenschatz und Setzling reingeschickt, reingereicht. Einmal die BBC News, there is no news, what a change from 1930 to today. Und dann wies er eben auf die Folge hin, Everything Alive, 18 Jennifer Newspaper. Marc, es tut mir gerade fürchterlich leid, jetzt habe ich es total verkackt hier, was ist das? Du, ich wollte mir das so schön angucken. Jennifer is a newspaper was, Jennifer, the newspaper was played by Jennifer Wong. This episode was recorded live at the Audiocraft Podcast Festival in Sydney, Australia at AFDRR Studios. Ich glaube, ich muss mir das für das nächste Mal nochmal angucken, das tut mir gerade total leid, ich habe es irgendwie verkackt. Es schreibt uns der Marc so nette Tipps und ich weiß nicht, was das genau ist, das habe ich vor einer Woche glaube ich da reingetan und vergessen. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Zuschrift, wir werden das später, zu einem späteren Zeitpunkt glaube ich nochmal aufgreifen. Mein Mann, mein Mann, mein Mann. Kommen wir lieber zu den Tweets von André, vom Kompott. Der hat uns ein paar Sachen geschrieben. Lars, magst du die zum Besten geben? Äh, ja, ich weiß noch nicht, wie viel Zweck das hat ohne Kontext. Es sind also fünf Tweets, wenn ich das richtig sehe. Der erste ist, seit wann habt ihr in den folgenden Titeln keine Gartenreferenzen mehr? Der zweite ist, apropos Gartenreferenz, oder ist das eher was für Min korrekt? Computer Kaktus. Dann habe ich die Stelle der Folge 102 gehört, die den Titel begründet. Okay, das passt dann besser als eine erzwungte Gartenreferenz. Und ich sage mal, ganz kontextfrei ist nur gut, da weiß ich sogar noch, worum es ging. Wobei, so alt bin ich nicht. Ich muss in den 90ern Wiederholungen der Serie gesehen haben. Und die App heißt inzwischen Corona Waren mit Vornamen. Wunderbar. Also, ja, der andere macht es uns auch nicht ganz einfach. Das ist, ich hatte das beim letzten Mal, ich glaube das waren die Tweets von Max Snyder, hatte ich dazu vermutet, dass diese Tweets einfach geschrieben werden, während die Leute den Sendegarten hören. Und in dem Moment, wo sie ein Thema hören, schreiben sie dann in Twitter irgendwas rein. Und so stehen die dann auch in unserer Timeline so ein bisschen kontextfrei da herum. Und man muss halt überlegen, was könnte denn gemeint sein, was könnte denn gemeint sein. Wir könnten ja dazu aufrufen, dass die Leute dann immer einen Timestamp dazu mit reintun. Ja, oder einen halben Satz Erklärung, so nach dem Motto, ihr habt es, weil ihr es angesprochen habt, die Corona App heißt jetzt Waren mit Vornamen oder so. Oder weil Holgi nicht weiter wusste, es heißt, ist noch gut. Irgendwie sowas, da kann man vielleicht ein kleines bisschen besser einsteigen. Es ist tatsächlich etwas, also ich finde es ja auch witzig. Das ist so ein bisschen schräg, so wie der Sendegarten ja eigentlich auch schräg ist. Und vor allen Dingen ist es dann nicht so schlimm, wenn ich selber Zuschriften unserer Zuhörer verkacke, wie gerade eben. Nein, verkacke darf ich ja nicht sagen, ne? Oh doch. Miss, 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 kacke schon, okay. Ich kann mich nie gepflegt ausdrücken. Hollala, hollala. Es wird immer schlimmer. Je oller, je doller. Also, verkacke, dann ist es auch nicht so schlimm. Also, das passt einfach. Wir passen zueinander, so. Wir hier im Sendegarten und ihr hier an den Hörgeräten, wir passen einfach zusammen. Das ist doch total super. Ja, vielen Dank von André. Schreib einfach so weiter. Wir werden das einfach genauso kurz so bezuglos hier kommentieren und an. Warum nicht? Doch gut. Dann haben wir eine Zuschrift bekommen von, glaube ich, hast du es vor dir liegen? Kannst du es vor dir liegen? Ein Kommentar von Dirk, nicht Prims und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde. Ja, ist das nicht gut? Ich liebe es. Das hat er schon mal gemacht. Ich finde das so großartig. Ich habe ihn einmal mit Dirk Prims verwechselt und seitdem schreibt er unter diesem Pseudonym. Ich verstehe. So, was schreibt er uns? Also, wenn ich das richtig sehe, ich versuche das jetzt mal andersrum und den Kontext vorneweg zu geben, bezieht er sich auf die Folge mit dem Holgi, die 102, Geliebt werden. Und er schreibt, das wäre die Chance gewesen, die Rekordepisode mit Linus um mindestens zwei Stunden zu überbieten, ohne auch nur eine Minute langweilig zu werden. Zwinker, Smiley. Vielleicht ja nächste Chance mit Tim. Fragezeichen? Ja gut, wenn man lange podcasten will, ist man bei Tim sicherlich schon mal einer ganz guten Adresse. Der kriegt ja auch ein paar Stunden zusammen locker. Vermutlich auch Solo, wenn er Solo, also ich glaube, er mag nicht gerne Solo-Podcasten, aber wenn man einfach nur daneben sitzt und man nickt und so, also akustisch nickt, dass man ab und zu mal sagt, ja, ja, wirklich, dann redet er auch vier Stunden am Stück, da bin ich ziemlich sicher. Nein, aber ich finde den Kommentar jetzt trotzdem sehr, sehr schön. Die Folge mit dem Holgi hat nämlich auch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also schön, dass das auch offenbar so angekommen ist. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Ich war zwischendurch so ein bisschen, ich weiß nicht genau, als wir vor zwei Wochen fertig waren, da fühlte ich mich so wirklich wie ausgeworungen. Ganz komisch, ein ganz eigenartiges Gefühl. Und da waren wir nicht ganz sicher, ob das jetzt, ob das ein gelungener Abend war oder ob wir uns irgendwie total ins Leere geredet haben. Aber ich muss auch sagen, als ich mir das dann hinterher angehört habe, habe ich gedacht, okay, klingt doch besser, als meine gefühlte Erinnerung an dem Abend war. Wahrscheinlich waren wir alle komplett wieder so durch, dass dann einfach die Einschätzung auch nicht mehr so sein kann, wie sie ist. Ich weiß nicht, geht euch das nicht auch manchmal so, dass ihr nach so einem Abend ganz, oder wenn ihr, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man sozusagen in der Hostrolle ist, wo man dann auch so ein bisschen die Verantwortung hat, dass das Ganze ja irgendwie weitergeht, keine großen Löcher entstehen, Themensprünge und so macht. Und wenn dann diese Anspannung abfällt, dann fühle ich mich manchmal sehr, sehr leer. Ja, das war anders, als wir, Claudia, du hattest uns jetzt zu den Schreibtischgesprächen eingeladen, also hier Judith, Jörn und mich. Und da haben wir ja auch so lange gesprochen, aber da war ich ja nur, in Anführungszeichen, Gast. Du warst, Host. Ja, da hatte ich das dann. Hattest du dieses komische Gefühl hinterher auch, so leergeredet zu sein? Nee, aber ich war müde. Ich habe bei den meisten, meisten tatsächlich hinterher auch so dieses Gefühl von, ob das jetzt was war und habe dann immer das Gefühl, jetzt habe ich zu viel geredet und habe die Gäste nicht zu Wort kommen lassen. Und ich höre es ja dann auch immer nochmal durch, eben um die Kapitelmarken zu setzen und bin dann meistens sehr beruhigt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie es sich direkt hinterher angefühlt hat. Also das ist dann, meistens passt eh alles gut, aber eben es fühlt sich halt trotzdem merkwürdig an. Ja, meine Theorie ist, dass während ich rede, in meinem Kopf ja immer gleich schon so, das könnte schief gehen und das könnte schief gehen und hier kommen wir nicht weiter und so weiter. Also diese ganzen Katastrophenszenarien sozusagen gleichzeitig ablaufen und wenn ich mir das hinterher anhöre, ist das natürlich nicht mehr da. Also dann, dann klingt das vielfach so, als wenn das alles so sein musste. Also als hätte es sich so natürlich so ergeben. Aber während des Tuns weiß ich genau, das ist jetzt, diese Entscheidung ist jetzt nur eine von drei möglichen. War es die richtige? Keine Ahnung, mal gucken, wo es uns hinführt. Hoffentlich scheitern wir gleich nicht und so. Und das... Welcher Gedanke noch viel blöder ist. Nee. Dieses, du hörst dich selber reden und denkst die ganze Zeit dabei, halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe, verdammt zu spät. Der ist blöder. Ja, ja, ja. Sag es nicht, sag es nicht. Ach, verdammt. Ja, genau. Ja. Ganz genau das. Hättest du es mal nicht gesagt und dann, wobei, wobei, jetzt werden sie dich alle hassen und dann merkst du hinterher, so schlimm war es gar nicht. Du kannst noch viel schlimmer. Ja, schlimmer geht häufig, häufig. Häufig. Ich wollte immer sagen, aber... Ja, es reimt sich einfach besser. Was sich reimt, war. Kennt ihr anderen das auch, dieses, sich so... Oh, Mocken. Ach so, genau, die Mocken. So, äh, so ausgewrungen zu sein hinterher? Ähm, also, ja, also, wenn die Sendungen sehr spät werden, auf jeden Fall. Aber was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ist, wenn man irgendwas gesagt hat und irgendwie denkt so, okay, das ist jetzt unverständlich gewesen, das war nicht zusammenhängend. Und wenn ich mir das dann auch in der Aufnahme nochmal anhöre, dann denke ich so, okay, eigentlich war es ziemlich okay. Und, äh, also, dass das Gedächtnis einen da so ein bisschen im Stich lässt, das habe ich auch manchmal... Beruhigend. Ja, finde ich auch gerade sehr beruhigend. Und Lars, wie ist das bei dir? Also, ich bin nach jedem Sendegarten ziemlich durch und ich schlafe nach jedem Sendegarten schlecht. Das merke ich also immer, dass ich alle zwei Wochen freitags durch bin. Ähm, aber ansonsten, wenn ich irgendwo mit podcaste, äh, denke ich nach jeder Aufnahme, was hast du da für einen Mist erzählt? Ähm, und, äh, hoffentlich habe ich nicht zu viel Mist erzählt. Also, äh, das begleitet mich eigentlich dauerhaft. Das ist irre, ne? Wir machen das jetzt schon so lange und trotzdem kommt man aus diesem Selbstzweifel irgendwie nicht raus. Vielleicht ist das aber auch gerade gut. Wer weiß. Vielleicht würden wir sonst abdrehen. Ja, ich bin heute noch gefragt worden, ob ich, ähm, ob ich aufgeregt bin, wenn ich irgendwie eine Episode mache oder so. Und ich kann das immer noch, nach zehn Jahren kann ich sagen, ja, ich bin immer noch aufgeregt. Also, jedes Mal, wenn quasi das virtuelle rote Licht angeht, so, jetzt sind wir drauf, jetzt wird aufgezeichnet, dann steigt eine Nervosität auf. Das geht nicht weg. Okay, sparen wir uns diese tieferen Gedanken für einen anderen Zeitpunkt auf, wenn wir nicht gerade einen netten Gast auf der Gartenbank haben. Ich merke, dass ich ein bisschen abdrifte hier. und die zweite Stimme in mir hat gesagt, sag's nicht, sag's nicht. Ich möchte ihr mal recht geben und denke, wir kommen dann mal auf die Gartenbank und zum Andi. Hallo Andi, du heißt Saer Erdner auf Twitter. Was bedeutet Saer Erdner? Oder wie spricht man das eigentlich aus? Ist das ein langes A? Also, heißt das eigentlich Saer Erdner? Oder Saer Erdner? Hilf mir mal dabei. Was ist das? Also, ich spreche es tatsächlich immer als E aus. Also, Saer Erdner. Saer Erdner. Ja, aber am Ende war das halt einfach. Wie Gärtner, nur als mit S vorne. Aha, das kann ich mir merken. Also, tatsächlich, wenn du es noch einfacher merken möchtest, das ist einfach Andreas Rückwärts mit M-E-L hinten dran. Also, das habe ich mir, da war ich vielleicht zehn oder sowas, als ich mir in irgendeinem Online-Forum einen Nick aussuchen möchte, schrägstich musste, habe ich mir das so ausgedacht. Und dann auch den passenden Avatar mit, ich glaube, wir hatten so einen Medion-Scanner mit U-Lit, Grafik, Design, irgendwas Ding. Und aus der Zeit kommt auch immer noch mein Avatar, der da auf Twitter und auf allen möglichen anderen Diensten, wo man so ein Avatar-Bild hochladen muss, benutze ich eigentlich immer dieses Bild. Und das auch schon zehn bis zwanzig Jahre des Altes, ja. Ja, dafür, das altert ja nicht. Also, wenn man so ein Avatar hat, wo man dann, also ein Foto von sich hat, ich stehe tatsächlich manchmal davor und denke, müsste ich das nicht mehr erneuern? Ich meine, so jung, wie ich da in die Kamera gucke, bin ich ja nicht mehr. Und das, das ist ja quasi zeitlos. Also, vielleicht ist es ganz klug, so einen Avatar sich anzuschaffen, der nicht altert. Aber, dass es Andreas rückwärts heißt, ja, das hätte man ja mit ein bisschen klugen Nachdenken drauf kommen können, habe ich nicht. Okay, Andreas. Andreas mit eher hinten dran. Okay, dann haben wir das schon, diese eine Geheimnis schon mal geklärt. Ich kenne dich aus dem Podcast-Land eigentlich mehr oder weniger nur so flüchtig. Ich glaube, zum ersten Mal richtig wahrgenommen, habe ich dich, als du bei einem Podstock mit den Kameras für das Video-Team da gestanden hast. Was machst du im Podcast-Land? Bist du aktiver Podcaster? Ich meine, seit heute Mittag weiß ich natürlich etwas mehr, aber ich stelle mich jetzt einfach mal dumm. Das hängt davon ab, wie du aktiv bezeichnest. Also wir haben, also ja, ich habe schon mehrere, einen Podcast gestartet und irgendwie nicht beendet, aber trotzdem gibt es irgendwie schon seit einem Jahr keine neue Folge mehr oder sowas. Hängt halt immer mit der Arbeit zusammen. Teilweise gibt es auch nicht öffentliche Podcasts, die mir jetzt zum Beispiel in der Arbeit auch angefangen hat, so zur Abteilungsinternkommunikation oder sowas. Aber angefangen hat es tatsächlich mit... Ah, und hat das funktioniert? Entschuldigung, mal eben dazwischenfragen. Ich habe das auch schon mal gemacht und ich hatte das Gefühl, ne, also die Kollegen interessieren, die Kollegen haben dann mal freundlich reingehört und gesagt, ach, ist aber schön, aber so richtig funktioniert es als Kommunikationsmittel hat das bei uns nicht. Hat das bei dir funktioniert? Wir haben jetzt keine Metriken da drauf oder sowas oder das auszuwerten. Also momentan ist es einfach nur ein Dau... Wir schmeißen das... Wir haben einen extra Chatkanal dafür und das wird die aktuelle Folge reingeschmissen und wir wissen gar nicht, wie viele Leute sich das überhaupt anhören. Wir hören es halt nur am Feedback. Also wenn dann in irgendeinem Meeting die Kollegen sagen, ja, wie du mit dem in der Podcast-Folge neulich diskutiert hast, ist das ja so und so. Das ist doch schon mal super. Also das hätte ich ja gerne gehört. Also von zwei oder drei Leuten habe ich das mal gehört damals, als ich das gemacht habe, aber... Mehr waren es bei uns jetzt auch nicht, ja. Ah, okay. Ich hatte damals gedacht, mein Gott, das ist doch das Medium überhaupt, um intern zu kommunizieren. Also auf dem Weg zur Arbeit oder beim Spaziergang um den Block oder so, hörst du dir mal eben an, was der Kollege über das neue Tool erzählt oder was weiß ich, Planungen, was der Betriebsrat sich ausdenkt oder sonst irgendwas. Ist doch eigentlich total super, aber ich habe den Eindruck, ich bin von sehr vielen Audio-Menschen umgeben, die sehr gerne hören, aber so viele meiner Kollegen lesen lieber tatsächlich. Die sind mit einem Newsletter dann glücklicher als mit einem Audio. Ja, und die lese ich halt nicht, sondern ich kann mir das beantworten. Genau. Aber ich bin vom Pfad abgekommen. Du wolltest was anderes erzählen. Bitte. Es gab schon ein bisschen Feedback mit, ah, schön, hört man euch mal wieder, jetzt gerade in der C-Zeit, wo man euch ja nicht mehr im Büro trifft, kann man euch trotzdem noch hören. Also das ist, ja. Aber Podcasts. Ich glaube, mein erster Podcast, den ich selber aufgenommen habe, nachdem ich zig Jahre gehört habe, war tatsächlich Radio OpenStreetMap. Damals mit geliehener Hardware. Da hatte ich irgendwie bei einem befreundeten Podcast hier in München irgendwie vier Biodynamics und einen Tascam-Recorder ausgeliehen. Mit dem bin ich dann auf ein Hacking-Wochenende in Karlsruhe, war das, glaube ich, damals noch in der alten Location von einer Firma, die da recht OpenStreetMap nahe ist, gegangen und habe dann mit zwei anderen Leuten, damals Peter und Marc, eben, ja, eine erste Runde Folgen aufgenommen. Das hat funktioniert. Wir kannten uns vorher schon von den Videoaufzeichnungen auf der jährlichen Konferenz der Foskis, wo wir uns ein bisschen kennengelernt haben und Bedarf gesehen haben, dass man doch da mal einen virtualen Stammtisch auch machen könnte. Und so haben wir dann da ein paar Jahre lang, ja, so einmal im Monat eine Radio-SM-Folge aufgenommen. Ah, okay. Also hätte ich dich schon länger im Podcast-Land wahrnehmen können, aber so ähnlich wie der Wolfgang vom Literaturcafé, der das seit 15 Jahren macht und ich zum ersten Mal von ihm hörte, als Claudia ihn jetzt mitgebracht hatte in den Sendegarten, weiß ich von deinen Möglichkeiten, deinen Angeboten auch nicht so richtig viel. Genau, der läuft unter podcast-openstreetmap.de und hat 51 Folgen, die letzte jetzt eben vom Dezember 2018. Und da geht es um das Projekt OpenStreetMap, wie der Name schon sagt, oder ist das nochmal anders? Genau, also wir haben ja auch in der OpenStreetMap-Community auch in vielen größeren Orten Stammtische, wo sich die Leute halt einmal im Monat so treffen und das war sozusagen die virtuelle Variante davon. Ich, Marc und Peter haben uns halt immer so getroffen und dann uns gegenseitig erzählt, was denn gerade so los ist, haben uns auch manchmal Gäste zu einzelnen Themen eingeladen. Wir hatten zwischendurch auch mal noch ein anderes Format. Also die beste Folge daraus ist immer noch OSM Talk der Treusdorfer, wo der Kollege Stefan dann halt zu einem Kollegen aus der OSM-Mapper in Treusdorf gegangen ist und halt einfach so mal sich von dem erzählen hat, wie der Rentner dann halt so mappt. Also da gibt es so richtig schöne Stellen, wo er dann irgendwie zu seiner Frau sagt, ja, jetzt können wir auf den Friedhof nicht mehr gehen, den habe ich jetzt komplett abgebildet. Da müssen wir das Ding ausdenken. Super. So wie die Geocacher dann das Land nach Geocaches durchsuchen, dass die OpenStreetMapper nach Wegpunkten und Straßen und so weiter. Genau, Wege, die noch fehlen, in OpenStreetMap abzubilden. Also OpenStreetMap ist das so wie Wikipedia, aber eben für Kartendaten. Und das ist in Deutschland echt schwierig, Dinge zu finden, die dann auch nicht abgebildet sind. Teilweise geht man halt inzwischen dann in den Untergrund, in die U-Bahn-Station oder Indoor-Mapping und so weiter und so fort. Wird das so gut angenommen? Also im Sinne, dass Menschen da beitragen und hier die Telefonzelle, naja, die gibt es ja wahrscheinlich nicht mehr so, aber was weiß ich, den Fluss oder den Bach, der vielleicht dann nur einmal im Jahr zu sehen ist, dann da auch noch eintragen wollen? Ja, also gerade in Deutschland, vielleicht ist das auch so irgendwie mit dem Urtum des Deutschen verbunden, keine Ahnung. Aber das ist auch so mal, wenn du Vergleiche siehst zwischen verschiedenen Karten-Communities, dann gibt es dann immer so den Punkt OpenSeaMap has the Germans. Und die gehen dann halt teilweise auch in den Urlaub und mappen da dann. Und das ist halt, manche Leute gehen angeln, andere Leute gehen halt OpenSeaMap. Mit deutscher Gründlichkeit, was? Boah, Grusel. Ich kann mich noch erinnern, dass in den Niederlanden irgendwie anfänglich bei OpenSeaMap mal offizielle Kartendaten eingeflossen sind in einem großen Paket. Da gab es einen großen Unterschied, was die Abdeckung hier zumindest in unserem ländlichen Raum anging, dass wir also direkt an der Grenze hier zu den Niederlanden ganz hervorragendes Kartenmaterial in OpenSeaMap sehen konnten, aber hier eben auf der deutschen Seite noch nicht. Und dann hat OpenSeaMap mal mächtig Stoff gegeben und in relativ kurzer Zeit sind ganz vorzügliche Karten entstanden. Also ich nutze die extrem gerne zum Fahrradfahren. Und dann auf einem Garmin oder was für ein Device hast du dann da? Genau, es gibt so eine Webseite namens OpenFeedsMap.nl. Die kompilieren also die OpenStreetMap-Karten mit den Radwandernetzen und stellen das für verschiedene Geräte zur Verfügung und ich nutze das dann in der Garmin Software Basecamp und eben auf meinem kleinen GPS-Gerät hier. Wow. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe zwar von dem OpenStreetMap-Projekt gehört, habe dann auch schon öfter mal reingeguckt, aber wenn ich so irgendwas suche oder Strecken oder was navigieren will, dann lande ich doch immer bei der großen Tante Google irgendwie. Was nicht, aus Faulheit oder so. Also diese Straßenansicht von StreetMap ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Also da ist ja wirklich kaum ein Zigarettenautomat oder Kaugummiautomat, der nicht eingetragen ist. Das ist schon irre. Ja, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Also die Karte, die du jetzt auf OSM.org siehst, die ist halt für die Mapper gemacht. Dass die einen möglichst guten Feedback-Kreislauf haben mit, ah, ich habe das eingetragen, jetzt ist es da auch zu sehen. Auch schon in Zoom-Stufen, wo es eigentlich noch nicht so sinnvoll wäre. Wenn du jetzt aus der Nutzerperspektive kommst und das ist ja Google Maps, die ist ja nur für die Nutzer gemacht. Die kaufen sich überall die Kartendaten, die sie bekommen können und optimieren die dann sehr stark drauf. Und da gibt es halt wieder bei Open Street Map oder in dem Open Street Map Projekt ganz viele andere Webseiten, die das dann wieder machen, aber die kennen die Leute halt nicht, weil sie nur diese eine Marke gewohnt sind und dann halt zum Beispiel gar nicht den Schalter finden, wo sie die, also Renderings nennen wir das dann auch oft, oder die Kacheln, die da angezeigt werden, umschalten können, weil OSM-Org halt eigentlich nicht für den Nutzer da ist, sondern für den Mapper. Aha. Und, ähm, aber da jetzt eine Route zu berechnen oder so, das klappt aber schon auch. Also wenn ich jetzt sage, ich will von Dortmund nach Köln, dann könnte mir auch OSM einen Routenvorschlag machen oder macht es dann nicht. Es gibt im, es gibt im OSM-Umfeld verschiedene Leute, die Routing anbietet, inzwischen seit eben auch auf OSM-Org, ähm, die nehmen sich halt die Daten, die ja unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen, äh, und verarbeiten die dann entsprechend vor, sodass man eben ganz schnell Routen rausrechnen kann. Also ganz früh, da war der, der Open Route Service, der damals von der Uni Heidelberg oder von der Arbeitsgruppe, die da vor Ort war, angeboten wird, den gibt es jetzt immer noch, ist, glaube ich, auch vor kurzer Zeit mal, ähm, wieder neu gemacht worden, dass es wieder frischer aussieht, aber es gibt in Zwischenzeit auch, ähm, direkt auf der OSM-Org, äh, kann man auf Routen klicken und dann kann man halt verschiedene Routing-Dienste auswählen. Und da gibt es halt dann wieder welche für Fahrradfahrer, welche für Fußgänger, welche für Autofahrer. Ja, ich, ähm, hab jetzt, ähm, ich hatte, wie gesagt, ein paar Tage Urlaub und hab, äh, also zwei Wanderungen hier gemacht und die eine war über unbekanntes Terrain, sozusagen, und da hab ich mir eine, eine Wander-App oder eine Spazier-G-App sozusagen, äh, auf mein Telefon getan und da dann eine, eine, eine Route eingespeichert, die ich irgendwo im Internet gefunden hatte und dieses Gerät hat mich, äh, sehr präzifisch, präzise navigiert, was, ähm, ich bei, ähm, Fußgänger-Navigation bei der Google, ähm, Map überhaupt nicht erlebt hatte, dass die so präzise mir sagen konnte, wo ich bin und wie viel Meter bis zur nächsten Wegkreuzung sozusagen, da war ich sehr überrascht, dass offenbar die, äh, Verarbeitung der selben Daten, ich meine, die, die, das Gerät ist ja dasselbe, also das Telefon ist dasselbe, die Möglichkeiten irgendwie sich an, wie was weiß ich, GPS oder sonst wie zu orientieren, ist ja im Prinzip dasselbe, aber die Verarbeitung war einfach eine komplett andere, da hab ich mich sehr gewundert, äh, wie das funktioniert, kannst du mir das ganz kurz erklären, warum eine, die eine App mit den selben Daten präziser arbeiten kann als die andere? Da müsste ich mir jetzt genau deinen, deinen Use Case anschauen, ähm, die Frage ist halt, sind es die gleichen Daten, ja, das ist, das ist die eine Frage, hat, äh, Google in dem Fall, äh, so gute Daten gekauft, dass die, die jetzt mit OpenStreetMap Daten mithalten können oder umgekehrt, ja, das, das hängt halt auch immer davon ab, ähm, ist die Community dort vor Ort aktiv, ähm, ist jemand anders diesen Weg schon mal gegangen, hat der das vielleicht genauer eingezeichnet und so weiter? Ja. Ach so, das kann natürlich auch von, ja, kann ja sein, dass, dass Google gar nicht so feingranulierte Daten für so, was weiß ich, Waldgebiete, durch die man halt wandert, äh, geht, weil der Schwerpunkt für Google einfach ein anderer ist, die wollen halt, äh, eher die Autonavigation unterstützen und dann haben die wahrscheinlich eher die Autobahnen. Je nachdem, wo sie die Karten Daten halt eingekauft haben, ja, teilweise kannst du natürlich auch OpenStreetMap Daten mit anderen Daten mischen, musst aber sehr gut aufpassen, äh, dass du halt nicht gegen die Lizenz verstößt, ähm, und teilweise, es sind halt auch verschiedene Anwendungsfelder, ja, ähm, so behördliche Karten vom Vermessungsamt oder sowas, die sind halt dann millimetergenau, aber es dauert halt mal ein Jahr, bis die nächste Version rauskommt und dann die Baustelle auch angezeichnet ist. Bei OpenStreetMap kannst du davon ausgehen, dass die Baustelle innerhalb von einer Woche drin ist. Ich hatte mir so die Probleme mit der Google-Fußgänger-Navigation mal so erklärt, dass zwischen zwei Messpunkten einfach zu wenig Delta ist, also wenn, äh, wenn ich mich irgendwo hinbewege und, und die, die, die Navigation jetzt aus dem, aus dem Unterschied zwischen dem Messpunkt vor einer Minute und dem nächsten Messpunkt versucht rauszukriegen, welche Richtung gehe ich denn eigentlich, ähm, dass das dann einfach nicht, oder eine Minute ist zu, zu lange, was weiß ich, alle zehn Sekunden vielleicht oder so, äh, da ist einfach zu wenig Unterschied, um dann zu sagen, aha, der hat sich jetzt nach Norden bewegt oder nach Süden, ähm, das war so meine Interpretation, da war mein Gedanke, ich muss mich einfach schneller bewegen, um eine bessere Navigation zu bekommen, aber diese, ähm, diese Wander-App, die ich da benutzt habe, die konnte auch mit sehr, sehr langsamem Tempo ohne weiteres umgehen, also das hat mich alles sehr verwirrt, also, und begeistert auch, also, ich muss sagen, äh, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das hängt da auch immer sehr davon ab, also dein, dein Telefon hat ja heutzutage meistens nicht nur einen GPS-Empfänger mit drin, sondern auch einen Kompass und einen Beschleunigungssensor, äh, und das Betriebssystem versucht halt all diese Sensoren miteinander zu, äh, ja, fusionieren, ist, glaube ich, der deutsche Begriff dafür, ähm, um dann eben daraus rauszurechnen, okay, wo bist du denn jetzt wirklich, ja, wenn dein GPS sagt, du bist gerade zehn Meter gesprungen, aber dein Beschleunigungssensor sagt, nee, nee, ist nicht, dann, ähm, hast du da irgendeinen Filter dazwischendrin, der dann halt diesen Sprung rausfiltert, bis es dann wieder zurückspringt, zumindest gute Betriebssysteme oder gute Navigations-App, das ist halt immer die Frage, wo man diese Zuständigkeit dann in diesen Layer da hinschiebt. Ja, klar, da sind ja noch weitere Sensoren drin, die man auch benutzen kann, klar, daran hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht, also was mir schon, ähm, bekannt war, ist, dass im Prinzip auch WLANs, stationäre WLAN-Informationen zur Navigation eingesetzt werden, aber ich hatte das, WLAN ausgeschaltet, um Strom zu sparen, von daher habe ich gedacht, naja gut, wenn ich das jetzt abschalte, dann wird die Navigation eigentlich schlechter werden, ähm, wurde sie aber nicht, also, das hat mich ein bisschen gewundert, aber klar, natürlich, Beschleunigungssensor, Beschleunigung, wenn ich mich bewege, also, Bewegungssensor, Höhen, Höhen, Dings, ja, also, die hat auf jeden Fall eine Menge, Menge angezeigt, da war ich sehr beeindruckt, und dachte, das war auch so ein Gefühl von, wow, einfach so eine App installiert, und auf einmal hast du hier so eine richtig schöne, äh, Wander-App, also, es gibt gar keinen Grund mehr, nicht mehr zu wandern, also, es wird immer schwieriger zu sagen, ich bleib sitzen, bleib zu Hause, okay. Gerade in der aktuellen Zeit, ja. Ja. Okay, aber kommen wir mal wieder zurück zu dir, und, ja, gerne. Ich habe noch eine Assoziation, an die ich gerade denken musste, und zwar hatte ich im Rahmen des Terrain-Projekts, äh, da gibt es ja auch einen Podcast von, ähm, gab es 2018, äh, die Vorstellung eines Fußgänger-Routings auf Basis der Open-Street-Map-Karten, und zwar, ähm, für ein Fußgänger-Routing für möglichst sinnvolle Fußwege für Menschen mit Blindheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Äh, äh, das fand ich also sehr spannend, weil die dann eben auch die Straßenseiten und so weiter, äh, mit berücksichtigt haben in dem Konzept. Das fand ich also sehr spannend. Also da, wo der Bürgerstakt breiter ist, als auf der anderen Seite und so weiter. Wo es eben für, für blinde Menschen zugänglicher ist, ja. Ja, ja. Äh, es gab in der Gulasch-Programmiermennacht 2018, ich war selber nicht da, äh, gab es dann aber auch einen Vortrag dazu, ich schmeiße das mit in die Show-Notenliste. Allgemein, also das ist halt keine, keine Stiftung, keine Firma, die vorgibt, mit diesem Thema beschäftigen wir uns jetzt, sondern das ist halt eine offene Community. Jeder kann sich die Daten und die Software, die da als Open Source zur Verfügung steht, nehmen und dann halt aus einem eigenen Projekt machen. Und die Übersicht ist dann halt eigentlich das Wiki, das man unter wiki.osm.org findet. Und wenn man da irgendein Thema eingibt, dann findet meistens, ähm, findet man da meistens auch irgendeine Seite, wo das dann aufgearbeitet ist und die zig verschiedenen Projekte, die es dann dazu gibt, dann zusammengeschrieben sind. Ja. Andi, bist du so ein Wandervogel oder was hat dich zu dem Projekt OpenStreetMap hin verschlagen? Also tatsächlich, das muss auch schon, da, jetzt muss ich wieder schauen, wann ich meinen OpenStreetMap-Account angelegt habe. Ähm, ich glaube, ich war damals auf irgendwelchen Freifunk-Maldinglisten und da kam dann halt so eine E-Mail hinterher mit, hey, bei Freifunk macht ja teilweise auch so WLAN oder wie hieß das denn? War Driving oder sowas. Also man fährt durch die Gegend und schaut dann, wo die WLAN-Accesspoints sind, ja. Und das war halt so eine Zeit, wo es noch nicht so viel gab und dann gab es auch so Kalkzeichen ob hier ein offenes, jedenfalls es gab halt diese War Driving-Szene und die haben halt auch schon GPS-Sensoren benutzt, um durch die Gegend zu fahren, um halt auch zu sehen, okay, wo habe ich denn diesen Accesspoint jetzt gesehen? Und da gab es halt dann Leute, die darauf aufgerufen haben, hey, wenn ihr solche Tracks habt, wo ihr durch die Gegend gefahren seid, ladet die doch mal bei OpenStreetMap-Aug hoch. Ähm, das ist so ein freies Carlton-Projekt. Und dann habe ich mir das halt so angeschaut, fand das dann doch ganz interessant, habe mich so ein bisschen durchgelesen, habe mir dann, wir hatten auch wieder so ein altes Navi, auch wieder so ein Medion-Teil, keine Ahnung, und diese Firma jetzt schon zur Zeit, wo man genannt wird. Und auf die habe ich dann ein, so ein Windows CE noch, ja. Und da habe ich dann ein GPS-Logger installiert und bin dann einfach mal mit dem Auto durch das Dorf meiner Eltern gefahren, um das dann halt auch in OpenStreetMap einzutragen. Und dann war es das da auch drin. Okay, einfach so, ja, weil man es kann oder weil du dich einfach begeistert hast. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, genau. Ja, ja. 30. März. Freifunk. So anderen. Lars, 30. März 2007. Mein erster Edit? Zumindest Mapper-Site. Okay, ja, dann werde ich da meinen Account angelegt haben. Das war so ungefähr auch die Zeit, wo ich tatsächlich mit den Podcasts hören auch angefangen habe. Also, das ist dann auch, also ich kann mich halt so an eine eine Zehnjährin, wie es in Bits und so, Twitter vorstellen. Und das müsste dann auch so die Zeit gewesen sein, wo ich mir den angelegt habe, also, was steht hier, April 2007 habe ich mir den Twitter-Account angelegt. ja, das, auch viel CEE, war, also, als es noch kein Feed, glaube ich, auch gab. Und das war halt auch noch die Zeit, wo man kein Telefon hatte, das irgendwie WLAN hat, wo man sich die Podcasts runterladen konnte, sondern ich hatte damals noch so einen, ich glaube, so einen alten Grundig MP3-Player, so grün, den man dann halt immer per USB-Kabel an den Rechner angesteckt hat. Und da war dann der Podcatcher auf dem USB-Speicher, ich glaube, das war so eine gelbe-orange, Juice oder sowas, wo man dann in der Schule, wo man in der Schule den USB-Player, den es per USB angesteckt hat, die Applikation geöffnet und dann sozusagen sich seine neue Folgen runtergeladen hat. Und ich hatte damals, dann, also so, das Gymnasium war bei mir die drei Jahre von der zehnten, also elfte, zwölfte, dreizehnte Klasse war immer so eine Stunde einfach mit dem Zug. Und da habe ich natürlich auch viel gelesen oder halt viel Podcast gehört. Und da bin ich halt auch so ein bisschen in diesen Topf reingefallen. Also dann hast du mit Bits und so angefangen, war das dein erster Podcast? Nee, da gab es ja auch Vorgänger, das hieß ja am Anfang gar nicht so. Was der erste war, weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Also ich habe auf jeden Fall noch Schlaflos in München im Kopf. Chicks on Tour, das war noch so ein anderer Podcast aus München. Also das war auch gerade die Zeit, wo iTunes erst Podcasts so langsam reinkamen. Aber müsste ich jetzt tatsächlich, ich muss mal schauen, ob ich diesen MP3-Player noch irgendwo finde und vielleicht ist da ja noch die Datenbank drauf, welchen Podcast ich da alles so abonniert hatte. Nicht schlecht. Also meine, ich habe auch so USB-Sticks mit so einem Play-Button drauf, also auch so MP3-Player, aber diese Gummi-Umwandlung, die da irgendwie drum war, die ist total klebrig geworden in den Jahren. Also das, ich kann die jetzt eigentlich nicht mehr benutzen, ohne dass das alles irgendwie in der Hose zerbröselt oder mir alles verklebt. Ich kann die nur noch angucken quasi. Ich glaube, ich hatte zwei. Ich weiß gar nicht warum. Die gab es ja irgendwann mal als Werbegeschenk oder so. Also irgendwann war dann die hohe Zeit der MP3-USB-Sticks-Player auch mal wieder vorbei. Aber ja, klar, jetzt wo du das alles erzählst, wird das plötzlich wieder präsent. Dass es ganz andere Nutzungsgewohnheiten gab und inzwischen ist das alles schon so selbstverständlich, dass man auf seinem Telefon den Podcatcher einfach jeden Tag anguckt und sagt, oh, die Folge will ich mal haben und die andere nicht und alles so geläufig. Das ist faszinierend. Gut, dann hast du also Obst Rhythmik Podcast kennengelernt und hast du so eine Schwerpunktbildung? Also ich bin ganz klar so ein Tim-Pritlaff-Zögling. Also ich bin etwas über Umwege, bin ich da bei dem Tim-Pritlaff gelandet und von da aus dann hat sich meine Wahrnehmung des Podcastlandes so ergeben. Hast du auch so ein Zentrum irgendwie von dem, wo du ausgegangen bist? Das war halt auch ein bisschen an der Zeit. Da hieß CRM noch Chaos Radio Express beziehungsweise gab es dann, gab es ja noch gar nicht. Es gab Chaos Radio, dass man sich halt auf irgendwelchen FDP-Servern runtergeladen hat. Wie da jetzt die Reihenfolge war, also ich glaube, mein erster Kongress, den ich verfolgt habe und die damals auf Heise gefunden habe, müsste der 22C3 sein. Weiß gar nicht, welches Jahr das ist, aber wahrscheinlich hängt es da irgendwie mit zusammen, aber Chaos Radio war halt einer von vielen Podcasts da drin. Aber klar, als Tim dann mit seinen eigenen Formaten angefangen hat und die Meta-Engine irgendwann gegründet hat, das habe ich schon auch viel gehört, ja. Ja. Aber ich entnehme jetzt, wenn du schon beim 22. Chaos Communication Kongress dabei gewesen bist, dass du dem CCC auch irgendwie nahestehst und ist das so deine Nerd-Heimat? Gehörst du dem Club auch an oder wie ist da die Nähe jetzt dazu entstanden? Das ist eine gute Frage. Also sicher, ich bin mit dem CCC aufgewachsen, als ich dann in München angefangen habe zu studieren, bin ich da halt auch mal hingegangen und da hat sich dann auch gerade der Hackerspace so gegründet, also den CCC in München gab es damals schon zehn Jahre lang, den hat wohl Fefe irgendwann mal mitgegründet oder beziehungsweise als er dann tatsächlich im Vereinsregister eingetragen war, war Fefe schon gar nicht mehr in München. Aber da gab es halt den Verein und der hat sich dann halt jeden Monat in irgendeinem Bürgerbüro getroffen und es gab dann halt mal ein paar Leute, die gesagt haben, okay, wir treffen uns immer irgendwo anders, kommen aber eigentlich alle aus München und treffen uns immer auf diesen Veranstaltungen, lasst uns doch auch mal was aus München, in München einen Hackerspace machen und da gab es gerade diese Hackerspace Design Patterns von den Kölnern, die da auch Stück für Stück vorgestellt wurden und dann haben sich halt die diese Patterns genommen und die dann halt einfach mal auf den Münchner CCC so draufgeworfen und nach etwas Raumsuche hatten wir dann unseren eigenen ersten Hackerspace tatsächlich so, ja, muss ich das wie so ein gemeinsamer Wohnzimmer mit angeschlossener Werkstatt vorstellen und Küche. Ja, ja, ich habe vor einiger Zeit die Unhackbar in Unna besucht, das ist im Prinzip auch so ein altes Ladenlokal, wo vorne Räumlichkeiten sind, wo wahrscheinlich mal Verkauf stattgefunden hat und im Hintergrund ist dann so eine kleine Küche, nee, unten, die Treppe runter ist eine Küche und im Hintergrund aber auch eine Werkstatt. Also ich kann mir das so ein bisschen bildlich vorstellen, dass sich da einfach begeisterte Menschen zusammentun und dann Räumlichkeiten anmieten und sagen, das ist jetzt mein zweites Wohnzimmer. Also der eine oder andere hat eine Stammkneipe, wo er dann gerne in der Freizeit reingeht und diese Computerleute, die haben dann eher dieses Hackspace oder wie auch immer man das jetzt genau nennt, also die einen nennen das ja Kitchen oder Club oder wie auch immer. Wobei das auch immer total nett ist, wenn man halt mal in einer anderen Stadt ist, kann man meistens dann auch einfach in die anderen Hackspaces halt dann mal reinschlendern und mal Hallo sagen, weil oft sind halt dann doch auch mal Leute da. Und in München war ich tatsächlich dieses Jahr gerade mal im Januar. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es immer noch dasselbe Lokal ist, wo es dann damals mal eröffnet hat, aber war ganz cool dann halt einfach auch mal reinzukommen und zu sagen, Hallo, ich bin übrigens die Claudia, ich komme eigentlich aus Wien, bin da halt meistens im MetaLab und ja, bin halt einfach gerade mal drei Tage in München und wollte mal Hallo sagen, ist eigentlich ganz cool immer. Hättest du mal was gesagt? Ja, das habe ich schon mal gehört, ich bin aber irgendwie auch erst auf dem Weg dann drauf gekommen, dass sie natürlich irgendwie mal Hallo jetzt sagen können, aber ich war dann halt auch, habe dann bei einer Autorenkollegin übernachtet und war bei der dann halt auch für Abendessen und so mit eingeplant und das war dann halt eher so ein, ich habe jetzt gerade noch irgendwie anderthalb Stunden Zeit, ich hupfe da einfach mal vorbei. Also nächstes Mal dann mit Plan. Genau, das ist das zweite Location, ja, also wir sind dann irgendwann mal umgezogen in größere Räume und das ist jetzt eben zweistöckig mit Studio und Werkstatt fürs Grobe und Elektronik Werkstatt und ein großer Raum, in dem man Vorträge halten kann und so weiter und so fort, ja. Ja, aber das ist doch, das kostet doch ziemlich viel Geld an Miete und ständige, wie heißt das, Fixkosten und so, wo kommt denn dann das Geld, wie kommt das denn zusammen, sind das alles Spenden? Neben Mitgliedern, also tatsächlich in dem Hackerspace Design Penance wird klar davon abgeraten, sich irgendwie von einmaligen Spenden abhängig zu machen, sondern du wirst halt, gibt 142 Mitglieder haben wir glaube ich im Münchner Club so, die zahlen alle so 20 Euro im Monat und darüber zahlst du halt deine Fixkosten, das geht gerade so immer raus, ja, also Miete und Strom und so weiter, ja. Ah, also 20, Euro im Monat ist ja jetzt bei 140 Leuten tatsächlich überschaubar, also das kannst du sicherlich nicht aus dem Vollen greifen dann und jetzt nochmal den neuesten, neuesten 3D-Drucker da anschaffen. Dafür gibt es ja dann Projektanträge an den Bundes-CCC oder sowas. Wobei, 3D-Drucker sind da jetzt aus. An den Bundes-CCC? Echt? Man kann an die Mutter sozusagen Projektförderanträge stellen? Das ist ja spannend. Ah, guck mal. Und die haben dann nochmal größere Töpfe, weil andere Fördermöglichkeiten haben. Das ist ja nochmal ein eigener Verein, die zwar, die hängen halt lose zusammen, also der Münder-CCC ist ein, äh, Alpha nennt sich das dann, ein Erfahrungsaustauschkreis und übernimmt sozusagen dann so ein bisschen, äh, verschiedene Aufgaben vom Bundes-CCC, also so Pressearbeit zum Beispiel oder, ja, das ist aber, kennt ihr ja wahrscheinlich auch alles, ist es sehr, äh, chaotisch organisiert, also, Chaos als höhere Form von Ordnung, ähm, und sehr flach, ja, also das, das hat mich natürlich schon auch, wie so ein Sicherungs- und Kongress organisiert, schon auch in meiner, äh, in meiner, Personalität sehr beeinflusst, wie ich denke, dass Organisationen organisiert zu haben, äh, ähm, dass man halt dieses, äh, ja, jeder macht einfach mal und, äh, wer macht hat recht und, äh, was es daher so alles für Sprüche gern gibt, ja. Ist ja faszinierend, dass das dann, äh, trotzdem immer wieder funktioniert, also ich kenne auch, äh, Gemeinschaften von Menschen, die einfach überhaupt nie auf den grünen Zweig kommen, weil irgendwie jeder den anderen totquatscht, nicht nur im Sendegarten, ähm, äh, ähm, und, in diesem, ähm, CCC-Umfeld, da habe ich schon tatsächlich, äh, überwiegend den Eindruck, was ich so mitbekomme von außen, ich bin ja nicht in den interner, äh, da drin, aber was ich so von außen mitbekomme, ist tatsächlich der Gestaltungswille und das Gemeinsame und im Zweifel hält man dann auch mal die Klappe und macht einfach das, was ein anderer vorgeschlagen hat, weil man merkt, oh, das ist zwar jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee, aber die taugt gerade gut genug und bevor wir uns jetzt noch die Körper heiß reden, machen wir halt das, ähm, also so ein, so ein wohlwollendes Miteinander kriegen die irgendwie hin. Äh, hast du eine Ahnung, warum das so ist? Boah, keine Ahnung, das ist, also, von innen ist es natürlich noch ein bisschen chaotischer und da gibt es auch mal, mal Stellen, wo du denkst, ja, hm, eigentlich müsste man sich schon angewöhnen, Leute, die dem, dem Gemeinwohl eher schaden, dann halt auch rauszuschmeißen oder sowas, da tut man sich aus meiner Sicht dann manchmal so ein bisschen schwer, äh, gerade wenn es Leute sind, die, die gar nicht merken, dass sie jetzt eigentlich der Sache, für die sie jetzt sich jetzt einsetzen, eigentlich eher schaden, ähm, ähm, aber das ist dann halt wieder mehr so, ähm, es menschelt dann halt so ein bisschen und da könnte man jetzt wieder sagen, so Nerds können jetzt mit dem Zwischenmännlichen manchmal nicht so gut umgehen. Kein, ja. Ja, ist ja grundsätzlich eine Schwierigkeit, ne, also anzuerkennen, dass der eine vielleicht ein bisschen geschmeidiger ist und auch mehr Lust hat auf andere und auf fremde Argumente einzugehen als ein anderer, der vielleicht sehr von seiner Idee begeistert ist und so ein bisschen unbeirrt äh, durch die Gegend stapft, ähm, genau wie du sagst, dass man die manchmal gerne ein bisschen zurückpfeifen möchte und gleichzeitig aber auch anzuerkennen, ja, all creatures welcome, also auch der, der Quertreiber oder der, der so unbeirrt, äh, so an seiner Idee festhält, der soll ja irgendwie auch willkommen sein, ähm, da, das ist ja auch, also ich, ich stehe da immer so ein bisschen bewundernd daneben, dass man versucht, diese Konzepte so unter einen Hut zu bringen und offenbar funktioniert es ja weitestgehend auch, ähm, das ist so ein, so ein kleines Geheimnis vom CCC, habe ich so den Eindruck. Ja, Geheimnis würde ich es jetzt nicht ansehen, aber wer das erleben möchte, kann einfach mal in seinen lokalen Hackerspace gehen und versuchen es zu reverse ingenieren, wie der so funktioniert. Ja, das war so ein bisschen das, das Motiv, äh, dass ich gesagt habe, ach, ich gehe jetzt mal hier in die lokale, äh, unhackbar, also das ist das nächst erreichbare, ähm, äh, CCC-Umfeld und da habe ich aber, da bin ich quasi an meiner eigenen, ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn, ich bin so ein eigen, ne, äh, introvertiert halt, bin ich so ein bisschen gescheitert, ich bin da reingegangen, ähm, und hatte so diese, diese Podcaster-Welt im, im Sinn, also wo ich ja schon ganz viele Leute kenne und wenn ich auf ein Podcaster-Treffen komme, dann ist das nicht mehr fremd, sondern das ist vom ersten Augenblick an so, ach, hallo, du auch hier und zack ist man da und da bin ich zu Leuten gekommen, die kannte ich alle gar nicht und ich hatte große Schwierigkeiten, da erstmal irgendwie so, so anzukommen und reinzukommen, dann haben sich mal zwei zu mir gesetzt und dann haben wir auch ganz nett miteinander gesprochen, aber ich, hab mich fremd gefühlt und fremd geblieben und hab dann auch gemerkt, ja, ähm, so lieb mir das eigentlich auch ist von der Idee, ich glaube, ich bleibe aber dann doch hier in meinem, mit einer eigenen Podcast-Kerminade stecken und ich fand das so interessant, dass der Jörn Schaar das gleiche oder ähnliches auch mal erzählt hat, wo er versucht hat, ich, weiß nicht, in Flensburg oder wo auch immer da oben im Norden, äh, ist er auch mal in so einen örtlichen Hackerspace gegangen und er hat das gleiche empfunden, wo er dann auch sagte, ja, alles tolle Leute, aber ich, nee, ich, ich weiß auch nicht, kommen, also das, was ich brauche, also so eine Umgebung von Podcasterinnen, Podcastern, äh, finde ich da nicht so unmittelbar und dann bleibe ich lieber, äh, bei dem Bekannten. Äh, vielleicht ist das auch eine Frage von Alter, also gut, äh, bei mir jedenfalls, bei Jörn noch nicht, ähm, dass ich so, ja, schon wieder neue Leute kennenlernen will ich nicht und ich bleibe jetzt einfach so in meiner gewohnten Umgebung hängen. Das fand ich ganz interessant, fand ich eigentlich, also ich war etwas überrascht, dass das so, äh, ausgegangen ist, weil ich die, die Nerds, zum Beispiel auch im Kongress oder von anderen Veranstaltungen, ja, total aufgeschlossen, äh, kenne und hab eigentlich gedacht, ähm, ich würde da quasi weich fallen, aber irgendwie hat das nicht so richtig gezündet. Ja, du musst einfach mit dem Laptop hingehen, äh, den aufklappen, dich an den Tisch setzen und dann erstmal im Wiki ein bisschen durchscrollen und versuchen zu verstehen, wie das lokale System funktioniert und das ja. Ja, aber genau, das ist schon, da bin ich einfach nicht Nerd genug, ja, wenn ich meinen Laptop aufmache, dann ist da Windows drauf und, äh, MS Office und dann werde ich schon mitleidig angeguckt, so. Dann weiß man schon, ah, okay, äh, der hat irgendwie, ich bin, also, ich hab mir da erklären lassen, wie Freifunk funktioniert und die haben mir sehr schön, äh, einen Tipp gegeben für einen Router, äh, der gerade, äh, die neueste Generation sozusagen ist und, äh, mit der Anleitung, die ich da bekommen habe, hab ich dann auch einen eigenen Freifunkrouter hier für mein Küchenfenster oder für, für im Küchenfenster, äh, installiert bekommen. Dafür bin ich denen sehr, sehr dankbar und, äh, da denke ich immer wieder gerne dran, äh, nicht das Ding da stehen sehe. Also, das hat es zumindest gebracht. Mhm. Na, für mich ist es halt wirklich so ein Wohnzimmer, ja, also, äh, zumindest in, wenn man rausgehen darf, äh, bin ich so mindestens zwei, dreimal die Woche da schon im Club, ähm, und, äh, und, ja, mach meine Reparaturen, mach so irgendwas, äh, ja, es ist halt einfach, ist halt so dieses klassische Leben in der Stadt, so, du hast, äh, nicht irgendwie, du hast nicht irgendwie dein großes Haus mit den zig Zimmern, sondern das Haus ist sozusagen auf die komplette Innenstadt verteilt, ähm, und, ja, da gehört der Hackerspace halt so ein bisschen dazu. Ja, super, schön, richtig schön. Du bist, äh, auch vom Fach, also, du bist selber beruflich auch ITler, oder was, wie, wie ist deine Verbindung überhaupt zu den elektrischen Geräten, mit denen wir hier kommunizieren und programmieren? Äh, ja, das ist, also, meine Eltern haben so ein, also, mein Vater ist Elektroinstallateur und hat dann damals halt so eine eigene Firma gegründet, irgendwie so 100 Kilometer von München entfernt, ähm, und da war ich halt einfach immer mit dabei, also, wenn ich in der Schule, wenn ich nicht in der Schule war, bin ich halt oft mit meinem Vater so durch die Gegend gefahren, hab dann halt, äh, gesehen, okay, wie wird dieses Gerät repariert, wie wird jenes Gerät repariert, äh, hatten im Erdgeschoss auch die Werkstatt und so einen kleinen Laden und im Obergeschoss war halt einfach so die Wohnung, ähm, und da bin ich natürlich mit der Technik in Kontakt gekommen, vor allem, weil wir da halt natürlich auch den Computer hatten für die Rechnung schreiben und so, und dann hatte ich halt so, jeden Tag meine Stunde, äh, in dem ich im Internet surfen konnte, und so hab ich mir halt Stück für Stück dieses ganze HTML, JavaScript und was es da sonst noch so alles gab, äh, beigebracht, ähm, so, dass ich dann auch in der Schule die Webseite, also ich hab, ich hab tatsächlich in der Realschule mein erstes CMS geschrieben, auf PHBBB-Basis, äh, und dann hab ich irgendwann auch gesagt, okay, äh, das möchte ich jetzt auch studieren und bin dann halt, äh, nach München und hab dann da, äh, an der TU, äh, Informatik studiert, ja, also Bachelor und Master. Oh, du bist Master in der Informatik? Jaja, Master of Science in der Fachrichtung Informatik, Lebenfach Eintrachtur. Thieler, der abgeschlossen hat? Ja. Oh, das hätte ich jetzt nicht erzahlt. Nein, nein, ist nicht schlimm. Was denn das jetzt? Es hat auch lang gedauert, aber, äh, am Ende bin ich einfach so gründlich und, ja, also, na, ich sag jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe, das muss man selber ergoogeln. Ja, ähm, was macht man denn dann so als Master of Science in Informatik? Am Ende nicht mehr selber programmieren, dann, also, eigentlich bist du doch dann über das reine Coden dann hinaus und du hast irgendwie Verwaltungsaufgaben oder sonst irgendwas zu machen. Was machst du denn jetzt damit? Na, man ist dann halt eigentlich Softwareingenieur, das hat eigentlich der Begriff, der mir am liebsten funktioniert und, ähm, wenn man dann Leuten dann erklärt, ja, du machst ja was mit Computer, dann am liebsten benutze ich wieder den Vergleich zum Hausbau, ja. Wenn du jetzt so ein Haus baust, dann bist du ja auch, gehst du ja erst zum Architekten, äh, sagst dir, was du haben möchtest, dann plant der dir irgendwas, äh, das, wird halt ein paar Mal überarbeitet, bis du dann sagst, ja, okay, so passt's, dann gehst du zum Maurer, der die Wände hochzieht, dann gehst du zum Elektriker, der dir da die, äh, die Stromleitung reinzieht, äh, gehst zum Dachdecker, gehst zum Streiner, äh, gehst zum Zimmerer, und so weiter und so fort, und, äh, der naive Nutzer, sagt halt, ja, du machst ja was mit IT, dann wirst du dich ja auch mit Windows auskennen oder sowas. Und genau diese Begriffe, die ich jetzt alle vorhin aufgezählt hatte, diese Fachrichtung gibt's natürlich auch in der IT, äh, nur kenne halt die Namen von den, die wenigsten Leute. Und du bist dann eher der Architekt? Irgendwie so eine Mischung, also man möchte natürlich auch weiterhin entwickeln, aber man merkt dann halt auch, äh, wenn man mit anderen Leuten zu tun hat, dass die nicht so denken wie man selber, und dann halt nicht von allein auf die beste Lösung kommt, und dann überlegt man sich halt eine Lösung. Das ist überhaupt viel erwartet, also da musst du doch selber wissen, wie die beste Lösung ist. Ähm, also meine Alltagserfahrung ist da auch eine andere, also. Na, mir geht's halt häufig so, wenn ich Software sehe, dann weiß ich oft schon, wo ich hinfassen muss, weil ich einfach überlege, okay, wie würde ich das denn bauen? Und wenn's gute Software ist, dann ist es halt auch so gebaut. Und, äh, bau mir dann halt meine Modelle, wie die Software im Hintergrund wahrscheinlich arbeitet, im Kopf, oder zeichne sie dann halt in entsprechende Diagramme raus, oder sowas. Mhm. Und, und kann dann halt auch schon mir sehr vieler zerschließen, wo andere jetzt wahrscheinlich erst mal zwei Stunden Doku lesen müssten, oder sowas, ja. Einfach aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, oder weil du diese Art von Denken dann im Studium nahegebracht bekommen hast. Na, im Studium habe ich halt gewisse Dinge das dritte Mal gelernt, ja. Also, ich hatte mir sowas wie HTML, wie gesagt, in der Schule schon selber beigebracht, mit Self-HTML, was ich mir halt irgendwo mal runtergeladen hatte. Das ist übrigens gerade 25 Jahre alt geworden. Happy Birthday to you. Self-HTML kann man feiern. Damit habe ich tatsächlich Programmieren gelernt. JavaScript war meine erste Programmiersprache aus Self-HTML raus. Es gibt doch Menschen, die sagen, JavaScript ist keine Programmiersprache. Was sagst du denn dazu? Nee, HTML ist keine Programmiersprache. HTML ist eine Schreibersprache. Okay. Ja, das stimmt natürlich so rum. Aber JavaScript, manche lachen doch auch darüber, oder nicht? Nee, also tatsächlich, wenn wir nachher noch zur Arbeit kommen, wir schreiben gerade alles in JavaScript. sowohl Backend als auch Frontend, als auch Dinge, beziehungsweise in einem Dialekt davon. Aber ja. Wir möchten jetzt in dem ersten Abschnitt nicht zu technisch werden, glaube ich. Sonst schalten die Leute alle jetzt schon ab. Oh, du hast dir was vorgenommen. Ich finde das gut, wenn Gäste Struktur mitbringen. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gut. Was haben wir gesagt? Du warst Architekt. Jetzt haben wir den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren, du nicht. Erzähl einfach weiter. Der zweite Podcast war eigentlich der erste. Nee, die Frage war ja noch, was machst du jetzt quasi beruflich? Also du bist quasi ein Software-Ingenieur. Oder Software-Entwickler. Genau. Bin halt damals unter anderem über die Subscriber in München habe ich da halt die Software-Entwicklung im Bayerischen Rundfunk kennengelernt und habe mich dann halt, nachdem ich mit dem Studium fertig war, da mal beworben. Und die haben mich natürlich auch genommen. Und mache da jetzt seit zwei bis ja doch Februar vor zwei Jahren habe ich da angefangen. Also zweieinhalb Jahre jetzt verschiedene Produkte. Also von am Anfang war das die Nachrichtenseite beim BL. Dann die Audiothek Web. Also haben ja Christoph und Erik damals auch da auf der Subscriber vorgestellt, wie sie das Podcast-Center für den BL da gebaut haben. und das wurde halt einmal angepasst auf auf die Audiothek der ARD, wo dieselbe Abteilung davor halt schon mal die iOS und die Android-App gebaut hat und danach halt natürlich auch nachher war ich in dem Team und dann habe ich natürlich auch im Bayer-Podcast-Center ein bisschen weiter gemacht. Daher kenne ich jetzt auch den Subscribe-Button relativ gut, wo wir nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf kommen werden. Und ja, jetzt sind wir gerade wieder so eine Mischung aus eigentlich bin ich jetzt in mehreren Projekten gleichzeitig einmal beratend in der Audiothek, also die ganze Architektur überlegen, koordinieren, was die Kollegen dann halt teilweise als nächstes zu tun haben, wenn sie jetzt extern sind und nicht wissen, was als nächstes auf der Agenda steht und dann parallel dazu machen wir eben auch gerade eine neue Radio-App, also dass die Leute dann halt nicht ein Tune-In benutzen müssen, um auf ihrem Smartphone das Radio zu hören, sondern halt dann eine App direkt vom Bayerischen Lundfunk, vom BR. Das ging jetzt alles relativ schnell. Ich würde da gerne nochmal den Gang rausnehmen und ein bisschen langsamer herangehen. Du hast im Nebensatz gesagt, ja, da war die Subscribe und dann bin ich quasi da geblieben. Das ging mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen schnell, denn das ist ja, finde ich, schon eine irre Geschichte. Also aus dem Podcast-Universum vielleicht, die wenigsten werden es nicht wissen, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörenden hier, der jetzt nicht genau weiß, was eine Subscribe ist. Das ist ein von Tim Britlaff und Konsorten initiiertes, ja, einigermaßen regelmäßiges Treffen, wo sich Menschen, die mit Podcasts irgendwie zu tun haben, an festen Orten, also es war schon öfter in Berlin, es war in Köln jetzt zuletzt und es war auch mal in München beim Bayerischen Rundfunk zusammentreffen und dann einfach über Podcasting im allerweitesten Sinne sprechen, also über Technik. Sebastian hat dort mehrmals über Studiolink auch erzählt, es geht dann aber auch um Inhalte, die Subscribe in München, das war die Subscribe 8, da ging es auch ganz viel um Monetarisierung und Werbung, also alle Themen, ja, jetzt muss man auf die Alpha 1 Folge verweisen, wo ich das gerade entkräfte, dass es eben nicht nur um Monetarisierung ging, aber ja. Ja, gerne, gerne, also ich habe viele Stimmen gehört, die gesagt haben, boah, hier geht es ja nur um Geld verdienen. Ja, war nicht so, aber können wir, ich schmeiße mal den Schnipsel ins Audio rein, das ist so ein, das war so dieser, ein Experimentkanal, wo alles, was so Alpha-Versionen sind, also wenn die URLs auch Unicode unterstützen, könntest du das Alpha auch dann an Alpha ersetzen, aber das einfach mal anhören, da sind auch die Originalquellen drin, die nirgendwo anders veröffentlicht sind, wo das gerade mal auseinandergezogen wird, dass es nicht um Ding geht. Hast du aber auch schon mal gehört, hast du nur vergessen, Martin. Wundert mich nicht, ich vergesse es sehr viel, also das ist kein Wunder, also, aber sagen wir mal, gut, also Subscribe, ein Treffen von Podcasterinnen und Podcastern, um sich thematisch auszutauschen, findet, weil Berlin irgendwann auch mal, also man hat, irgendwann hat man gesagt, man will auch mal woanders hin, dann hat der Bayerische Rundfunk gesagt, ach kommt doch mal zu uns, ihr dürft hier ein Wochenende unsere Räumlichkeiten benutzen, dann waren die Podcasterinnen und Podcaster beim Bayerischen Rundfunk, du warst auch da und du hast dann da gleich irgendwie Kontakte mit dem Haus gefunden und hast dann deine Arbeit dahin verlegt, du bist ja jetzt Angestellter vom Bayerischen Rundfunk, so wahrgenommen. Naja, wir sind da keine Angestellten, sondern nur freie, feste freie Mitarbeiter, aber das ist wieder eine ganz andere Baustelle, wir sind Arbeitnehmer ähnlich, nach einem Jahr. Eigentlich muss man dafür nochmal einen anderen Ask erst erzählen, und zwar, wir wissen jetzt schon, dass ich mit einer CCC da so reingerutscht bin und es gibt ja dieses Easter Hack, also das ist eine Wanderveranstaltung, die jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, war es damals, glaube ich, noch irgendwo anders ein lokaler, ja meistens Alpha, ausrichtet und das hatten wir 2010 in München gemacht und da habe ich dann halt gesagt, ja dann lass uns doch da mal die Vorträge aufzeichnen und naja, so, das ist einer von den drei Grundsteinen, wie es dann zum Video Operations Center kam, also dem VOG, wer das genauer wissen möchte, der sei an dieser Stelle an das Sendungsbewusstsein Folge 24 verwiesen, da habe ich mich mit Lindwurm mal ein bisschen länger darüber unterhalten, wie das dem VOG, zum VOG aus meiner Sicht so kam, aber deswegen habe ich halt mit diesem Video Aufzeichnung zu tun gehabt und wurde dann halt zu einem der ersten PPWs, also die erste für normale Leute, dann halt auch, wurden wir halt angefragt, hey, hättet ihr nicht Lust, irgendwie da die Vorträge aufzuzeichnen. Moment, jetzt müssen wir mal eben aufklären, PPW für normale Leute, also das sind die Vorgängerveranstaltungen zur Subscribe, um das jetzt irgendwie für die Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, nachvollziehbar zu machen. PPW war ursprünglich ein Technikertreffen, Podlove, Podcaster, Workshop, genau, ne, und es ging nur um Technik. Nur die, nur die erste Instanz, also das Podlove Developer-Wochenende, das war dieses, es ging nur um Technik, aber schon dann der zweite Termin hat man gesagt, ja okay, es macht keinen Sinn, nicht nur die Techniker einzuladen, sondern auch einfach alle, die sich fürs Podcasting interessieren und diese Podlove Software benutzen, da gibt es ja verschiedene Richtungen, was ist das alles, aber können wir ja vielleicht auch noch später eingehen, falls noch Zeit ist, die wurden da eingeladen und das war auch diese Veranstaltung, die ich gerade meinte, wo ich dann auch da war und die gab es dann zweimal im Jahr und ich war immer einmal im Jahr meistens immer zur Republika dann halt oben in Berlin und hab mich dann da so um die Vortragsaufzeichnung von der Veranstaltung gekümmert. Aha. Und aus der PPW ist dann später die Subscribe geworden, einfach nur durch Umbenennung, aber das Prinzip ist dasselbe geblieben, so genug für alle, die den Faden gerade ganz verloren hatten, also das sind so Einzelveranstaltungen im Podcast-Land, die sich so ein bisschen überkreuzen mit Veranstaltungen vom CCC, wie du sagst, Easter Hack, das ist ja jetzt nicht, Podcasterinnen treffen, aber teilweise sind es halt die gleichen Menschen und unterstützen sich halt gegenseitig, zum Beispiel mit Videoaufzeichnungen. Wie, wie, sollen wir das WOC eben jetzt ansprechen? Ich meine gut, Sendungsbewusstsein 24 ist natürlich ein schöner Hinweis, aber für, für ganz kurz, in a nutshell, was ist das WOC? Das WOC ist ein Kollektiv, das quer über ganz den deutschsprachigen Raum verteilt ist, teilweise sogar auch Richtung Niederlande und wir haben halt so Hardware-Kits, also so Flight-Cases auf Rädern, die wir mit der Spedition durch die Gegend schicken, um Veranstaltungen, die wir mögen und die uns mögen, aufzuzeichnen und zum Beispiel auf unsere Plattform media.ccc.de online zu stellen. Genau, und das erklärt auch mein Eingangssatz, dass ich sagte, ich kenne dich vom Podstock, wo du mit der Kamera angekommen bist. Claudia, bitte. Genau. Genau, und vielleicht so, woher kommt WOC von Video Operation Center? So für alle, die das vielleicht auch noch nicht gehört hatten. Genau, das ist halt dieses, die Netzwerkleute auf dem Kongress hießen halt NOC, die Telefonleute auf dem Kongress heißen halt POC, und so hatten wir uns damals halt VOC genannt. Aber nicht zu verwechseln mit dem Waffle Operation Center VOC. Ja, das kam dann später nach. Genau, aber so zentrale Infrastruktursachen sind halt so die, die in Anführungsstrichen OCs, also irgendwelche Operation Center für diverse Sachen gibt's, die halt wirklich für Kongress dann halt diverse Infrastruktursachen eben machen und Netzwerk, Telefon und halt eben genauso eben Video, das sind so eigentlich so diese Kern-OCs in Anführungsstrichen. Genau, aber das ist halt, es gibt ja niemand, der die Regeln da festlegt, wann ist ein OC ein OC? Es gibt halt wieder ein Wiki und tatsächlich regelmäßig, da ich in dem Wiki auch so ein bisschen administrativ tätig bin, bereinige ich dann mal wieder die Tabelle, damit man auch versteht, was denn diese einzelnen Teams eigentlich macht. Und meistens ist das halt wieder, wer macht, hat recht und dann bleibt das auch so bis zum nächsten Jahr. Okay, also lauter OCs, aber keine Esel. Das ist gut. So, also du bist da so reingeraten, also wir waren stehen geblieben, du gehst zu Subscribe und dann wirst du plötzlich festerfreier Mitarbeiter vom Bayerischen Rundfunk und übernimmst da die Audio, was sag ich, Distribution. Also das war ja nur ein Weg, also das, ein Kollege an der TUM, mit dem ich das Android-Praktikum gemacht habe, hat das auch schon erzählt, dass er da jetzt mit seinem Freund und Mustafa zusammen da jetzt an so einer digitalen Garage am BR so ein paar Prototypen bauen und das, ich fand halt diesen öffentlich-rechtlichen Ansatz, also dieses, wenn du in dieser Welt heutzutage was bauen möchtest oder ein Problem lösen möchtest, dann musst du dir immer überlegen, ja, wie kriege ich denn jetzt Geld rein, wo verdiene ich da Geld und um die Priebskosten und die Leute zu zahlen, die das weiterentwickeln und ich sehe halt, dass nicht, du kannst nicht jedes Problem irgendwie kommerziell lösen, ja, so Wohnungsbörse oder sowas, WG gesucht oder sowas, diese Webseite, eigentlich möchtest du auf diese Webseite hingehen, irgendwie einen Fragebogen ausfüllen und dann die zwei, drei Vorschläge bekommen, mit dem, mit dem du, ja, mit den Leuten, wo du vielleicht in eine WG einziehen könntest, jetzt als Student oder sowas. Das ist aber kein Interesse von dem Betreiber, ja, der Betreiber möchte, dass du möglichst lang auf dieser Webseite bist und möglichst viel von der Werbung, die da ist, siehst. er hat keinen Anreiz, die Webseite irgendwie besser zu machen, weil er halt einfach der Marktbeherrscher ist, ja. Und da als Gegenmodell dafür diesen öffentlich-rechtlichen Ansatz, wo man sozusagen, wir als Gemeinschaft sagen, okay, dieses Thema ist so wichtig, da drücken wir jetzt so ein bisschen Geld dafür ab, dass da neutrale Dienste bereitgestellt werden. ist einfach ein schöner Ansatz und müsste man eigentlich für viel mehr Sachen da draußen machen. Ist halt schwierig jetzt mit diesen historisch gewachsenen Organisationen, die natürlich wieder an sich auch wieder Probleme haben. Aber den Ansatz an sich finde ich schon interessant und dann dachte man halt nach dem Studium, dann schauen wir uns das halt jetzt auch mal von innen. Also das heißt, der BR fördert ganz konkret offene Projekte? Zumindest da hat er es halt so gemacht, ja. Da hat, die, die haben glaube ich damals, wie war denn das genau, die kannten Erik irgendwie so oder das Podlove-Projekt irgendwie so und haben ihn dann halt einfach mal als Remote-Arbeiter angestellt und da dürfte einen Tag die Woche an Podlove arbeiten, bezahlt vom BR. Wow. Ja, das war jetzt so ein bisschen so eine Zeit, wo der Tim Britleif auch immer wieder gesagt hat, wie unterirdisch die Audio- und Demand-Versorgung oder Podcast-Versorgung von öffentlich-rechtlichen Anstalten ist und da sind dann teilweise auch, die sind so ein bisschen auf so eine Podcast-Welle, auf die zweite glaube ich war das, wenn wir jetzt von der dritten reden, aufgesprungen und haben gesagt, ja wir machen jetzt so Radio-Labs, wir gucken mal, was ist denn das Radio von morgen, wo sind denn die Hörenden, wo können wir die denn irgendwie so bedienen, dass wir nicht irgendwie völlig belanglos werden, sondern dass wir auch noch irgendwo mitspielen in diesem ganzen Zirkus der Audio-Angebote und da hatten die dann plötzlich auch so ein Auge auf Podcasts beziehungsweise erstmal nur diese Zweitverwertung, also dass man Sendungen, die über Tag im Linearprogramm gelaufen sind, dann nochmal on demand irgendwo sich runterziehen konnte und da kann ich noch erinnern, dass der Tim immer sagt, das ist kein Podcast, ihr müsst da auch ein RSS-Feed einbauen, dann kam irgendwann so ein RSS-Feed, dann hat er aber geschimpft, dass das alles irgendwie so unkomfortabel ist und so umständlich und man könnte doch einfach diesen tollen Potluff-Button nehmen und da einbauen und ich hab so gedacht, naja Tim, also das ist einerseits ein privates Projekt, so Potluff-Button, nice to have, wer da gerade so mitmachen will und auf der anderen Seite dann diese Tanker, diese öffentlich-rechtlichen Anstalten, das passt irgendwie nicht zusammen, aber er hat mich eines Besseren belehrt, die haben dann tatsächlich seinen Button, den Potluff oder euren Button dann auf ihre Webseiten übernommen, das hat mich damals schon sehr gewundert. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie die Entscheidung da war, wie die dazu gekommen sind? Also ich glaube, du beziehst dich jetzt vor allem auf die Deutsche Welle, die das als erstes glaube ich gemacht hat oder der Deutschlandfunk kann sein, Deutsche Welle es war ja wieder was anderes. Also tatsächlich, ich habe mal versucht so eine Timeline zusammenzustellen und da war es schon irgendwie so, dass Apple im Juni 2005 irgendwie RSS-Feeds in iTunes 4.9 angebaut hat und tatsächlich hat dann Chaos Radio im November RSS-Feeds bekommen und der NDL als erster öffentlich-rechtlicher auch direkt drauf, also im selben Monat und dann haben schon die anderen da auch nachgezogen. Also das ist Feeds hatten die schon von Anfang an, allerdings halt, also da gibt es, die haben halt keine Episodenseite oder sowas, das war halt einfach ein Ausspielweg für die Audios, die sie eben CMS hatten, um sie irgendwo einzubinden und dann gab es halt jetzt den weiteren Ausspielweg, wie du sagst, Zweitverwertung oder Drittverwertung dann halt als RSS-Feeds, damit es halt auch in iTunes drin ist. Das war eh so ein Nebeneffekt, dass es dann halt die erste öffentliche Schnittstelle war, die jeder benutzen kann. Aber immer so ein bisschen stiefkindlich, also da war ja nicht so richtig viel Liebe drin, das war glaube ich irgendwann mal so ein Vorwurf von Tim auch, dass das alles so, ja es ist halt da, aber es ist unkomfortabel und ja so, das geht doch alles besser, so der typische Tim-Brittler-Stil, das geht doch besser. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den anderen LRAs, sagen wir immer, also Landesrundfunkanstalten waren, ich kenne es halt jetzt zur Erzählung, wie es beim BR war, da hat, beziehungsweise, da gab es ja auch Leute in dieser Abteilung, Daniel Büchle zum Beispiel, die eh schon immer in die Community relativ gut kannten, beziehungsweise, Markus Schuler war ja dann auch oft der Subscribe und hat, hat in Berlin und hat da explizit eingeladen, also den Vortrag kann man sich gerne nochmal anschauen, der ist ganz witzig für die Historie und das heißt, man kannte das dann eh schon, ja und dann haben sie natürlich auch, als es dann da ging, das Podcast Center, da ist so eine Deadline, müssten wir jetzt endlich mal neu machen, wir lassen es doch dieses neue Sonderprojekte-Team, in dem Erik und dann eben Christoph auch mit drin war, da einfach mal einen neuen Produkttyp machen, als Zwischenlösung und dann haben die, die Abteilung hat auch nochmal so eine Design-Thinking-Gruppe, also beziehungsweise in der Zwischenzeit heißt die Gruppe Phase Null, also Leute, die jetzt eher methodenweise die Leute einladen, um halt überhaupt rauszufinden, was wollen die überhaupt, weil der Kunde weiß ja nie, was er möchte, da kann der nicht sagen, okay, ich möchte jetzt eine Webseite, ich möchte jetzt einen Podcast, ich möchte jetzt dies und jenes, sondern es soll irgendein Ziel erreicht werden und dann muss man, schaut man halt, wie man da hinkommt und da haben sie sich halt als extern den Printlauf auch mit eingeladen und dann gab es halt so einen zwei, drei-teiligen Workshop, wo das halt einmal aufgearbeitet wurde und dann gab es irgendwie einen Ausleger, der sich um die Technik gekümmert hat und ein anderer Ausleger hat mal ein Design entworfen oder mehrere und dann hatte man halt die Basis nach diesem Workshop da, wie man es umsetzen könnte und dann haben die Kollegen das dann halt auch umgesetzt und also genau, wer mehr dazu wissen möchte, da gibt es eben einen Vortrag auf der Subscribe in München dann, Link gibt es dann in den Shownotes, das ist noch die Zeit, wo es die Vorträge nur auf YouTube gab von der Subscribe. Genau, aufgenommen vom WOC, also von der Videogruppe. Genau, da war ich dann wahrscheinlich am Mischer oder an der Kamera oder sowas. Ja gut, und dann haben die das halt übernommen, diesen Podcast Ausspielweg, den jetzt, müssen wir vielleicht mal ein bisschen sortieren, wir haben den Podcast Subscribe Button, also das Ding, was es leichter macht, ein Abonnement von einer Webseite in seinen Podcatcher hinein zu bekommen. Das ist jetzt nicht Podlove Publisher, der Podlove Publisher ist das Ding, was wir auf unsere eigenen Webseiten einbauen, damit überhaupt das, was wir an Audio produzieren, in die Öffentlichkeit gepustet wird. Dabei entsteht ein RSS-Feed und diesen RSS-Feed, den kann ja dann der Hörende oder die Hörende in ihren Podcatcher übernehmen und um diese Übernahme zu erleichtern, gibt es halt diesen Button. Richtig, ich bin ja, was diese Techniken angeht, doch eher derjenige, der hier den unbedarften Menschen gibt. Ich habe vorhin so wahrgenommen, sowohl Lars als auch Sebastian sowieso, aber auch Claudia, ihr kennt euch alle damit viel besser aus als ich, ich könnte jetzt eigentlich mal schweigen, könntet ihr mal die Diskussion übernehmen an der Stelle? Also ja, zu 99% richtig, also es gibt dieses Podlove-Projekt, was Tim Podlove eben einmal gestartet hat und genau wie du sagst, dieser Podlove-Subscribe-Button ist eben dieser Button, der, den man sich entweder als, ja einfach so auf seine Webseite einbinden kann, der schon relativ alt ist, aber ja, machen wir erstmal die Übersicht von dem Projekt, dann gibt es eben den Podlove-Publisher, das ist eine WordPress-Extension, das heißt, wenn du PHP magst und das eh schon auf deinem Server laufen hast und da einen WordPress laufen hast, dann kannst du dir eben mit diesem Publisher-Extension relativ einfach das alles so konfigurieren, wie du es haben möchtest, irgendwie mehrere Feeds von verschiedenen Formaten, Shownotes, Kontributoren-Tabellen, ein Archiv und so weiter, das bringt dir alles mit, muss man halt alles entsprechend konfigurieren, ich empfehle dann das entsprechende How-To-Video dafür, wenn man das noch vorher noch nie gemacht hat, dann gibt es eben den Player, der jetzt eben neulich in einer neuen Version rauskam, das war bisher so, dass der einfach mitkam mit dem Publisher, aber wenn man jetzt irgendwelche andere Extension in seinem WordPress benutzt hat, um die Podcast zu verwalten und trotzdem den Podlove-Player haben wollte, dann konnte man sich den als Erweiterung installieren und das wurde jetzt eben geändert mit dem letzten großen Publisher-Release ist der Player, der fünf müsste es dann glaube ich sein, eben zum Default geworden und da kam dann auch so eine Meldung mit, ja, jetzt musst du dir auch diese Extension installieren, wenn du den neuen Player benutzen möchtest. Und nachdem er eben drei Monate im Test war, wo jeder, der ihn wollte, mal ausprobieren konnte und offensichtlich hatten das die wenigsten gemacht und so war halt in den ersten Wochen dann, wenn Leute das einfach so ohne sich zu informieren auf Update gedrückt installiert haben, hatten die dann halt ihre Probleme, bis die Kollegen das da halt gefixt hatten oder jetzt sind ja nicht alles Kollegen einfach die Mitarbeiter im Projekt, also das ist dann von allem Alex, der den Player gemacht hat, glaube ich. Genau. Ja, das kann man ja zum Beispiel sehr gut bei Jörn Schaar in einer seiner Ausgaben hören, ein bisschen Depri, wo er dann auch darüber berichtet, dass ihm sozusagen seine Webseite kaputt gegangen ist, weil er einfach Update gemacht hat und der Player war dann plötzlich weg, also dieses, du musst ihn nochmal separat installieren, das war eben nicht bekannt, nicht geläufig, irgendwie fehlte es da anscheinend an der Aufklärung oder irgendwie. Ich glaube, er hat ihn installiert, aber ist dann in einen Bug gelaufen und er wusste dann nicht, wie er wieder zum Vierer Player zurückkommt, weil das halt zu dem Zeitpunkt, Entwickler können keine Doku schreiben, weil die verstehen dann nur Entwickler, das muss immer jemand anders machen und gerade wenn du so vorne früh dran bist, dann musst du halt eigentlich die Doku schreiben, aber wenn du noch nicht weißt, wo, dann ist es die Frage. An der Stelle wird es aber ein bisschen kreisförmig, wenn du in einen Fehler läufst, also das Update wird dir angeboten und du installierst dieses Update, schaltest auf den Player 5 um und du hast keinerlei Informationen darüber, dass sich nun etwas signifikant geändert hat und es läuft jetzt einfach nicht mehr, es gibt keinerlei Dokumentationen und auch keinerlei Informationen darüber, es hat sich was geändert, wo soll die Doku dann auch herkommen, wenn dann der normale, normale Benutzer, der guten Willens dieses Update installiert, an der Stelle dann einfach vor die Wand knallt, also ich kann den Frust auch verstehen, ich habe den, ich habe den Weg auch mitgemacht und war dann auch eben überrascht, dass es keinerlei Dokumentation an der Stelle zu diesem, zu diesem anderen Verhalten gab, beziehungsweise du hast sie nicht gefunden, sie war für die Was heißt, was heißt sie nicht gefunden, wo war er denn, es gibt einen alten Thread im Sendegate, ich glaube vom Januar, aber das an der Stelle, es gab den, irgendwann später den Hinweis, man muss glaube ich Player 5 installieren, wenn man das dann auch gemacht hat und den Player dann konfiguriert hat, lief es eben trotzdem nicht, weil auch noch die Templates geändert werden mussten, das stand nirgendwo. So, dann müssen wir jetzt ein bisschen mehr Tools mit der Info traue ich mich jetzt vielleicht dann auch wirklich bei mir abzutaten. Nein, also nach sieben Jahren, nach sieben Jahren Projektmanagement, Webentwicklung muss ich ja sagen, Doku schreiben habe ich jetzt tatsächlich selber irgendwie zwei, dreimal auf dem Weg auch selber auf dem Tisch gehabt, weil letztendlich auch die Übersetzung zwischen Programmierer zu User ist manchmal auch nicht so ganz einfach, also das ist tatsächlich nochmal eine völlig andere Sprache, auch wenn es beides irgendwo am Ende Deutsch oder Englisch ist, es ist trotzdem knifflig, also das kommt ja auch noch dazu. Ja, und da ist es halt auch ein verschiedenes Deutsch und verschiedenes Englisch, ja, das ist, da hast du nochmal spezielle Begriffe, ja, also gerade in dieser LAA, in ARD-Welt, da gibt es dann so feststehende Begriffe wie Senderei oder Ausstrahlung und das ist halt in dem dortig üblichen Datenmodell ein klar definierter Begriff, für den es dann auch in den englischen Begriff geht, der eins zu eins gemappt, also in Bezug gesetzt werden kann, aber wenn du halt diese Sprache nicht kennst, dann kannst du damit halt nichts anfangen und in dem Moment, wo ich damals Studieren angefragt habe, war halt meine Sprache da auch kaputt, also ich konnte dann mal danach, wenn du dich nicht mehr gewohnt bist, mit normalen Menschen zu reden, dann verlernst du halt auch einfach, wie man nicht technisch Dinge formiert, weil es in diesen Spezialfachbegriffen halt viel, viel schneller geht. Naja, klar, aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht von dem Player 5 Problem ablegen, ich glaube, das haben nach wie vor ausreichend Leute. Genau, also generell Softwareentwicklung mal so ein grober Crashkurs. Wer ist denn da jetzt eigentlich Entwicklerin, Entwickler, wer macht denn diesen Player jetzt eigentlich? Und zweite Frage, ist das dann etwas, was quasi der BR finanziert und wir bedürfen das dann quasi als Zweitverwertung in unserer Podcast-Landschaft benutzen oder ist das immer noch ein Hobbyprojekt vorrangig und der BR darf das sekundär benutzen? Wo ist denn jetzt das führende Ding eigentlich? Okay, also Open-Source-Projekte ist erstmal so, die sind halt als Projekt so in der Welt und jeder kann sagen, okay, ich würde denen jetzt gerne mal Geld gelten, damit dieses und jenes Feature entwickelt wird und dann schaut sich das Projekt das halt meistens so an und sagt, ja, das passt irgendwie mit unseren Zielen zusammen, lass uns das doch mal jetzt dieses Jahr oder dieses halbe Jahr umsetzen. In konkreten Fall mit dem Podlove Player 5 war das, glaube ich, der Spiegel, der da über so einen Dini-Grant oder sowas sich beworben hat, das Geld bekommen hat und dann eben an das Podlove-Projekt weitergegeben hat, um diese Weiterentwicklung zu machen und da hat eben konkret beim Player 5 der Alexander Heimbuch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, halt den Player da mal in neu gebaut mit den aktuellen Technologien, wie man das jetzt heute sozusagen mal frisch anfangen würde, neu machen würde. Und solche Open-Source-Projekte, die haben, der Quellcode liegt dann meistens immer in so Versionsverwaltungssystemen, zum Beispiel Git und dann gibt es halt verschiedene Stellen, wo die einem im Internet erlauben, so ein Git-Repository irgendwo abzuspeichern. das Bekannteste davon ist, glaube ich, GitHub. Und bei GitHub selber kannst du dann neben dem Code auch irgendwie so Issues, also Fehler oder Themen, über die man mal diskutieren müsste oder Ideen, die man hat, anlegen. Teilweise geht das auch wirklich in Diskussionen, also bei manchen Projekten ist es so üblich, dass du, wenn du eine Frage hast, immer ein Issue anlegst. Bei vielen anderen ist es einfach, wenn du einen Bug findest, dann leg doch am besten da mal ein Issue auf GitHub oder wo auch immer das Projekt ist, an, damit es eine Nummer hat, sodass man auch referenzieren kann mit, ah, okay, der Bug 27.11 ist jetzt behoben. Und dann kann ich mir zum Beispiel merken, ah, okay, wenn der Bug 27.11 behoben ist, liebes GitHub, dann schick mir doch mal eine E-Mail oder sowas. Und diese Fehlerbehebung, die fasst du dann immer in sogenannte Releases zusammen, die bekommen dann so eine Versionsnummer. Also die ist dann meistens dreistellig, wie zum Beispiel 1.5.7 oder sowas. Und je nachdem, wo sich die Versionsnummern da ändern, weißt du auch, ah, das ist jetzt ein großes Update oder, ah, das ist nur irgendein kleines Problem, was jetzt behoben wird. Also wenn ich jetzt die 1.2.8 installiere und ich hatte vorher die 1.2.7, weiß ich, ah, okay, das kann ich bedenkenlos installieren. Das ist nur irgendein kleiner Fehler, der da jetzt behoben wird. Für jedes Release gibt es dann auch auf GitHub zum Beispiel Release Notes, auch in diesem Fall. Und dann siehst du genau, wenn es gut gemacht ist, was man aber eigentlich als Software-Engineer dann schon irgendwie, das ist der Anspruch an einen selbst, dass man, wenn man Release macht, dass man dann auch vernünftige Release Notes dazu schreibt, wo dann wieder diese Tickets oder die entsprechenden, das nennt sich dann Pull Requests, heißt, also ja, es ist eine andere Art von Vorschlag, was man im Code ändern kann, aber wenn man schon Entwickler ist und auch weiß, was man ändern muss, dann stellt man eben so einen Pull-Kurs bei GitHub, werden dann referenziert und dann hast du halt so eine große Liste, wo du siehst, was hat sich geändert, wer hat das vielleicht beigesteuert, also das ist dann der Contributor, die werden also dann namentlich auch genannt für den Fame, in Anführungsstrichen. Ja, so richtig. Und wenn du das dann jedes Mal lesen würdest, dann würde dir auch auffallen, ah, okay, da macht es gerade einen Sprung, vorher war es die 1.2.15, jetzt ist es gerade die 1.3.0, ja, so Punkt Nuller muss man immer erst mal die am besten nicht gleich installieren, sondern erst mal auf einer Testinstanz schauen, ob es so funktioniert oder schauen, was die anderen Kollegen so sagen, die dieselbe Software einsetzen und genau so muss man hier halt auch vorgehen. Ja, wenn es so eine Punkt Null-Version geht, dann eben nicht gleich das Update installieren, sondern vielleicht dann eher erst mal bei irgendeiner Testinstanz oder bei irgendeinem Podcast, wo schon seit drei Jahren keine neue Folge mehr da ist, wo man mal ein bisschen spielen kann. Also das widerspricht aber ja schon ein bisschen so dieser Wald- und Wiesen-Empfehlung, immer alles auf dem neuesten Stand halten, wegen Sicherheitsbedenken, also wenn da irgendwo ein Loch entdeckt wird und das wird halt über Nacht durchgefixt, das hat man möglichst sofort am nächsten Tag irgendwie dieses Update zieht. Das ist ja so ein bisschen die stehende Sicherheitsempfehlung, aber wenn ich dich jetzt so verrichtig höre, wenn hinten eine Null steht, dann lieber erst mal die Kinderkrankheiten abwarten, dann dieses Sicherheitsrisiko, was möglicherweise existiert, einfach mal in Kauf nehmen. Naja, Sicherheitsprobleme werden ja auch in den alten Versionen dann weiterhin gefext, also oder behoben ist der deutsche Begriff dafür. Da siehst du ja zum Beispiel, also wenn du jetzt solche Softwareprojekte wie Debian nimmst, die für einen Stable-Release, was die draußen haben, gibt es ja dann eine Community, die dich für die nächsten fünf Jahre noch weitere kleine Miner-Versionen, also wenn sich nur die letzte Versionsnummer, der letzte Teil der Versionsnummer endet, heißt es Miner-Version, erzeugen, um eben Sicherheitsprobleme, die wirklich gravierend sind oder die kritisch sind, dann halt auch für dieses alte Release weiterhin zu beheben. Da kommen halt keine neuen Features mehr dazu, aber zumindest alle Sicherheitslücken werden gestopft. Okay. Was war denn jetzt der Grund zu sagen, also früher hat man den Podlove-Publisher bekommen und da war der Player mit drin und jetzt bekommt man den Podlove-Publisher und muss den Player nochmal separat installieren. Das heißt, diese beiden Sachen sind auseinandergezogen worden. Das hat ja meistens gute Gründe. wenn man so eine Architektur ändert. Was ist denn der Vorteil, dass es jetzt getrennte Angebote sind? Also wenn ihr das genau wissen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich auf diese eine Freakshow-Episode, wo sowohl Alex als auch Eric zu Gast waren und das jeweils in so einer Ein-Stunden-Segment einmal erklärt haben. Das war für mich eine sehr interessante Folge, aber ich bin halt auch Entwickler und verstehe, was die da sagen. Da fehlte wahrscheinlich einmal noch die Übersetzung für die gemeinen Nutzer, damit ihr auch versteht, was da, genau, was da los ist. Und da wurde das auch schon so angekündigt mit diesem drei Monate Testzeitraum und dann, damit man halt mal vorankommt, muss man es dann halt mal auf das normale Release reintun. Anders kommst du halt nicht voran. Irgendwann musst du die Leute zu ihrem Glück zwingen. Soweit ich es verstanden habe, war ein Grund dafür, dass der neue Player jetzt viel mehr UI, also ein Nutzerinterface bekommen hat, mit dem man den viel genauer einstellen kann, ohne dass man jetzt an den Code ran muss. Und für Alex war es dann halt dann sinnvoller, das als eigene Extension oder eigenes Plugin für WordPress zu machen, als das dann doppelt, einmal, wenn man ihn so installiert und einmal, wenn man ihn mit dem Publisher mitbekommt. Aber es ist am Ende halt einfach eine Designentscheidung, was da halt einfach mehr Sinn so ergeben hat, ja. Das verstehe ich ja als dummen User ja auch sofort, dass wenn ich an zwei Stellen Arbeit investieren muss, dass ich dann lieber sage, nee komm, ich kümmere mich um eine Stelle und an die andere Stelle, da wird das irgendwie geschickt integriert. Ich meine, das ist ja ohnehin, soweit ich so zum Beispiel, wie heißt das denn hier, CSS oder sowas mal mitbekommen habe, dass man Sachen auslagert und immer wieder wie so Textelemente, wie so Textbausteine in anderen zum Beispiel HTML-Seiten wieder einbindet. Also dass man das nicht jedes Mal da reinschreiben muss, sondern dass man das so auslagert und dann nur so referenziert eigentlich. Das ist ja ein gar nicht so unbekanntes Prozedere in der Software-Welt. Genau und in den heutigen Web-Frameworks, also Bibliotheken, die man im Web so benutzt, damit man eben nicht alles immer neu erfinden muss, sondern man legt sich da solche Bibliotheken mit falschen Lösungen an, die man dann halt in seiner Webseite einbindet, nennt sich dann sowas Komponente, also Component dann halt auf Englisch und das musst du dir so vorstellen, wenn du jetzt HTML kennst, also das ist das mit den spitzen Klammern, was du eben mit CSS formatierst, wir hatten es ja vorher schon, du kannst dann jetzt neue Elemente da hinzufügen, wenn du einen Player haben möchtest, dann schreibst du einfach nur spitze Klammer Player, gibst dem ein paar Attribute mit, zum Beispiel welche Datei du abspielen möchtest, also über eine URL zum Beispiel und dann baut der da einen schönen Player mit Kapitelmarken und sonst irgendwas ein, ohne dass du da jetzt das Stück JavaScript einfügen musstest. Und das ist halt so Techniken, die jetzt in den letzten paar Jahren dann erst zum Standard geworden sind und genau das macht dieser neue Player wohl auch, also ich glaube, das ist auch in React geschrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe, was im einen von diesen neuen Frameworks ist, andere Namen, nur damit man es mal gehört hat, wäre irgendwie Angular oder Vue.js. Das ist halt so, wenn man in JavaScript heutzutage was entwickelt, ist das so der State of the Art. Der Player ist in Vue.js tatsächlich geschrieben. Ah, okay. Genau, aber die sind sich da alle relativ ähnlich. Die haben halt immer noch mal geschaut, was kann man besser machen. teilweise sind es auch irgendwie die großen Konzerne, die dahinter stehen, wo dann natürlich dann der eine Große nicht das vom anderen Großen nehmen kann und dann nochmal selber was machen muss, aber insgesamt befruchten sich diese Communities eigentlich relativ gut gegenseitig. ja. Ja, dieses Open Source Software entwickeln ist ja wirklich ein Faszinosum. Also ich kriege das nur so ein bisschen aus der Entfernung mit. Sebastian hatte mir das auch mal versucht ein bisschen zu erklären. Also dass man tatsächlich an einem gemeinsamen Ding arbeitet, ohne unmittelbares kommerzielles Interesse, sondern mehr so für die Gemeinschaft, quasi für das Gemeinewohl, natürlich aber dann auch, wenn man irgendwas davon gebrauchen kann und zum Beispiel auch kommerziell irgendwie einsetzen kann, dann wiederum das benutzt. Aber es ist nicht sozusagen erstes Ziel. Das ist so ein bisschen für Nicht-Techniker oder Programmierer ist das so ein bisschen schwer zu begreifen. Also dieses wir arbeiten gemeinsam und dann doch jeder für sich irgendwie diese Mischform. aber das ist genau dieses Open-Source-Gedanke, der auch dem Podlove-Player, dem Podlove-Plugin und dann auch dem Subscribe-Button entspricht. Studio Link ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Also du verdienst dann dein Geld halt eher mit dem Service drumherum, mit dem Support oder mit der Weiterentwicklung und nicht mit dem Code selber, sondern da setzen dann alle anderen einfach wieder drauf auf und so wird die Welt insgesamt besser in Anführungsstrichen. Ach, könnten wir das nicht in anderen Bereichen auch haben, bitte? Es klingt so ideal, also ich höre das immer sehr gerne, dass man sagt, ja, da ist ein Projekt auf GitHub, das habe ich mir mal angeguckt und dann habe ich einen Fehler entdeckt und dann habe ich eben da so einen Fehlerbericht geschrieben und am besten gleich noch die Zeile so korrigiert, wie ich denke, dass es besser funktioniert. Ich habe das mal gesehen, da wurde einfach dann eine Zeile dupliziert und die in anderer Farbe dargestellt, so nach dem Motto, das ist die alte Version, das ist die neue Version, das ist mein Vorschlag sozusagen für die neue Version und irgendwann wird das dann vielleicht mal vom Hauptautor oder der Hauptautorin dann ja offiziell gemacht, diese neue Version, irgendwie so auf so eine magische Art und Weise entstehen da Sachen, dadurch, dass verschiedene Menschen einfach freiwillig daran arbeiten. Für mich ist das so eine etwas schwer greifbare Welt, muss ich wirklich sagen, aber ich stehe da staunend und bewundert davor. Also wie gesagt, das ist halt auch immer, wenn du jetzt, wenn ich jetzt das vergleiche wie wir Software jetzt in der Arbeit entwickeln, das sind halt nicht nur Entwickler drumrum, sondern da gibt es ja auch einen Projektmanager, der die Kommunikation übernimmt. Es gibt Leute, die sich um die Qualitätssicherung kümmern, also den Code, den du schreibst und die UIs mal so benutzen, wie du es als Entwickler natürlich nicht dir denkst und dann eben auch wieder Tickets anlegen, eben Bug-Tickets dann, die du dann wieder behebst und das fehlt dir halt alles so ein bisschen in so einem Open-Source-Projekt, weil halt die anderen Leute oft nicht wissen, wie das da geht. Also deswegen versuche ich es ja hier jetzt auch mal in, hoffentlich allgemein verständlich zu erklären, wie man so ein Issue anlegt und wie dann der Prozess dahinter auch funktioniert. Also das heißt, nicht gerade die absoluten Nürbens wie ich, aber Leute, die ein kleines bisschen mehr Durchblick haben, die sind wirklich eingeladen, herzlich eingeladen, sich sowas anzuschauen, auf Herz und Nieren zu testen, vielleicht auch mal gegen den Strich zu bürsten, wie das ja so Hacker-Mentalität eigentlich ist, also nach Gebrauchsanweisung vorgehen ist ja eher so uninteressant, mal gegen die Gebrauchsanweisung benutzen, mal sehen, was passiert und die Erfahrungen, die da gemacht werden, dann den Autorinnen und Autoren wieder zurückspielen. Das ist echt eine Einladung, ne? Auch so Leute wie du, ja, wenn du feststellst, da ist irgendwie ein Fehler oder hey, das könnte man doch hier besser machen, dann schau einfach mal, dass du das entsprechende Projekt im Web findest, also entweder ist es bei GitHub oder irgendwo anders noch und schau dann in den Issues, ob das jemand anders schon mal gemeldet hat, das Problem und wenn du es dann nicht findest, dann leg einfach ein neues Issue an, da ist meistens so eine Vorlage, an der du dich halten kannst, also welche Version benutzt du oder poste doch bitte einen Screenshot mit rein oder sowas und das hilft uns Entwicklern schon wirklich, weil wir sie dann halt einfach strukturiert abarbeiten können und mir ist sowas viel lieber, als wenn mir irgendjemand eine E-Mail schreibt oder auf Twitter sagt, dass da ist dieses und jenes Problem, wenn der dann gleich ein Issue dafür anlegt, dann bekommt er halt auch vom System wieder mitgeteilt, wenn das Problem dann behoben ist, ohne dass ich als Entwickler jetzt selber nochmal manuell was kommunizieren muss. Ja, ich glaube, das ist vielen Fremden, also mit diesem GitHub, ich habe das aus verschiedenen Quellen jetzt auch schon mitbekommen, dass solche Sachen entwickelt werden, ich habe da auch schon das eine oder andere Mal drauf geschaut, aber es ist ja auch nicht gerade selbsterklärend, also wenn dir nicht mal jemand zur Seite gestanden hat und gesagt, guck mal, du kannst den Knopf drücken und den Knopf drücken, dann machst du auch nichts kaputt, du löscht damit nicht plötzlich irgendwas oder so, schaue ich mir solche Sachen ja doch eher aus der Entfernung an, bevor ich da irgendwas tue, weil ich tatsächlich Angst habe, ich mache da jemandem die Arbeit kaputt, aber das kann man eigentlich nicht. Nee, also bei jeder Websoftware, die vernünftig programmiert ist, kannst du, wenn du jetzt nicht gerade Adminrechte hast oder so, weil du es selber angelegt hast, siehe Cello-Karten, kannst du eigentlich nichts kaputt machen oder es gibt immer einen Weg, wie man einfach wieder rückgängig machen kann. Ich kann auch Trello-Karten kaputt machen. Das schaffe ich auch, aber nee, okay, das ist ja nun wirklich eher der seltene Ausnahmefall. Ja, das ist schon spannend, finde ich, also dass wir als Benutzer auch so aufgefordert sind, da hereinzugucken. Aber nochmal zur Frage, also diese Entwicklung, dass der Podlove-Player, der hat jetzt, irgendjemand ist Eltern, irgendjemand gibt es Vater, Mutter, Hauptautorin, Hauptautor, der das sozusagen führt, diese Entwicklung. Und die anderen kontribuieren, also arbeiten dazu. Das ist schon so angelegt, so ein bisschen hierarchisch. Der Begriff ist immer, es gibt einen Maintainer, also mir fällt jetzt leider keine gute deutsche Übersetzung dafür ein, aber das ist so die Person oder die Gruppe von Leuten, die gerade den Hut für dieses Teilprojekt oder diese Komponente auf hat. Und der kümmert sich dann darum, dass die Issues zum Beispiel kategorisiert werden, dass man sieht, okay, das ist nur ein Layer-8-Problem, also wenn der eigentliche Mensch dann das Problem ist, weil er das irgendwas nicht verstanden hat, was aber natürlich auch ein User-Experience-Bug sein kann. Also, wenn wir wieder auf dieses Beispiel, das wir vorher hier hatten, im Chat, mit dem der Player 4 wurde als Deprecated markiert und die anderen standen bei mir als veraltet, das Lachliche dann einfach daran, dass diese neue Zeile noch nicht übersetzt war. Da sah es so aus, als gäbe es da verschiedene Stufen. Version 1 vom Player ist veraltet, Version 2 ist veraltet, Version 3 ist veraltet und Version 4 ist deprecated. So war es tatsächlich, als ich bei mir im Backend war. Bei anderen, die später drauf geschaut haben, war alles veraltet, weil halt einfach deprecated mit veraltet übersetzt wurde. Aha. Das, ja, kann man machen, ja, ist aber blöd irgendwie. Was ist die technisch richtige Interpretation von deprecated? Deprecated heißt, das ist abgekündigt, das heißt, es gibt keinen, es wird demnächst der Support zum Beispiel dafür eingestellt oder sowas. Aber funktioniert noch immer. genau, es ist nicht kaputt, sonst könntest du das ja gar nicht mehr auswählen, sonst würde du das komplett rausnehmen und du kannst jetzt ja irgendwie noch die alten Player Version nehmen, ja, wenn du die, wenn du die schöner fandest oder sowas, geht der jetzt auch noch. Aber wenn du dann irgendeinen Bug findest, dann wird sich halt kein Entwickler mehr ransetzen und sagen, ja, okay, diesen Bug behebe ich dir jetzt, außer es ist vielleicht ein Sicherheitsproblem oder sowas. Das heißt eigentlich deprecated. Das ist aber natürlich schon ein Motivator dann eben umzustellen, dass Menschen eben sagen, ich würde jetzt gerne umstellen, damit mir das nicht irgendwann um die Ohren fliegt. Wenn also zum Beispiel irgendwann ein Publisher kommt, der eben für diese Player keinen Support mehr hat, dann ist es ja eigentlich nicht schlecht vorbereitet zu sein und eben zu sagen, ich fahre jetzt auch dieses Update. Genau, aber das ist halt, als Entwickler hat man halt nicht die Ressourcen dann auch noch sich darum zu kümmern, sondern man stellt das halt eine gewisse Zeit lang auf eine Testumgebung oder als Beta-Version zur Verfügung und irgendwann muss es halt weitergehen. Solange du keine Leute bezahlen kannst, damit die jetzt das ausprobieren, musst du dann irgendwann mal die Leute mehr dazu zwingen, dass es jetzt auch mal weiter getestet wird. Ja, an der Stelle sind wir uns vielleicht nicht ganz einig, die Leute dazu zwingen, es weiter zu testen. Also ich glaube, dass die Menschen, die es in dem Moment das Release eben installieren, schon davon ausgehen, dass es einen gewissen Reifegrad eben erreicht hat. Und es gab ja dann später eine Migrationsanleitung auf den Player 5 und wäre die eben ein paar Tage eher da gewesen und es taucht ja dann auch in dem WordPress-Admin, im Publisher ja auch ein Hinweis auf den Player 5 auf, hätte man in dem Moment einfach von dort hier, du kannst auf Player 5 umstellen, du musst aber hier noch was migrieren, schau mal auf diese Seite und dort einen Link angelegt. Ich glaube, dann wäre das alles halb so wild gewesen. Und die Reihenfolge war vielleicht ein bisschen fremd, weil wenn man eben nicht wusste, was dort überhaupt zu migrieren ist, dann kann eben auch die interessierte Community eben auch nicht helfen beim Doku-Schreiben oder so. Dort sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit. Alles andere, dass man irgendwann sagt, ja wir schneiden mal alte Zöpfe ab und sagen, natürlich konzentrieren wir uns irgendwann auf moderne Techniken und so, das ist alles ganz klar und in meinen Augen auch völlig logisch und so muss das auch sein, weil du kannst dich die ganze Zeit alle Stränge weiter pflegen, ganz klar. Nur an der Stelle eben war es eben schon so, wenn man dann im guten Glauben dem Update-Pfad gefolgt ist, ist man an der Stelle vor die Wand geklatscht. Und was ich zum Beispiel auch erlebt habe, war, als ich dann den Player 5 installiert hatte und es eben nicht funktionierte, weil ich nicht wusste, dass dort irgendwie Dinge lauern, ich zurück auf Player 4 geschaltet habe, das eben auch nicht ging, bis man einmal eben Cache und Reparaturfunktionen ausgeführt hat, nachdem man den Player 5 das Plugin einmal komplett deaktiviert hat. Das war also an der Stelle schon so ein bisschen, wenn man jetzt nicht weiß, wo diese Dinge sind, während Menschen, die einfach dieses Update durchgeführt haben, auch so ein bisschen in eine Sackgasse gelandet. Das war so ein bisschen schade. Also ich verzeige natürlich jetzt absichtlich mal die Extremposition als Entwickler, damit die andere Seite sozusagen auch mal da ist und wir eine schöne Diskussion haben. Das ist halt ein HNI-Problem. Wahrscheinlich derjenige, der diese Migrationsanleitung geschrieben hat, war wahrscheinlich kein Entwickler, sondern der war, ohne dass ich es jetzt weiß, Alexander. Okay, dann war er der Entwickler davon. Aber das siehst du dann halt auch erst, wenn die Probleme auftreten. Es wäre natürlich viel, viel schöner, wenn du auch da eine Möglichkeit hättest, dass du zum Beispiel erst an, bei Android ist es so, wenn du eine neue Version ausspielst, geht das erst mal an 10 Prozent deiner Nutzer. Und wenn die dann kein Problem haben, dann kannst du es auch 20, 30, 40 und so weiter hochdrehen. Ganz, ganz klar. Aber ich meine, wenn du die Einbindung änderst, dann wird es halt nirgendwo laufen. Das weiß man dann ja im Voraus. Wenn die Einbindung über das Embedding, über das Template geändert werden muss, das muss ja vorher aufgefallen sein, dass man dort Dinge tun muss. Und das war eben nirgendwo zu sehen. Also ich musste tatsächlich bei den Templates nicht anpassen. Aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Problem mit, dass es tausende Wiege gibt, wie du den einbinden kannst. Und dass du natürlich dann auch, gerade wenn du jetzt neu in das Projekt kommst, und Alex war ja sozusagen mit dem Podlove Player 5, ist glaube ich, sein erstes richtiges. Naja, ich weiß es nicht genau. Insofern, vorher hat sich jemand anders um den Player gekümmert. Und natürlich könnte Alex dann nicht die ganzen anderen Varianten, wie man diesen Player sonst noch einbinden kann. Und sowas siehst du dann halt erst bei breitflächigen Nutzertests. Ja, solange halt die... Ja, Entschuldigung. Du darfst. Der Weg, wie es eingebunden war, stand eben, war eins zu eins kopiert aus der Podlove eigenen Doku. Deswegen war das sicherlich eine Sache, die irritierend war. Ich möchte aber jetzt auch nicht irgendwie die, nur dass man das eben nicht jetzt in völlig falschen Hals bekommt, dass ich hier die ganze Zeit am Nörgeln bin. Ich finde das ja alles ziemlich großartig. Nur an der Stelle hat es halt einmal geknirscht im Getriebe und jetzt mit den Anleitungen, die Alexander bereitgestellt hat und so weiter, konnte ich ja alle Seiten nach und nach umstellen. Es gab dann noch ein, zwei Bugs, die waren dann gefixt. Die habe ich teilweise auch noch mitgenommen, aber jetzt läuft es überall ganz prima und das ist ein tolles Ding. Also bitte nicht falsch verstehen als total undankbares Rumgenörgel hier. Nur an der Stelle kann ich eben zum Beispiel Jörns Frust eben sehr gut nachvollziehen, dass auch als jemand, der sich selber mit Software beschäftigt und auch durchaus eine Testplattform hat und eine gewisse Experimentierfreude an einigen Stellen, wenn es eben keinen Hinweis darauf gibt, dass dort Dinge passieren werden oder so und man im Prinzip vor die Wand knallt und dann sagt, ich habe gerade eine blutige Nase, aber ich weiß nicht warum. Es kommt ein bisschen komisch und das war so ein bisschen der Punkt, glaube ich. Ich kann jetzt nicht für Jörn sprechen, aber ich glaube, das hat so bei Jörn ein bisschen geknirscht und bei mir eben auch. Das nur eben zur Klarstellung. Ja, also ich bin da auch Jörn über seine Einblicke, wie normale Leute denken, sehr, sehr dankbar. Ja, also deswegen höre ich auch seinen wäschentlichen Podcast da auch mal sehr gerne, weil du merkst halt überhaupt erst mal, ah, so kann man natürlich auch über Probleme denken, was mir ja gar nicht, also das kommt mir gar nicht in den Sinn. Ja, also sowas wie, wie man eine Anhängerkupplung da das Ding anschließt, das ist für mich offensichtlich, weil ich halt in einem Elektrofachbetrieb aufgewachsen bin. Ich weiß, dass man der Adel in Fülzen benutzt. Ich weiß, wie man das Ding drehen muss, dass es da reinkommt. Für mich ist diese Weltsicht gar nicht da, dass man dann dreimal zum entsprechenden Fachhändler fahren muss oder sowas. Und es gibt wahrscheinlich tausende Leute da draußen, die genau ähnlich denken, aber die es halt nicht so nach außen tragen und dann erfährt man davon gar nichts. Und deswegen ist ja auch jetzt so ein bisschen mal zu versuchen zu erklären, was denn die Hintergründe da sind, damit man es eben auch als Nicht-Entwickler mal versteht, wie Entwickler denken sozusagen. Ja, es ist total spannend. Ich finde das ja immer wieder, auch wenn Sebastian aufruft, wenn der Studio Link irgendwie eine weitere Entwicklung gemacht hat und ruft dann dazu auf, gib mir Informationen oder ich bin unbedingt einen Hinweis dankbar. In der Konfiguration A funktioniert es in Konfiguration B nicht, damit ich herausbekomme, was kann ich vielleicht noch irgendwie abfangen durch besondere Umstände oder so, dass er das freudig aufnimmt und ich verstehe ihn jetzt quasi stellvertretend für alle Menschen, die da sowas entwickeln, dass solche Hinweise freudig aufgenommen werden und nicht als Mangel und Beklagen und Mäkeln verstanden wird. Ich habe da manchmal so ein anderes Verständnis. Ich stelle was in die Welt, so wie ich meine, dass es halt gut ist, so eine Podcast-Episode oder so. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, wer hätte da nicht hier diese Pause rausschneiden können oder da habt ihr euch irgendwie nicht ans Thema gehalten oder was weiß ich, ihr habt die Trailer anmoderiert oder was da an Sachen kommen. Da ich dann denke, ja, dann lass es doch und benutze es doch nicht, hör es doch nicht. Dann einfach so eine gewisse arrogante, wegwerfende Haltung und höre nicht wirklich hin, was die Leute mir sagen wollen, aber ein Entwickler oder eine Entwicklerin macht das tatsächlich anders. Sie hört tatsächlich und versucht das Produkt einfach besser zu machen. Das ist eine ganz andere Denke. Du musst halt auch schauen, wie häufig kommt das. Das ist halt das Schöne an diesen Issue-Trackern, dass du da halt auch voten kannst oder mal bei GitHub sind es dann die Reactions, dass du halt da einen Daumen hoch oder sowas setzen kannst und wenn du halt dann so ein Issue hast, wo irgendwie 20.000 Leute sagen, das sollte man mal ändern, dann machst du dir halt mal Gedanken mit, okay, wie können wir dann jetzt ein System schaffen, wo wir es ändern können. Also, um konkret auf dein Beispiel zu kommen, ich fände es cool, wenn sich noch ein paar Leute finden würden, die sagen, okay, wir machen eine kondensierte Form vom Sendegarten. Die müssen jetzt nicht sozusagen bei, das ist dann einfach eine zweite Fassung, wie so eine Alpha und eine Beta-Version oder sowas von der Folgen, von der selben Folge und die gibt es vielleicht auch nicht immer, aber, also, wenn ich in meinen Podcast-Catcher reinschaue, wie viele ungehörte Sendegartenfolgen da drin sind, vielleicht, also ich habe ja immer schon mal noch auf meiner To-Do-Liste stehen, mal ein Script zu machen, was mir einfach an den Kapitel solche Podcasts, die so lang sind, einfach auseinander nimmt, sodass ich die einzeln weghören kann und dann auch weiß, welches Kapitel ich wie gehört habe. Meine App hat da zwar so eine Funktion, wo ich dann teilweise auch Kapitel in einer Reihenfolge hören kann und so, aber ich sehe dann halt oft, dass es einfach ungehört unten drin ist, was ich dann halt auch wieder schade finde, ja, weil am Ende ist es auch ein ganz netter Weg, um hier, was in der Community so passiert, auch so ein bisschen mitzubekommen, gerade eben mit dieser persönlichen Sicht jetzt drauf und nicht dieses, ach, das sind die nächsten Neuigkeiten aus der Podcast-Szene, dafür habe ich andere Podcasts, ja, zwar jetzt hauptsächlich im englischsprachigen Bereich, aber für mich ist es schon irgendwie so, um mitzubekommen, was zum Beispiel im Sende-Gate gerade passiert, weil ich lese nicht gerne, ich höre mir das viel lieber an und da, aber so weit komme ich halt oft gar nicht, weil ich den hinteren Teil bei euch gar nicht hinkomme, wenn ich nicht dann denke, einfach das zuerst zu hören und dann das Interview danach oder sowas, ja. Ja, gute Idee, quer mit Anfang. Die Kapitelmarke gibt es ja, ich gestehe ja, dass wir könnten noch mehr Kapitelmarken setzen, insbesondere während des Gesprächs, dass man da vielleicht nochmal das eine oder andere Thema rausholt, aber ehrlich gesagt, das ist mir zu viel Aufwand. Für mich, ich sitze hier sowieso schon zu viele Stunden und mir ist das dann einfach zu viel. Da bräuchte es halt auch mal einen Weg, wie man das als an die Community auslagern kann, dieses Kapitelmarken setzen. Gibt es auch noch keine gute technische Lösung. Könnte man sich mal was überlegen, wenn man mehr Zeit hätte. Achso, so wie früher die Shownote. Entschuldigung, Claudia, was? Nee, 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 ich fände das total geil, wenn es halt irgendwie was Einfacheres für Kapitelmarken gäbe. Also nicht, dass ich was dagegen hätte, grundsätzlich mir alles nochmal anzuhören, ja, also ganz im Gegenteil, aber es würde die Sache halt einfach deutlich verkürzen, wenn es da vielleicht irgendwie was Praktisches gäbe, weil ich denke natürlich auch während des Gesprächs nicht daran, dass ich irgendwo draufdrücke. Das ist ja irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich bin halt einfach so in dem Gespräch drin und denke dann irgendwo so drei Themen weiter, ah ja, hättest du eigentlich mal draufdrücken können, oder irgendwie Notiz machen, ja, und letztendlich läuft es doch jedes Mal wieder drauf raus, dass ich einfach alles nochmal höre und dann halt hinterher die Kapitelmarkensätze. Aber irgendwo, hm. Ja, es gibt Menschen, die können das besser. Geld ist nicht, ja, 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 wahrscheinlich liegt es einfach an mir. Ich habe da, nein, ich war mal Gast im Hör doch mal zu Podcast von Frank und Paula und Paula macht das tatsächlich ständig, während der, während, während man da spricht, wird irgendwie immer, ich weiß nicht, E gedrückt für Editmark oder was auch immer, also da wird ständig während der Produktion schon quasi die Kapitelmarke gesetzt. das habe ich mir damals, habe ich staunend angeguckt und gedacht, oh, könnte man vielleicht auch übernehmen. Andererseits, ich kriege das nicht hin, ich kann ja noch nicht mal den Chat mitlesen, während ich jetzt hier rede, wie soll ich dann noch gleichzeitig einen Knopf drücken und mir auch noch überlegen, wie könnte denn diese Kapitelmarke jetzt vielleicht benannt werden? Also das, das schaffe ich alles gleichzeitig nicht. Dafür reicht mein Intellekt nicht aus. Aber ich finde das schon als Idee total faszinierend, das quasi begleitend zu machen. Wer das kann, ist gut dran. Für so Interview-Podcasts, wo du vielleicht irgendwie dir 5, 6 Fragen vorher notiert hast, die du dann halt so abarbeitest, da ist das natürlich relativ easy gemacht, weil du weißt halt, okay, jetzt kommt Frage 2, jetzt kommt Frage 3 und so weiter und weißt halt eh schon, worum es geht. Aber wenn du dich halt einfach mal nett mit Menschen über ein Thema unterhältst, woher soll ich denn vorher wissen, wo die Person, mit der ich mich jetzt gerade unterhalte, einfach mal links abbiegt im Gespräch? Das ist so, so viele Glaskugeln habe ich jetzt nur nicht und ja, also das macht es natürlich dann hinterher in der Nachbearbeitung aufwendiger, macht es allerdings meines Erachtens auch für die Zuhörerinnen interessanter, wenn halt einfach ein Gespräch auch einen gewissen Verlauf einfach nehmen kann und dann eben nicht hingestutzt wird. Ich denke, da kann man auch, also da gibt es verschiedene Wege, wie man da rangehen kann. Klar, es hängt immer von deinem Format ab, wenn du dich eh vorher mit deinem Interviewgast unterhältst, welche Struktur haben wir denn so ein bisschen. Also ich mache da halt auch immer sehr viel mit Pads, wo dann der, wenn wir jetzt remote sind, der Gesprächspartner dann einfach mitschreiben kann beziehungsweise auch sieht, wo sind wir denn gerade hierarchisch, mache dann einzelne Überschriften oder sowas. Aber das hängt natürlich auch mal sehr ab, was es für ein Thema ist, wie viel mich da konzentrieren muss, so wie ich auch, je nachdem, ob es jetzt ein englischer oder deutscher Podcast ist, unterschiedliche Geschwindigkeiten da einstelle. Und klar, mit Transkripten kann man natürlich auch viel da machen. Also ich würde auch sehr gerne einfach Audiobearbeitung in Textform machen. Ich glaube, ich hatte da irgendein so ein Prototyp gesehen, aber zum Beispiel die ganzen doppelten Wörter rausschmeißen oder Amst einfach mit Suchen und Ersetzen einmal durch Leer ersetzen und der macht dann einfach das Audio da so richtig. Kann man sicher, als Softwareentwickler hat man natürlich viele Ideen, aber ja, am Ende muss man es halt auch momentan noch von Hand machen, bis das dann mal jemand gebaut hat und da halt in Reaper genannt ist. Ja, bei Transkripten haben wir ja ohnehin das Problem, dass wir da eigentlich keine europäische Lösung für haben. Aber ich lasse mich an dieser Stelle jetzt sehr gerne verbessern. Also da verweise ich jetzt auf die nächste Folge, die wahrscheinlich von meinem anderen Podcast ohne Namen, da haben wir auch so einen Abschnitt drin, genau zu dem Teil mit diesem, wie das heutzutage mit den Clouds und so weiter läuft. Natürlich kannst du die Software, die einfach so auch auf europäischen Server installieren. die Frage ist halt, mit was trainierst du dieses Zeug? Und heutzutage ist es halt mehr dieses Training, was der Aufwand ist. Klar, da haben so Medienunternehmen, die ganz viel Zeug als Text stehen haben, was dann Leute immer vorlesen zur vollen Stunde, gewisse Vorteile, um auch dann eigene Dinge zu trainieren. Wäre vielleicht auch mal eine Idee, ein öffentlich-rechtlicher Transkriptionsdienst oder sowas, kann man sich immer überlegen. Es hat wieder die Frage, wie man da kommerzielle von nicht kommerziellen Interessen dann wieder auseinander nimmt. Aber tatsächlich, wir haben in der ARD eine Lösung, die von Fraunhofer eingekauft ist, die halt mit eigenen Inhalten angelernt wurde, was dir halt gerade jetzt, wenn du Dialekte hast und so weiter, auch sehr helfen kann. Ja, es gibt ja alles mögliche Dialekte. Ja, ja, klar. Und das ist nämlich auch gerade die eigentliche Herausforderung da aktuell noch, halt die verschiedenen, entweder die Testdaten soweit auseinanderzuhalten und dann halt verschiedene Spracherkennungen für die verschiedenen Dialekte zu haben oder halt den System beizubringen, diese verschiedenen Sprachen und verschiedene Dialekte zu unterhalten, zu unterscheiden. Eben, ja, musst du nur anschauen, was dein Siri macht, wenn du mit auf englische Wörter dem sagst, dann versuchst du halt da deutsche Wörter draus zu machen und da gibt es natürlich auch Software, die das in der Zeit schon besser kann und, ja, ich denke, mit der Zeit haben wir da auch schöne Datenschutz, also nicht Cloud-basierte Lösungen, ja. Das siehst du jetzt schon bei Apple so ein bisschen, aber auch bei vielen anderen Lösungen, wo du dann einfach das fertig trainierte Modell halt auf dein Telefon tust oder auf deine Hardware und das dann auch schon sehr gute Ergebnisse macht auf deiner Grafikkarte oder wo sonst auch immer. Ich habe eine Weile tatsächlich mit Speechmatics gemacht, also halt bereits veröffentlichte Folgen halt dann in Speechmatics reingeladen und das hat je nach Gast oder Gästin besser oder schlechter funktioniert, eben genau halt auch aufgrund von Sprachangewohnheiten, ein bisschen genuschelt oder sonstigem und du kriegst halt einfach auch keinen fertigen Text raus, also selbst wenn du es halt mit einem Transkript-Service machen lässt und Speechmatics ist jetzt halt UK, also jetzt dann halt auch nicht mehr ganz EU, da ist dann halt so, ja, trotzdem meistens noch mal je nach Länge des Gesprächs irgendwo zwei bis vier Stunden Nacharbeit trotzdem drin und dann sitzt du da und hörst dir das Ganze noch mal an und verbesserst dann halt das Transkript und das ist halt einfach, um es mal so zu sagen, eine Arschvollarbeit. Ja, auch da gibt es halt auch schon natürlich Weiterentwicklungen, ja, ich verweise an der Stelle einfach mal auf den entsprechenden Thread im Sendegarten, da gibt es ja auch so schöne Vergleichstabellen, wer was wie er kennt. Ich benutze momentan immer, ich glaube bei, wenn ich sowas mache, dann auf Honig, kannst du ja dann irgendwie so Amazon oder sowas mit anklicken, die dir da halt zum Beispiel dann mit angeben, wie sicher er dir an diesen Stellen ist, dass er das Wort da erkannt hat und dann musst du zum Beispiel nur noch den roten Stellen schauen oder es gibt Trends, die dann auch Satzzeichen und große Grenzschreibungen schon besser erkennen, aber es ist ein teuer Sinn und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da mit der Zeit dann auch immer mehr bessere Lösungen bekommen werden. Ist aber halt wieder so eine Frage, was für eine Art von Frontruns gibt, möchtest du denn haben? Möchtest du, dass dir alle M's und so weiter mit transkribiert oder die dann schon mal rausnehmen? Möchtest du, diese Wortdoppelung, die man häufig hört, wenn man sich Audio noch mal anhört, wie zum Beispiel jetzt, jetzt, möchtest du da ja auch automatisch mit raus haben und da hast du einfach verschiedene Anforderungen und da brauchst du halt verschiedene Lösungen dann dafür, ja. Das hörst du halt auch nur, wenn du sehr genau hinhörst, ja, wenn du einfach nur so es nebenbei laufen lässt, dann ist dein Kopf eh schon so trainiert, dass er das von sich aus ausblendet. Ich hätte zum Beispiel auch überhaupt keinen Stress mit tatsächlich Amps und Doppelungen und Stuff drin zu haben, weil es ja tatsächlich auch das tatsächliche Gespräch dann auch wiedergibt, aber das ist dann halt wahrscheinlich eine Frage des Anspruchs, was man halt jeweils dann haben möchte. Genau und teilweise macht es ja auch Spaß, das Zeug zu bearbeiten, ja. Also mein aktueller Workflow ist da halt, das einfach zum Spazieren mitzunehmen mit dieser Chapter-App von Funkenstrahlen, also Stefan Traut, wo ich dann schon mal eine rot geschnittene Fassung habe und die mir halt einmal durchhöre und mir dann halt, indem ich jetzt auf meinen Kopfhörer tippe, dann so einen E-Trip-Marker mache und mir das dann halt danach in Reaper dann nochmal durchschaue und die entsprechenden Stellen dann halt korrigiere und teilweise auch wirklich dann Dinge umstelle, wo ich dann danach auch das Gefühl habe, okay, das ist jetzt besser, ja, das hat sich rentiert und gerade bei so Sendungen, die sich irgendwie Zehntausenden von Leuten anhören, was jetzt nicht bei uns am Podcast der Fall ist, ja, aber da ist es halt eigentlich auch, allein wenn du aufsummierst, wie viel Zeit du dann sozusagen durch Nicht-Bearbeiten verschwendet hast, in Anführungsstrichen, lohnt sich das dann auch schon, von rein ökonomisch gesehen und es hören dann halt meistens auch mehr Leute an, ja, also wenn du dir so Gimlet oder sowas anschaust, die halt das wirklich perfektioniert haben mit dem nochmal überarbeiten und nochmal überarbeiten und nochmal überarbeiten, bis es dann halt so gut ist, dass es dann möglichst hohe Reichweite hat, dass man halt entsprechende Einnahmen dann wieder mit dem, mit den Werbekunden machen kann, ja. Also ein Hochglanz-Format quasi, also wenn man das aufs Optische übertragen würde, also mit der Schreibmaschine getippte Zettel oder das Hochglanz-Format, was eben gestylt ist und ein bisschen schön gemacht ist, das ist der höhere Hingucker, das kann ich verstehen, klar. Es ist halt auch aber irrsinnig mehr Aufwand, ja, also drehen da teilweise irgendwie 40, 50 Schleifen mit, bevor sie überhaupt aufnehmen, treffen sie sich wie bei so einem, wie bei so einer Serienaufnahme oder so einer Dingaufnahme, um das Zeug schon mal vor durchzulesen und abzusprechen, wie, was, wo, überlegen sich dann verschiedene dramaturgische Stränge und so und am liebsten würde ich sowas auch mal machen, hab dann mal halt irgendwie festgestellt, ja, das macht eigentlich ohne ein Team, wo man sich gegenseitig das dann anhört und so weiter auch keinen Sinn und, aber an sich würde ich schon irgendwann gerne nochmal auch mal so ein komplett gebautes Stück mal machen, aber dazu bräuchte man sowas wie die Geschichtenkapsel halt nur mal in für Nicht-Fiction-Formate oder sowas, ja. Also Kongress-Doku, also wie der Kongress funktioniert, wäre für mich halt mal so ein schöner Anwendungsfall, wo man genau sowas mal in einem Team machen könnte. Ähm, aber allein geht das halt nicht und ich hab zwar immer wieder mal versucht, da ein bisschen was anzustoßen, aber, äh, dann waren halt diese ganzen anderen Hobbys, die man auch noch so hat, kommen dann halt auch dazwischen, ja, und irgendwann möchte man seine eigenen Podcast-Projekte auch wieder voranbringen und eigentlich hat man bei dem nächsten Kongress ja auch noch einen anderen Job, äh, der auch wichtig ist, ja. Ja, aber das finde ich, das finde ich gerade sehr, sehr interessant, also, dass du sagst, so eine, also eine quasi eine inszenierte Episode, wo die Leute sagen, ihren Text aufsagen, mehr oder weniger, wie so Schauspieler, ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Freiheit, aber zumindest so gut trainierte Improvisation, ähm, ist, würdest du sagen, gefällt dir gut und ich würde als Konsument sagen, das wäre mir schon zu produziert, ich mag es lieber roh und mit allen Problemen und Wendungen und Fehlern und halben Sätzen, äh, wie das eben menschliche Sprache mit sich bringt, finde ich interessant, äh, diese beiden. Deswegen eben der Ansatz mit diesen zwei, was Fassungen von einem Podcast, ja, ich hab das in, in ein, zwei Interview-Podcasts hab ich's mal gesehen, die haben in jedem Podcast-Feed immer zwei Folgen, drin, einmal die, die rohe Folge von, von Anfang bis Ende, ähm, und einmal die, äh, produzierte Fassung, wo dann halt, äh, Doppelungen und so weiter, oder, wo man feststellt, ah, okay, ähm, zum Beispiel mit mehreren Gesprächspartnern, ja, die anderen konnten da jetzt doch nichts dazu sagen, aber man musste es halt trotzdem tragen, weil man sich remote hat und sich nicht gegenseitig sieht oder sowas, sowas würde ich in so einer produzierten Fassung einfach rausschneiden, was einen inhaltlich in dem Sinne nicht weiterbringt oder wenn eh alle, also, in Meetings zum Beispiel hat man das ja häufigst schon so, da gibt's ja diesen schönen Satz, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem und so ist es in manchen Podcast-Formaten auch, ja, dass, dass man eigentlich, wenn man jetzt drauf schaut, okay, was war da jetzt an zusätzlichen Info mit drin, dann feststellt, hm, eigentlich nichts, äh, dann kann man es eigentlich auch rausschneiden. Ja, wenn es um die Informationen geht, na klar, also, das ist mal so ein bisschen die Frage, was ist ja der Fokus vom Ganzen, äh, soll man eigentlich, also, der Sendegarten ist keine Informationssendung in erster Linie, sondern eine Unterhaltungsgeschichte, Boulevard, wurde mal gesagt, finde ich eigentlich ziemlich gut, wir treffen uns und plaudern einfach so ein bisschen, worum, worum geht's gerade, ja, welches Schwein wird gerade durchs Dorf getrieben und, wie finden wir das denn sozusagen, äh, darum geht's eigentlich mehr oder weniger. Wenn man jetzt wirklich sagen würde, ich will euch mal erklären, wie GitHub funktioniert oder wie funktioniert so ein Kongress und hab wirklich so ein Thema, was ich transportieren will, dass ich das dann komprimiere und griffiger, äh, an die Ohren der Hörenden bringe, das kann ich sogar sehr gut verstehen und dass dann ein anderer Fokus, äh, in der, in der Darreichung ist, das kann ich total gut verstehen. Das würde mir sogar wahrscheinlich sogar auch gefallen. Aber jetzt immer so ein ganz kleines bisschen von diesem Podlove-Projekt weg und eine Frage steht ja noch so ein bisschen im Raum, die wir vor zwei Ausgaben hatten, der Subscribe-Button, der mir also dabei hilft, ähm, einen Feed von einem Podcast-Angebot in meinen Catcher zu übernehmen. Da gab's ja die Vermutung meinerseits, dass der Podcatcher sich quasi auf meinem Betriebssystem umschaut und feststellt, welche Catcher gibt's denn da eigentlich und mir nur die Feeds für diese Catcher oder den Import für diese Catcher anbietet, ähm, würde ja bedeuten, dass, äh, dass der Button irgendeinen Scan meines Systems macht, ähm, das ist ja datenschutzrechtlich vielleicht jetzt nicht so schick, äh, deshalb gab's auch die andere, der andere Gedanke zu sagen, nee, nee, das ist einfach nur ganz grob, je nachdem, ob ich ein Android benutze oder ein iMac oder, oder ein Mac, also ein Abfallrechner oder ein Windows-Rechner, da ist die Möglichkeit der Catcher sowieso schon eingeschränkt und nur die für das jeweilige Betriebssystem unabhängig von dem tatsächlichen vorhandenen, ähm, Umfeld, ähm, da gab's ja so ein bisschen Unklarheit, ähm, weißt du genau, wie der funktioniert? Ja, also, dann erzähl mal. 9 Prozent, ja, ähm, also da muss man auch wieder in die Story reingehen, ja, der, der erste, äh, Subscribe-Button ist in einem JavaScript-Dialekt namens Coffee-Script geschrieben, ähm, vereinfacht gesagt ist das, glaube ich, einfach, mit weniger Klammern, äh, oder mit mehr Klammern und weniger Stichpunkten, ich weiß es nicht, diese JavaScript-Welt, da gab's in den letzten Jahren halt immer so verschiedene Arten und Weisen, wie man das jetzt am besten, besser machen könnte, weil du ja das Problem hast, dass, äh, es nicht nur einen Interpreter für diese JavaScript-Sprache da draußen gibt, sondern, äh, viele Browser haben da ihren eigenen, also gerade Inter-Explorer, äh, oder Chrome oder, ähm, Opera, ähm, es gibt einfach verschiedene Umsetzungen von, von diesen Interpretern und lange Zeit war es halt so, dass du eigentlich, äh, modernes JavaScript als Entwickler schreiben wolltest, aber das dann irgendwie in Kalkom, äh, in einem Inter-Explorer 11 nicht mehr gelaufen ist, was aber auch bei uns im Haus noch lange Zeit der Standard-Browser war, damit das SAP noch funktioniert oder sowas. Ähm, so, und wie, wie kommst du da jetzt hin, dass ein Entwickler trotzdem Spaß hat, äh, mit aktuellem JavaScript, indem du halt einen Übersetzer, also das machst, ja, der, das, äh, neue, schöne, äh, JavaScript in ECMAScript 6 Variante, wie das dann heißt, äh, übersetzt in die alte Fassung, ja, die dann halt auch in einem Inter-Explorer 7 oder, keine Ahnung, äh, noch läuft. Und, äh, nachdem diese Transpiler, wie die dann, wie diese Art, von Übersetzer dann heißt, ähm, dann mal in der Welt waren, gab's halt auch viele Leute, die sich überlegt haben, ja, hm, wenn wir jetzt eh schon übersetzen, dann können wir ja auch eine viel schönere Sprache machen. Äh, und da war CoffeeScript eben ein Ansatz davon, äh, wir machen inzwischen halt alles in TypeScript, äh, was es, gerade wenn du die Code-Basis jetzt nicht kennst, noch mal ein bisschen einfacher macht, ja, und, ähm, wenn du es dann baust, das, das Web-Projekt, dann wird das wieder in, in verschiedene JavaScript-Varianten übersetzt, die halt dann auch die Elternbräußer, äh, unterstützen, ähm, genau. Und der erste, äh, Subscribe-Button ist eben in CoffeeScript geschrieben und hat halt das Problem, dass ich den schon sehr lange niemand mehr angeschaut habe und der jetzt eigentlich mal in, zum Beispiel in Vue.js, äh, neu geschrieben werden müsste. Ähm, und da hat Alex, glaube ich, jetzt so ein bisschen, äh, die Basis dafür gelegt, aber den wirklich neuen Subscribe-Button gibt's bisher noch nicht. Und als Christoph damals in das BR-Podcast-Center den, den Subscribe-Button eingebaut hat, hat er zum Beispiel auch schon, äh, gesagt, ja, okay, dieses CoffeeScript macht für mich keinen Sinn, ich kopiere jetzt mal, ähm, dann, ich, ich formatiere das schon mal um. Und ich kenne halt sozusagen jetzt nicht die Original-Variante vom Coffee, äh, von dem, äh, Subscribe-Button ganz genau, sondern eher diese, äh, umgewandelte Variante, die Christoph da in BR-Podcast eingebaut hat, weil ich da eben zum Jahresende, äh, auch dran war, um das Zeug ein bisschen zu modernisieren. Und technisch ist das so gebaut, dass du für jedes Betriebssystem da eine eigene Liste hast, was du auch brauchst, weil, ähm, wenn du auf so einen, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt Castro installieren, äh, das Ding in Castro öffnen, ähm, dann hast du ja immer so nochmal so einen, äh, so einem Ding, funktioniert irgendwas nicht wie erwartet, hier kannst du es nochmal versuchen, oder hier kannst du die, die App im, deinem jeweiligen Store herunterladen. Und dieser Link zum Store ist ja zum Beispiel für iOS, für Android, für Windows, für Linux, was ganz anderes. Deswegen brauchst du eh immer nochmal eine extra Store-URL für jeden Eintrag. und deswegen ist die Liste der unterstützten Podcatcher einfach sehr, sehr lang und für jede Plattform anders. Und dazu kommt jetzt auch noch, dass in, so früher war es üblich, dass man solche, das in der App öffnen, links, über, ähm, custom URL-Protokolle gemacht hat. Äh, was ist ein URL-Protokoll? bei den meisten URLs steht ja vorne, äh, HTTPS oder HTTP vorne dran. Ähm, das heißt, das ist, du kannst über dieses Protokoll dann bei einem Server nachfragen, was da drin ist. Bei iTunes gab es zum Beispiel die Möglichkeit, zumindest auf dem Desktop, äh, dass du mit itpc doppelpunkt slash äh, sagen konntest, okay, ich möchte jetzt, dass iTunes geöffnet wird, ähm, damit dieses Ding angezeigt wird. Und so gab es auch für viele andere, ähm, Apps dann halt so eigene Protokolle, ja, äh, Overcast zum Beispiel, klickt einfach nur mal ähm, auf der Sende-Gartenseite auf, ähm, auf den Abonnieren-Button und, ähm, geht dann mit der Maus über die einzelnen, äh, Apps, die da aufgelistet werden, drüber und dann seht ihr, dass da, äh, Instacast zum Beispiel, Instacast-doppel.com und dann die URL des Feeds benutzt hat. Ähm, so, und jetzt ist aber in den letzten Jahren eigentlich dazu übergegangen, dass man nicht mehr diese Deep Links über solche, äh, Custom-Protokolle macht, äh, sondern, ähm, in der Zwischenzeit kann man sagen, äh, okay, wenn du jetzt ein, also, das erste Mal habe ich es mit Google Maps gesehen, wenn du einen Google Maps Link, äh, per SMS oder per Messenger bekommst, äh, dann geht der eben gar nicht mehr auf die Webseite, sondern die Google Maps App auf deinem Telefon weiß, ah, mit diesem Link kann ich was anfangen, ich weiß genau, was, äh, was der jetzt gerade zeigen möchte, ich zeige das einfach direkt in der App an. Und auch, so haben die ganzen anderen Apps, wie zum Beispiel jetzt auch iTunes, oder heißt der nicht mehr so, heißt der jetzt Apple Podcasts, in der nächsten, neuesten Variante, ähm, die haben, die hat da, linkst du jetzt einfach auf podcast.apple.com, äh, slash podcast, slash ID des Podcasts. Und, äh, jetzt haben wir halt das Problem, dass man, äh, wenn es schlecht gemacht ist, wie eben bei Apple, oder bei vielen anderen, ähm, Plattformen, die jetzt nicht so weit denken, ähm, da ist halt diese ID, musst du dir jetzt plötzlich halt dann in deinem Backend irgendwo hinterlegen. Also zum Beispiel dann diese iTunes-ID, die man dann in deinem, äh, Podlove-Publisher, ähm, Backend irgendwo für den Feed einstellen muss, damit er die im Subscribe-Button benutzen kann. Und, äh, ja, viele andere Anbieter nehmen einfach auch, einfach die ID von Apple. Äh, es gibt da aber auch andere Anbieter, wie zum Beispiel, äh, diese, die haben wieder eine eigene ID, äh, die Audiothek hat auch wieder eine eigene ID, äh, weil wir da keine Kontrolle über das Backend hatten, weil das die Kollegen aus Mainz bei ARD Online gemacht haben. Google hat es sich ein bisschen intelligenter gemacht, die nehmen einfach die Feed-URL, aber, äh, 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 modieren die nochmal, packen die nochmal ein, damit es da keine Probleme gibt. Ähm, und so muss man inzwischen halt eigentlich mehr diese, diese, äh, Deep-Links auf die Webseite der, der App, also die haben dann auch so Landing-Pages, ähm, wodurch man zum Beispiel dann auch, wenn man aus der App raus was shared, dann wieder auf die entsprechende Minute verlinken kann oder sowas. Ähm, ja, muss man das inzwischen eigentlich so umbauen. Und diese Umbauarbeiten sind beim Subscribe-Button bisher noch nicht so passiert. Okay, ja, man merkt schon, die Thematik ist wesentlich komplizierter, als man sich das so als, äh, als Laie so vorstellen kann. Da denkt man halt, ja, ja, mein Gott, klickst du hier, dann bist du ja schon da, aber wenn allein schon da verschiedene Verfahren, äh, verwendet werden und auch die unterschiedliche Tiefe und, ähm, die, die, die Sprünge sozusagen gar nicht, äh, die sind, die ich als Mensch machen würde, sondern quasi die Maschine eine eigene, einen eigenen Hintereingang, äh, ein Deep-Link benutzt, ähm, dann sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus. Okay. So, und jetzt, jetzt dir zur Frage, kann ich als Web-App feststellen, welche Apps auf meinem Gerät installiert sind? Äh, die einfache Antwort darauf ist, jein. Es hängt Gott drauf an. Ja, super. Und zwar, also konkret beim Fall von IOS mit Safari ist es so, bis zu IOS 9 ging das, ähm, aber das haben dann wohl verschiedene Apps ein bisschen zu weit getrieben, so dass Apple als Hersteller das Betriebssystem das dann halt eingeschränkt hat. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr einfach so nachfragen, hey, liebes System, kannst du denn mit der, dem URL-Protokoll Overcast umgehen, ähm, sondern, du siehst es erst, wenn du draufgeklickt hast. Das heißt, indem du draufklickst und du bist dann immer noch auf der Webseite und nicht, wurde es nicht weitergeleitet, ähm, dann kannst du davon ausgehen, ah, okay, die App ist nicht installiert. und tatsächlich, zum Beispiel IOS zeigt dir ja, ähm, auch einen, einen entsprechenden Dialog an, also da kommt dann so ein Dialog vom System, möchtest du diesen Link in Overcast öffnen, wenn du jetzt meinetwegen das benutzt oder das angeklickt hast. Jetzt könnte man sich das natürlich merken und, äh, der Podlove-Subscribe-Button wird ja häufig auch über das Podlove-CDN oder, dass sich die von irgendeinem Sponsor haben, äh, spendieren lassen, ausgeliefert. Da könntest du zum Beispiel in einem Kuki oder im Locals-Deutsch, also in deinem Browser für die Domain von, wo der herkommt, auch einfach merken, ja, okay, der Martin, der benutzt immer Overcast oder, äh, was, was, was benutzt du denn für eine Podcast-App? Äh, Pocket-Cast nämlich. Pocket-Cast, genau, und das ist ja betriebssystemübergreifend einer der wenigen. Genau, und dann dem zum Beispiel immer an der oben der Stelle hintun, damit du's, oder vielleicht direkt dahin gehen und dich nicht jedes Mal fragen oder sowas. Da gibt's alle möglichen Verbesserungsvorschläge. Wir haben das diese Woche, also Christoph und ich, auch nochmal ausprobiert, äh, weil wir es wissen wollten und, äh, aber dann festgestellt, dass zumindest in aktuellen Versionen der Browser auch auf Android äh, und auch auf dem Desktop, ähm, das eher eingeschränkt wird, dass du's rausfindest, was die Leute installiert haben und was nicht. Aber rein theoretisch gibt's immer wieder Lücken, wie du's dann doch rausfinden könntest. Und dann gibt's so aber wirklich stabil ist es nicht. Dann gibt's so Banhausen wie mich, wenn ich einen noch nicht in Pocket-Cast gelisteten Podcast finde und möchte den da gerne importieren, sozusagen, äh, dann nehm ich den, den, den Subscribe-Button und nehme die Option Andere App, dann wird die URL, also die Feed-URL angezeigt, kopiere mir die heraus durch, äh, äh, Copy und Paste sozusagen, also die, die Shortcuts, und gebe die dann einfach ins Suchfeld von Pocketcast ein und dann kommt er sehr gut damit zurecht. Also ich umgehe diese ganze viele Arbeit, die ihr da reinsteckt oder die Entwickler da reinstecken, umgehe ich dann einfach, ähm, und bin der Barbar. Ja, das ist aber nochmal ein Fall von, ich ignoriere das. Ja, das ist nochmal ein Sonderfall von Pocketcast, die haben das neulich umgestellt, ja. Vorher hatten die auch so einen Weg, irgendwie haben dann, sind sie dann doch auf die iTunes-IDs umgestellt, äh, haben da umgestellt. und, ähm, da bräuchte wahrscheinlich der normale Subscribe-Button auch einfach ein Update, damit der, mit der neuen Art und Weise da auch, auch umgehen kann. Ja. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich hab sogar das Gefühl, ähm, vielleicht ist das sehr, sehr, sehr witzig oder auch naiv, aber ich hab das Gefühl, dass ich das dann irgendwie, äh, in der Hand habe. Also da weiß ich, was passiert. Ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich nehme eine Adresse aus einem Anzeigefeld und füge das in einen Catcher ein, damit er mit dieser Adresse was macht. Ich weiß, was passiert. Ich hab das selber gemacht. Das fühlt sich irgendwie gut an. Also, ähm, ich, ich liebe auch diese magischen Knöpfe, Prepare All Tracks for Editing beispielsweise oder die magische Routing-Matrix, wenn da irgendwas alles von alleine funktioniert. Aber irgendwie mag ich auch diese Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich, was ich tue und ich, ich beherrsche das irgendwie in Anführungszeichen. Natürlich beherrsche ich gar nichts, äh, weil ich nicht mal einen Bruchteil von dem Ahnung habe, von dem du gerade, äh, berichtet hast, welche Ideen dahinter stecken und so weiter. Aber das gibt mir einfach so als User so ein bisschen das Gefühl, äh, die Dinge noch in der Hand zu haben. Ja. Ja, klar. Und vor allem, das ist ja das Schöne, ja, wenn du einen Subscribe-Button siehst, dann weißt du, ah, okay, da gibt's auf jeden Fall auch einen Feed. und nur dann ist es aus meiner Sicht ja auch ein Podcast. Ja, genau, genau. Auch wenn, wenn, wenn die andere Seite da immer wieder versucht, äh, doch zu sagen, wir haben jetzt einen Podcast, aber du musst dann die eine App darunter laden, in der es dann geht. Ja, genau. Nee, aber dann ist es, wenn kein Feed da ist, ist es kein Podcast. Da bin ich einfach, äh, Extremist, ja. Ja, Purist, Extremist, okay, Fundi, Fundamentalist, ohne Feed, kein Podcast sozusagen. Gut, haben wir das Geheimnis des, äh, des Subscribe-Buttons auch ein bisschen gelüftet. Jetzt, äh, ich gucke auf die Uhr, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, so ganz langsam würde ich, äh, zum Ende kommen, aber du hast schon zweimal, äh, erwähnt, dass du dich aus englischen Podcast-Quellen über Technik, äh, äh, informierst. Hast du so ein paar, ähm, Tipps, wenn man sich jetzt so, wie du, äh, quasi interessiert für die Entwicklung und möchte da auch mal gut auf, also quasi, ähm, auf der Höhe der Zeit bleiben, was, was, was lohnt sich da so zu hören? Was ist in deinem Podcast-Catcher drin? Ähm, also für, als, als täglichen Podcast, wenn man sich das antun möchte, den gibt's aber auch als Newsletter, äh, finde ich podnews.net ganz nett, den hat mir damals auch, äh, Funkenstrahlen empfohlen, äh, der ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen seltsam, weil er, äh, immer so monatsweise ein bisschen Werbung, äh, schaltet, aber da kann man einfach über die ersten 20 Sekunden, äh, drüber skippen, beziehungsweise in deinem Podcast-Catcher kannst du das ja sogar einstellen, dass er das einfach bei jeder Folge macht, also podnews.net, ähm, den, da gibt's irgendwo auch den Feed, äh, findet man auch fit normalerweise, und das ist so mein, äh, höre ich mir am, am Tag halt meistens an, oder manchmal staut sich das halt auch mal zwei, drei Tage auf oder so, aber da erfährt man sozusagen, was, was, was zumindest mit englischsprachigem Raum, äh, in der Podcast-Szene so passiert, also der Mensch ist, glaube ich, eigentlich Australier, ähm, erzählt aber nicht nur aus Australien, sondern auch aus Amerika, USA und teilweise auch aus der EU, äh, wenn's halt englischsprachiger Content ist, ja, und, äh, also wenn dann irgendwie, irgendwie so ein YouTuber, äh, ein Exklusiv-Deal mit Spotify, äh, gemacht hat oder sowas, dann erfährst du dann halt auch so ein bisschen, welche anderen Leute dann Texte darüber geschrieben haben, manchmal halt dann noch eine eigene Meinung, die er dann nochmal, äh, mit Link auf dem Blog-Eintrag macht, aber eigentlich ist das, wie gesagt, ein Newsletter, das heißt, wenn, wenn jemand, äh, Text mehr liest, äh, liest, dann kann er den da einfach mit seiner Mail-Adresse hinterlassen und abonnieren, ähm, aber der liest halt einfach im Prinzip den Newsletter dann einmal am Tag auch vor, äh, in der kürzten Fassung, aber ja, das ist, um am Ball zu bleiben, ganz nett. Und dann verweist er halt auch oft auf, äh, andere Folgen, also, was ich mir immer sehr gerne anhöre, wenn, äh, der Entwickler von, äh, Overcast, Marco Armand, äh, in seinem Podcast, dem Name mir jetzt entfallen ist, über, äh, also immer, wenn ein neues Update von Pod, äh, Overcast rauskommt, dann schaue ich in diesen, ähm, Feed rein, ob, ob sie darüber reden und dann höre ich mir halt das entsprechende Segment an. Ähm, ähm, ja, und dann, oder PodNews verweist auch immer viel auf die New Media Show, das ist, äh, ist auch so ein Laber-Podcast, da muss man auch sehr stark auf die einzelnen Themen schauen, ähm, also die, die treffen sich wohl zweimal in der Woche oder sowas, also das ist einmal der CEO von Blueberry, äh, äh, das ist auch so eine, äh, so ein Podcast-Host oder eine Extension für WordPress, ich weiß nicht, und, äh, jemand, der bei Libsyn, das ist, glaube ich, der größte, äh, US-Hoster für Podcasts, ähm, also gerade wenn du Statistiken für deine Werbepartner brauchst oder sowas, dann hostest du wohl in den USA oder allgemein im englischsprachigen Raum halt bei denen, weil da ist dann halt eine unabhängige dritte Partei, die dann sagt, ähm, ja, so viele Leute haben den jetzt runtergeladen und der, der Podcast, aber kommt, das ist deutsch. Und Sascha hat jetzt auch, äh, den Namen nachgereicht, ATP.fm, also der Accidental Tech Podcast, das ist der, in dem Marco Arment und Co, äh, sich da über die Podcastszene ein bisschen auslassen. Wie gesagt, Danke, Sascha. Es wäre halt da auch wieder, es wäre da auch wieder so ein Feed ganz toll, wo einfach diese spezifischen Sachen einfach drin landen, ohne dass man sie sich immer extra raussuchen muss. Ähm, genauso wie die Ausschnitte aus der Freak Show. Ja. Wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe, baue ich da mal was. Ja. Äh, ich habe noch einmal eine Frage, eine Nachfrage, der, äh, Blue, äh, der, der CEO von diesem Blueberry, ähm, wie hieß dieser Podcast, wo der dabei ist? Äh, New Media Show, ich schmeiß den New Media Show. Ah, wunderbar, danke. Also da habe ich mir zum Beispiel neulich die, äh, als, äh, Google Podcasts, äh, ihre Analytics Plattform oder ihren Podcast Manager mal veröffentlicht haben, da waren halt dann zwei Leute da mal zu Gast und haben das mal so erklärt. Äh, das ist halt doch immer noch was anderes als irgendwie solche Präsentationen oder Pressemitteilungen zu lesen. Ähm, ja, aber ich höre mir da auch nicht jede Folge an, sondern höre halt ab und zu mal rein, wenn, wenn mir der Titel zusagt. Ja, ähm, aber, ähm, das machst du auch so englischsprachiges zu hören, weil die einfach Themen bedienen, die du sonst im deutschsprachigen Raum so nicht finden würdest? Oder magst du einfach die Sprache gerne hören? Äh, ist so eine Mischung. Also gewisse Formate wie, wie, äh, 99% Envisible oder sowas, die kenne ich jetzt aus dem deutschsprachigen Raum einfach auch gar nicht. Und das ist, ist halt so ein schöner Nerd Podcast, den man so mal weghören kann und ist danach schlauer. Äh, und er ist trotzdem noch gut produziert und muss nicht, äh, vier Stunden Interview anhören oder sowas. Verstehe, verstehe. Ich hab früher mal sehen, ich glaub, es gab mal sowas wie Podcasters Roundtable oder so, das war auch irgendwie so eine, so eine Gruppe von, von drei, vier Leuten, die sich da getroffen haben. Da hab ich mal ganz, eine Zeit lang ganz gerne reingehört, weil ich, ähm, da gemerkt habe, dass auch diese amerikanischen Podcaster, die uns ja angeblich so weit voraus sind und technisch ganz anders aufgestellt sind, und andere Möglichkeiten haben oder so. Dass die also auch nur mit Wasser kochen. Also die haben teilweise die gleichen Probleme besprochen, wie ich sie hier im Podcastland in Deutschland auch wahrgenommen habe. Und das fand ich irgendwie sehr beruhigend. Also so, so riesig unterschiedlich, äh, war das da teilweise nicht. Die haben natürlich einen höheren Vermarktungsgedanken, Kommerzialisierungsgedanken und dann eben auch entsprechend, äh, diese Nachverfolgbarkeit. Also wie viele Leute erreiche ich eigentlich, mit welchen Werbepartnern kann ich für wie viel Geld, äh, hier Zeiten und, und Minuten verkaufen, ähm, um da richtig ein Business draus zu machen. Ähm, ähm, gibt es aber hier in Deutschland inzwischen ja auch, dass da Leute tatsächlich sagen, das ist, äh, das wollen wir eben auch monetarisieren. Also so groß unterschiedlich sind die Systeme gar nicht mehr, wie ich gedacht hätte, ähm, das, das fand ich damals ziemlich interessant, so als, als Wahrnehmung. Würdest du diese Wahrnehmung teilen oder denkst du schon, die sind immer noch Jahre voraus, was die Podcastentwicklung angeht? Also das ist, das ist international, also gerade in technischen Punkten sind wir halt auch viel vorne dran, also die kennen zum Beispiel sowas wie Pagefeeds oder sowas, äh, kennen die, kennen viele von denen einfach gar nicht. Ähm, und viele sehen dann halt. Kannst du das technisch kurz erklären, was Pagefeeds sind für alle, die gar nicht wissen? Wenn du jetzt einen Podcast mit ganz vielen Episoden hast, also sowas wie CE oder so, ähm, und du möchtest jetzt, äh, die erste Folge hören, ähm, technisch ist es ja so, dass du bei einem Podcast-Feed, also bei einem klassischen Podcast-Feed kannst du nicht sagen, ähm, ich möchte jetzt, äh, diese und jene Folge hören, sondern der Feed ist für alle gleich. Äh, und Pagefeeds ist eine Erweiterung, dass du oben in den Kopf dieses Feeds reinschreibst, ah, hier sind jetzt nur 20 Episoden drin, aber, äh, wenn du auf diese URL gehst, dann kannst du die 20 Episoden davor hören und dann wieder die 20 Episoden davor und dann wieder die 20 Episoden davor. Und so kannst du halt auch große, lange Shownotes in den Feeds einbauen, ohne dass jeder Podcatcher dann jedes Mal den kompletten Feed wieder neu von deinem Server laden muss mit allen Episoden, nur um festzustellen, ah, da oben ist jetzt eine neue Episode drin. Ja, mach die Suche einfacher und die, also es sortiert, ist sortiert und macht es übersichtlicher ein bisschen. Beziehungsweise, du hast überhaupt dann die Möglichkeit, äh, eben die alten Folgen auch noch in deinem Podcatcher, in deiner Podcast-App anzuhören. Ach so, weil die, äh, ja, klar, wenn der, wenn der, wenn die Anzeige Podcatcher-seitig begrenzt ist, dann kommst du an die alte Folge gar nicht mehr ran. Klar, das ist natürlich ein Problem, richtig, das hatte ich jetzt gar nicht vor Augen, klar, ja. Ja, und, äh, so ist es dann da halt, werden da so Tricks aus dem englischsprachigen Raum so Tricks gemacht wie, ach, ich zeige nur für die letzten zehn Episoden wirklich die vollen Shownotes an, äh, und dann für die anderen nur irgendwie die Minimaldaten, sodass man halt die Folge anhören kann. Mhm. Äh, das funktioniert in gewissen Kontexten, weil viele Podcast-Apps ja heute auch nicht mehr direkt in Feed verarbeiten, sondern mit ihrem eigenen Server reden, aber, ja, wirklich schön ist es halt nicht, ja. Nee, klar. Und, wie gesagt, der andere Punkt ist, äh, vieles, was, was die Leute immer mit USA verordnen, wenn du genauer drauf schaust, ist es dann doch UK oder, ähm, oder Australien, also, wo halt eigentlich Englisch gesprochen wird, ähm, aber das sind halt wieder Leute, die nicht richtig recherchieren, ja. Ja, klar, würde ich mich auch nicht von frei machen, dass ich, äh, Angebote, äh, zu den USA zurechne, die eigentlich in ganz anderen, äh, Ländern entstanden sind. Und, die einfach nur diese Universalsprache Englisch benutzen, selbstverständlich, so genau gucke ich da auch nicht hin, ist richtig. Dasselbe Problem hat man ja mit deutschsprachigen und deutschen Podcasts auch, ja. Viele sagen ja auch einfach deutsche Podcasts, obwohl sie deutschsprachige Podcasts meinen. Genau, Österreich und Schweiz und, wer weiß, wo Belgien, wo noch deutsch gesprochen wird, oder wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten mal in Übersee, auch so eine, hatten, irgendjemand hat es mal erzählt, da gibt es irgendwie so eine, kleine, äh, Gemeinschaft von Menschen, die sprechen da halt auch deutsch und hören da irgendwie Podcasts aus Deutschland. Das ist auch total witzig, die Vorstellung, ähm, ja, warum nicht, es geht halt um die Sprache und nicht um das Land, das ist viel wichtiger, ja. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt doch so langsam von der Gartenbank runter, aber ich würde gerne die Gelegenheit noch nutzen, äh, nochmal Werbung für dein eigenes Angebot machen, also der Podcast ohne Namen bisher jedenfalls. Was hat es genau damit auf sich und wann kann man denn die erste, ähm, das erste Abo abschließen? Na, den Podcast gibt es ja schon, das ist nur die aktuelle Folge, die, die ich vorhin angeteast hatte, die noch nicht war. Der heißt tatsächlich Podcast ohne Namen, ich dachte, das wäre, ich habe noch keinen Namen und, äh, ach so, da habe ich das vorhin falsch verstanden. Und die erste Staffel hast du ja auch schon angeteast, äh, irgendwann mal, das war diese Serie Smart Spaces, wo ich Interviews aus meiner Abschlussarbeit damals, äh, wo ich die Aufgabe hatte, ein kartenbasiertes Nutzerinterface für, ja, intelligente Räume, in Anführungsstrichen, äh, zu bauen, äh, wo ich dann halt auch ein bisschen Nutzerbefragung gemacht habe und das dann halt auch als Podcast dann teilweise veröffentlicht. Also nicht alle Leute haben dann auch der Veröffentlichung zugestimmt, ähm, aber deswegen sind die auch so seltsam strukturiert, aber ich fand's halt irgendwie schade, das nur auf meiner Platte zu lassen und hab's dann halt auch da online gestellt. Und an, an sich ist das halt, also mehr von dir, als ich weiß, dass ich weiß, äh, das ist immer beruhigend. Sehr gut. Also du warst schon mal auf dieser Seite, ja. Wo, äh, können wir denn unsere Hörenden hinschicken, dass sie das finden? Sag mal URL. Äh, genau, äh, das hab ich einfach, weil ich mir halt auch keinen Namen ausdenken möchte. hab ich dir einfach auf einer URL getan, die ich schon hatte und das ist dann einfach hdws andreas-hubel.de. Also mit deinem guten Namen versehen und da findet man das dann auch. Mit meinem, äh, möglicherweise aussehenden Klarnamen, ja. Möglicherweise. Vielleicht ist er auch ein guter, ähm, äh, Künstlername, kann ist ja auch möglich, wer weiß. Genau. Äh, gerade das, das, das Hubeln ist ja, hat sich ja eh schon, äh, als Verb, äh, völlig von, von mir verabschiedet. Und, äh, äh, da glauben die Leute ja auch nicht, dass es da auch wirklich ein Nachname ist. Okay. Äh, äh, es gibt ja, ja. Ich hatte doch, ich hatte mal jemanden, der hatte einen Nachnamen, der klang wie ein, ähm, wie ein Steuerkommando. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es war und ich hab, ich bekam eine Mail und die war unterschrieben mit Vorname Punkt und dann Steuerkommando. Und dann hab ich zurückgeschrieben, da in eurer, in eurem Newsletter ist irgendwas kaputt, ähm, das hat mir hier das Wort für Steuerkommando, also, ausgespielt. Und dann sagte mir die Person, nein, nein, ich heiße wirklich so, ich weiß nicht, ähm, Petra Ent oder was auch immer irgendwie. Und dann dachte ich, oh Gott, ist das peinlich. Hätte ich bloß meine Klappe gehalten, so wie Claudia vorhin meinte, ne, hätte ich's mal lieber nicht gesagt, ähm, naja. Aber für mich sah das eher so aus wie ein Steuerkommando. Tja, heute hab ich noch im Heise Newsletter einen Eintrag gesehen, der war überschrieben mit dem Titel, was geht in den Köpfen von Softwareentwicklern vor? Da hat man tatsächlich Softwareentwickler in einen Magnetresonanz-Tomografen gestickt und nachgeschaut, welche Hirnregionen bei der Bearbeitung von Softwareaufgaben aktiv ist. Das fand ich total witzig, wollte ich gerne heute nochmal eben drauf hinweisen. Ähm, die Ergebnisse stand in dem Artikel. Die Ergebnisse machen offenbar deutlich, dass bei der Analyse von Codezeilen vor allem die linke Hirnhälfte aktiviert wird, die unter anderem für das Sprachverständnis zuständig ist. Ähm, bereits in den 1980er Jahren hatte der niederländische Informatiker Etzger W. Deiksgradies vermutet. Seither gab es mehrere Publikationen zu dem Thema, die dies bestätigten. Das Forscherteam rund um Professorin Sigmund konnte keine Aktivität im Bereich des mathematischen oder logischen Denkens beobachten. Das wiederum können Folgen für die Gestaltung von Programmiersprachen sowie für die Ausbildung haben, so die Universität des Saarlands in ihrer Presseinfo. Ich finde das ein bisschen bemerkenswert und lustig, dass ausgerechnet der Bereich Mathematik oder logisches Denken offenbar nicht leuchtet, wenn jemand Codezeilen bearbeitet. Das nur so als Schmankerl. Am Ende ist es halt auch eine Fremdsprache, nur dass es halt ein bisschen logischer und strukturierter aufgebaut ist. Ach, du könntest das sogar verstehen, wenn das so wäre? Also wenn das sich bewahrheiten würde? Ja klar. Also für mich ist das halt einfach auch, also wie wieder, wenn jemand gut Deutsch, Englisch oder sonst irgendwas kommt, auch auffällt, wenn da ein Komma, Strichpunkt oder wenn das einfach kein sinnvolles Wort ist. So einfach von Gefühl her geht es mir natürlich im Code genauso. Ich sehe sofort, wenn da eine Klammer fehlt oder ein Stichpunkt oder sowas. Ich hätte schon gedacht, dass das ganz viel mit Logik zu tun hat. Aber vielleicht ist das, das ist dann mehr so, dass der Entwurf, das architektonische, der architektonische Überbau, das reine Schreiben ist dann vielleicht tatsächlich wieder tatsächlich die Anwendung einer Sprache. Ja, insofern würde man das natürlich nachvollziehen können. Also hier stand ja die Analyse von Codezeilen, also vielleicht ist das eben genauso eher die lesende Variante und nicht das Kreieren der Codezeilen. Aber da spekuliere ich. Ja, die haben in diesen Magnetresonanz-Tomografen haben die natürlich keine Rechner reinhalten können, sondern die haben dann irgendwelche Zettel dahin gegeben, wo sie was durchlesen und verstehen sollten oder so. Also insofern, ja klar, das stimmt schon, das ist wie Lesen eines Buches, das ist auch nicht unbedingt Logik, Mathematik, das ist eher Sprachverständnis. Da muss man sich die Studie nochmal genauer angucken. Ja, und es gibt zwar Studien ja von allen möglichen Berufsbildern, ja, Taxifahrern, dass sie halt diesen ganzen Stadtplan da im Kopf haben müssen, sehen im Kopf komplett anders aus als Journalisten, als andere Gewerke. Okay, ja, also kann man sich ja mal ein bisschen mehr einlesen, wenn man sich dafür interessiert. Ja, ich stehe dem immer so ein bisschen Zielgespalten gegenüber. Also das Gehirn ist so, also so ein Mysterium, dass man jetzt da so sagt, ja, hier ist das Zentrum für dieses und da ist das Zentrum für jenes. Dann gibt es plötzlich Menschen, die verunfallt sind und denen ist dann irgendwie eine Hirnregion abgestorben oder verletzt oder so. Und dann wird einfach diese ganze erforderliche Logik auf eine andere Seite des Gehirns überschoben und dann geht es denen genau so weiter. Ich glaube, das Gehirn ist viel flexibler, als dass man da einfach so sagen kann von außen, ja, hier ist sozusagen die Kaffee, die Küche und da ist das Wohnzimmer und da ist das Schlafzimmer. So funktionale Zuordnungen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu ungebildet, um das jetzt wirklich verstehen zu können, wie weit die Entwicklung da eigentlich ist. Aber ich meine immer, das Gehirn hat noch viel mehr Überraschungen zu bieten, als die Forscher da so annoncieren. Aber so wie ihr es gerade erklärt habt, macht es natürlich Sinn, was die da gefunden haben, zu verstehen. Dankeschön. Gut, kommen wir von der Gartenbank runter? Oder ist noch irgendwas? Es gibt ein Thema, das wir jetzt noch nicht besprochen haben, aber das können wir auch einfach mal wann anders wieder machen. Also den Radiator, also den Heizkörper von Potluck, das es damit auf sich hat. Aber er ist ja eh noch nicht fertig. Keine Ahnung, was er überhaupt Sinn macht, schon darüber zu reden. Das wollte ich eigentlich so ein bisschen ausklammern, weil es tatsächlich, ich glaube, ein bisschen was Größeres ist und vielleicht auch nochmal tiefer besprochen werden sollte. Aber vielleicht, also wenn wir das Wort jetzt erwähnen und den Hörenden keine Chance geben zu verstehen, worum es geht. In ganz kurzen Worten, was ist der Radiator und wie ist der Stand der Dinge? Kannst du das vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Also ich stecke da ja auch nicht im Projekt drin, aber ich weiß halt grob, wo es hingehen soll. Und dazu muss man auch wieder ausholen. Wenn ich mir jetzt anschaue, welche Software wir jetzt heutzutage bei uns bauen. Bei WordPress war es so, du hast einen PHP-Dateihaufen und der spielt dann alles aus. Das ist sowohl dein Backend, in dem du die Artikel bearbeiten kannst, als auch derselbe PHP-Blob macht dann auch dein Frontend. Also das rendert das HTML, zeigt dir das so an, was deine Nutzer sehen. Und wenn du dir aber halt die technische Entwicklung so anschaust, dann wird das immer mehr aufgetrennt in Frontend und Backend. Die dann über eine definierte Schnittstelle, die wir Entwickler dann gerne API, also API, Application Programmer Interface oder sowas heißt das, glaube ich, ausgeschrieben. Wir sagen einfach nur API, das ist schon wie ein Eigenname. Ähm, miteinander sprechen. Und sozusagen das ist, der Radiator ist genau dieser Ansatz, dass du eben Frontend vom Backend trennst, sodass du zum Beispiel dann nicht mehr für jeden Podcast ein komplett eigenes WordPress aufsetzen musst, sondern einfach eine Umgebung hast, wo du dann vielleicht alle Wissenschafts-Podcaster oder, äh, es gibt ja auch teilweise so Podcast-Netzwerke auch bei uns in Deutschland, ähm, wo du dann zentral einfach dieses Backend hast, das nur einmal updaten musst, da schön alle Metadaten einen Old hast und dann halt einzelne Frontends, das kann auch wieder ein WordPress sein, das kann auch irgendwas leichtgäbigeres sein, auf Basis von dieser Schnittstelle dann baust. Und das wurde halt jetzt mal angefangen, ist noch nicht fertig, würde wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, ähm, aber das benutzt wieder dieselben Komponenten, die wir vorher auch, äh, besprochen hatten. Ja, das benutzt einfach auch wieder den Player, benutzt den Subscribe-Button und deswegen bleibt die Entwicklung da auch nicht stehen, weil diese Komponenten halt unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Okay, das heißt, der Radiator gibt dem Ganzen, äh, einen, ein, ein Gerüst sozusagen, ähm, um die einzelnen Komponenten aneinander zu knüpfen und ist dann aber auch unabhängig von diesem WordPress beispielsweise? Das ist das Gehirn sozusagen, ja. Das Gehirn, okay. Die Datenbank, in der du alles speicherst und die schöne Darstellung nach außen hin kannst du dir dann halt auch viel einfacher, ähm, ohne dieses ganze WordPress-Ding, was dann wieder von, wenn es schlecht konfiguriert ist und irgendwelchen Leuten aufgemacht wird und dann plötzlich was ganz anderes tut, als du eigentlich möchtest, äh, dann ausliefern kannst, ja. Ja, klingt ja gut. Also, Tim hat das, glaube ich, vor drei Jahren oder so mal vorgestellt oder ist das noch länger her? Also, die ersten Ideen sind, glaube ich, nee, das hieß dann noch Potlav Matrix, das ist, glaube ich, das war... Das war nochmal ein bisschen was anders, äh, er hat bei der Subscribe in Köln vorgestellt, äh, und das war ja letztes Jahr. Okay, dann war das das, genau. Der, der, der Radiator. Das neue heiße Ding, die neue... Ja, wenn, wenn es da ein bisschen, äh, weitergegangen ist, ähm, komm doch einfach gerne nochmal wieder auf die Gartenbank, dann reden wir über den Radiator nochmal in aller Ausführung. Das müssen dann eigentlich die, das müssen dann eigentlich die Kollegen machen, die das tatsächlich auch entwickeln. Ich beobachte das ja eigentlich auch nur von der Gartenbank aus, ja. Ja, 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 gut, dann fragen wir die und vielleicht nehmen wir dich dann dazu, dann kannst du die richtigen Fragen stellen, ähm, und, und auch Dolmetschen, obwohl, äh, wir haben ja den Sebastian auch hier und den Lars. Und die Claudia, die kennt sich ja auch mit Code aus. Schrieb sie doch heute Nachmittag, ähm, ich lese auch jetzt im GitHub mit, so. Da habe ich... Ja, Moment. Da habe ich den Hut gezogen, Claudia. Wow. Nee, 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 ich habe nur die Doku gelesen und abgesehen... Ja, immerhin, du wusstest, dass es eine gibt. Ja, aber ich, ich kann nicht, ich kann nicht sehr gut programmieren, also ganz im Gegenteil. Ich kann, äh, HTML, ein bisschen PHP und ein bisschen Python und das erste ist eine Seitenbeschreibung, das zweite ist ein Zustand und vom dritten kann ich nicht genug. Also, von daher würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich mich damit auskenne. Ich kann ein bisschen mitlesen, auch, äh, ein bisschen Code lesen und im Zweifelsfall fragen, was tut dieser Aufruf da, aber viel weiter komme ich nicht. Also, schwierig. Aber, also, immerhin, ne? Es ist mehr als 10, print, hallo Welt, 20, go to 10. Also, das ist ungefähr mein Niveau. Nee, also, ich bleib, ich bleib ein bisschen bei, bei Webgedöns, aber, ähm, äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich wirklich programmieren kann. Ich hab, ähm, ein Chatbot geschrieben, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert und dass es mir zusammen, zusammen kopiert. Hör mal, du hast ein Chatbot geschrieben, hey. Ja, aber das ist primär zusammen kopiert von Menschen, die wahrscheinlich wussten, was sie getan haben. Also, von daher. Ja, aber so fängt jeder an, ja. Ja, nee, also, das ist, ähm, ich scheitere seit, äh, ich glaube, anderthalb Jahren da dran, den mal bei mir auf die Webseite zu übersiedeln, weil ich mir denke, eigentlich hätte ich den ganz gerne mal da, aber, ähm, dazu müsste ich es, glaube ich, einfach komplett neu bauen und, ähm, nee. Okay, und dann bräuchte ich noch ein Framework dafür, damit das dann halt auch ordentlich angezeigt wird und dann will ich aber natürlich nicht irgendwas von Microsoft oder sonst was bei mir auf der Seite haben und dann, nee, nee. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn, ich kann nur jedem empfehlen, wenn er irgendwie so einen Task, äh, so eine Aufgabe hat, die, die er regelmäßig wieder ausführt und wo man sich eigentlich denkt, ja, hm, das könnte man doch automatisieren, äh, dass es sich dann halt entweder Entwickler sucht oder, ähm, sich irgendein Beispiel im Web sucht, ähm, wie man sowas machen kann und das dann halt mal ans Laufen bekommt und dann eben selber anpasst, ähm, bis es eben genau das tut, was man haben möchte. Und, siehst du, und da würde ich für den ersten Teil würde ich jetzt in die Küche gehen und der würde mich dann zu dem Teil zwei weiterschicken. Ja, immerhin, wenn man schon mal jemanden hat, der was sagen kann. Das, das ist halt auch so ein bisschen ein Problem auch bei uns im Haus, ja, also bei vielen Dingen, die da so laufen, denke ich mir auch, fragt doch einfach mal einen Entwickler, äh, dass er euch das einmal automatisiert, aber dann halt nicht immer wegen jeder Kleinigkeit wieder auf den Entwickler zukommt, sondern halt einfach selber auch mal probieren. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch, was viele Leute bei dieser digitalen Transformation heute noch nicht verstanden haben, ja, wie viel sie einfach auch eigentlich selber mal schon machen können, wenn sie nur mal ein gutes Beispiel bekommen, auf dem sie aufsetzen können. Ja, ich glaube, das ist den Leuten einfach erfolgreich aberzogen worden, ne. Dadurch, dass du halt eigentlich nur noch alles in bunten Päckchen kriegst, ähm, und, äh, jedes bisschen, ich schraube jetzt mal dieses Gerät auf, wird sofort mit Garantieverlust, äh, bedroht. Alles, was du halt irgendwie an Software kriegst, äh, da darfst du auch irgendwie um Gottes Willen nix selber dran machen, ne, und, ähm, dieses selber was bauen, selbst experimentieren, ähm, da kommen die meisten Leute ja überhaupt nicht drauf. Also, ich bin jetzt halt einfach unglaublich neugierig und wollte wissen, wie es geht, ja, aber das ist so ein, ähm, ähm, so eine, so eine Ader, die wahrscheinlich nicht viele Leute irgendwie so von Haus aus dabei haben, ne, so, weil in der Schule lernst du halt, ja, so, diese, diese IT ist eigentlich, ist das so ein Microsoft Word und ein Excel und ein Outlook, ne, so. Ja. Und Word, Excel und Outlook will ja schon mal freiwillig keiner anfassen, ja, und von da dann irgendwie weiter zu abstrahieren, wie funktioniert denn das jetzt wirklich und kann ich überhaupt was selber machen, ähm, ist eigentlich schon ein relativ großer Schritt. Ja, aber ich denke, den kann man schon ein bisschen einfacher machen und man muss halt, glaube ich, die Leute, die Angst nehmen, dass sie irgendwas kaputt machen können, weil meistens geht das heutzutage nicht. Und wenn du was kaputt machen kannst, dann ist eines eigentlich eher ein Problem von deinem, äh, also wenn du in der Firma bist, von deinem IT-System, äh, oder deinen Admins, weil sie dir überhaupt die Rechte dafür gegeben haben, äh, und dann sind sie vielleicht auch ganz froh, dass du, dass du eine Lücke gefunden hast, äh, und eben nicht irgendeinen Angreifer, der das dann aktiv ausnutzt. Das stimmt natürlich auch wieder, ja. Aber das mit dem, wenn sie hier, äh, die Schraube drehen, ist die Garantie abgelaufen, das ist natürlich auch ein Problem. Man traut sich dann einfach vielleicht nicht so. Ja, dabei ist es tatsächlich nicht mal so unglaublich schwierig, selber den Akku in einem älteren iPhone zu tauschen. Also tatsächlich nicht. Ja, musst halt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, gut. Das musst du allerdings halt, wenn du irgendwas anderes aufschraubst, genauso. Ja, es geht, ja. Du machst das Ding auf, ja, es hat zwei Schrauben, danach ist dann halt, äh, dieses, das Display festgeklebt, da gibt's dann einen Saugnapf, dann ziehst du das halt vorsichtig hoch. Und danach sind das halt nochmal irgendwie zwei Schrauben und hinterher ein Stecker. Also vom Prinzip her ist das alles nicht schwer, aber... Ja, in YouTube-Videos sieht das immer einfach aus, das ist schon richtig. Und dann hast du es auf dem Tisch und dann macht das irgendwann einen Sprung und dann sind irgendwie die drei Teile irgendwo, wer weiß wo, auf dem, äh, 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 melierten Fußboden gelandet und die finden sie nie wieder. Außer beim Staubsaugen, wenn es dann klong, 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 klong im Rohr macht. Martin, darf ich dir da einen guten Tipp geben? Du nimmst einfach so einen Streifen Tesafilm, klebst den mit der Klebefläche nach außen in so einen Loop, klebst den neben deinen Rechner oder das Telefon auf den Tisch und da drückst du dann einfach die Schraube, die du gerade rausgeschraubt hast, die circa die Größe eines Flohs hat oder so. Ja, genau. Klebst du dann auf dieses, auf das breit liegende oder breit klebende Stück Tesafilm und dann kann sie auch nicht weit weg kommen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Da merkt man doch die Fachfrau, sehr gut. Nein, ich bin nur schon oft genug auf dem Fußboden rumgekrochen, ich bin auch so zu alt dafür. Aus Schaden lernen, genau. Ja. Das ist die beste Art zu lernen, wenn es weh getan hat, genau. Eine Stunde auf dem Boden rum suchen. Genau. Das muss doch auch anders gehen. Ich bin ja auch total überrascht, dass dieses iFixit gar nicht nur Apple-Produkte sind, wie man den Namen ja eigentlich andeutet, sondern wirklich so eine komplette Community, die einfach alles, also Reparaturanleitung für alles findest du da, inklusive Forum, wo du auch nachfragen kannst. Spiegelreflexkameras und so weiter. Also es ist echt unpackbar, was du da halt eigentlich auch alles findest an Sachen, die man selber reparieren kann. Mit einer Bewertung, wie einfach es tatsächlich geht. Oder wie schwierig. Wie bei Chefkoch, schwieriges Rezept, leichtes Rezept. Für Anfänger, soja. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Gut. Und du kannst dir dann halt auch vorher, das gibt es meistens sowohl bebildert als auch mit Video, kannst du es dir vorher auch tatsächlich einmal komplett angucken. Das ist halt auch so eine Empfehlung, wenn du sowas das erste Mal machst. Ja, ja. So ähnlich wie beim Kochen oder beim Stricken. Einmal vorher das Rezept oder das Strickmuster bis zum Ende durchlesen. Das erspart meistens viel Ärger. Und dann halt einfach mal trauen und machen. Ich meine, was soll an einem vier oder fünf Jahre alten Gerät, bei dem ohnehin die Garantie abgelaufen ist, denn großartig passieren? Da nichts mehr. Da kann man sich natürlich mal trauen. Also ja klar, du kannst das Glas kaputt machen, aber ja gut, dann ist halt das Glas kaputt und dann setzt du das halt beim nächsten Mal gleich mit. Also, hm. Ja, ja. Ich habe, ich glaube die Zeitschrift CT ist das, die macht einmal im Jahr Empfehlung für so ein Selbstbaupc. Und da hatten sie auch einen Videofilm dazu gemacht, wie dann drei Leute um den Tisch herumstehen und aus einzelnen Komponenten einen PC zusammenbauen. Ich habe das, also, die Zeit, wo ich in ein Gehäuse reingeguckt habe, ist schon eine Weile her. Und ich habe gesehen, wie klein die Komponenten teilweise geworden sind und wie frickelig. Und da haben sie teilweise zu dritt. Jeder wusste es halt besser, wie man das Kabel jetzt irgendwo um eine Komponente herumlegt und so weiter. Es war köstlich. Also, ich habe mich wunderbar unterhalten dabei. Aber auf die Idee, es selber zu machen, würde ich dann vielleicht doch nicht so direkt kommen. Also, dafür ist es mir dann doch zu frickelig. Aber wer weiß. Ich habe zumindest, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Moment, ich habe hier Arbeitsspeicher, der ist so knapp. Vielleicht könnte ich ja mal einfach so einen Riegel Arbeitsspeicher kaufen und da reintun. Und ich habe es geschafft. Yeah. Das ist der. Ja, sehr cool. Ich habe den richtigen gekauft. Ich habe das Gehäuse aufbekommen, obwohl es nicht so funktionierte, wie im YouTube-Video angezeigt. Das war irgendwie ein bisschen anders. Aber mit einem böschen, guten Zureden und etwas Gewalt habe ich es dann trotzdem gekriegt. Und es funktioniert sogar. Also, das Gefühl, wenn es dann tatsächlich, also, du machst das Ding an und es explodiert nicht. Und du siehst halt in den, oh ja, wenn der blaue Rauch aufsteigt, dann weißt du, dass das Leben zu Ende ist von dem Gerät. Yeah, holy smoke. Weil davon lebt es ja. Also, im Computer ist ja blauer Rauch drin. Der muss da drin bleiben. Wenn er austritt, dann ist das Gerät kaputt. Das weiß ja jeder. Ja, oder halt bei einem alten Gerät die Festplatte durch eine SSD ersetzen. Und dann ist das plötzlich auch wieder ganz, ganz schnell. Könnte man auch machen. Genau. So einfache Tasks, die man sich auch, da kann man eigentlich nicht allzu viel falsch machen, sofern man sich an eine entsprechende Anleitung hält. Genau. Und beim Rechner umbauen zum Beispiel in ein anderes Gehäuse rein oder irgendwas. Ich habe das das erste Mal im Studium gemacht. Da war ich auch noch weit, weit weg von, von, äh, äh. Mich damit wirklich auskennen. Ähm, ich habe dann einfach, auch weil ich es einfach nicht besser wusste, ich habe einfach alle Kabelenden, die ich irgendwo gefunden habe, mit farbigem Klebeband markiert und die Stecker auf der anderen Seite ebenfalls mit dem passenden farbigen Klebeband markiert. Habe das alles da rausgenommen, habe es in ein anderes Gehäuse reingesteckt, habe genau die passenden Enden, also, ne, gleiche Farbe an gleiche Farbe, habe ich die wieder zusammengesteckt, ja. Und, oh Wunder, es hat hinterher auch funktioniert. Und da wusste ich halt einfach auch noch nicht wirklich, okay, ähm, was ist jetzt hier genau welches Teil und so weiter. Aber ich habe mir halt einfach gedacht, so wie es jetzt zusammen ist, wenn ich das hinterher genauso wieder zusammenkriege, sollte es gehen. Ja, und hat dann auch tatsächlich funktioniert. Aber es ist halt auch eine Sache von, ich nehme mal ein Schraubenzieher in die Hand und probiere es einfach mal, ne. Ja, manchmal ist einfach drauf los, dann doch eine ganz gute Strategie. Also, wie du schon sagst, vielleicht, also, einmal durchdenken, was will ich eigentlich tun und wenn ich eine Anleitung finde, vielleicht einmal schauen oder mal bis zum Ende durchlesen oder angucken. Vielleicht kommt ja in der letzten Sekunde des YouTube-Videos noch der entscheidende Tipp mit dem Tesafilm und dem Loop. Das hilft ja dann vielleicht dann auch. Und dann kann man auch einfach mal loslegen, ja. Man kann auch, also, ich habe hier so ein altes, sehr, sehr altes, äh, kleinen, wie hießen die noch? Äh, äh, diese, diese kleinen Laptops, die halb so groß sind. Und, ja, die hatten auch nochmal so einen Namen. Netbook? Keine Ahnung. Gab's auch. Da habe ich halt versucht, ein, äh, ein Linux drauf zu machen. Ein, ein Ubuntu oder ein, wie heißt denn das andere jetzt wieder? Egal. Und, ähm, es wollte nicht so funktionieren mit den aktuellen Ubuntus. Da musste man, muss sich tatsächlich eine passende Version suchen, die so alt war, dass es zu dem alten Gerät passt. Aber es hat dann irgendwann funktioniert und das macht mich dann auch wieder so ein bisschen zufrieden. Das ist ja auch cool. Ja, diese eigene Wirksamkeit zu erleben, dass man was erreichen kann. Wenn man nicht so ein toller Programmierer ist, wie Sebastian oder Andreas oder Jörg, äh, Jörg, jetzt sei schon zu Lars Jörg. Jetzt wird es, jetzt ist es aber langsam zu warm hier. Ich schwitze hier schon den ganzen Abend vor mich hin. Also, ähm, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt Codezeilen schreiben kann, man kann einfach mal versuchen. Ähm, äh, eine SSD einzubauen. Geht auch. Ist auch nerdisch. Genau. Oder halt sich einem, einem Open-Source-Projekt als, äh, Tester zur Verfügung stellen, damit man eben nicht, äh, solches Feedback bekommt, wie wir beim aktuellen Podlove-Update hatten, ja. Genau. Also, das ist ein schönes Schlusswort, dieser Aufruf, ähm, sich auch dran trauen und dem, den Programmierern, den Entwicklern und Entwicklerinnen Feedback zu geben. Das ist kein, das wird nicht als Nörgeln verstanden, sondern als, äh, als, wie nennt man das, konstruktive Kritik. Also, als etwas Positives. Das finde ich schön, der Gedanke. So, jetzt machen wir bei die Gartenbank zu. Wir kommen nämlich ins Querbeet und wenn wir noch irgendein Technikthema haben, dann ist das natürlich im Querbeet am allerbesten aufgehoben. So richtig viele Themen sind da nicht. Ich sehe ein Technikthema und ein eher, naja, Boulevardeskes-Thema. Gucken wir mal, was im Querbeet auf uns wartet. Ja, das Boulevardeske-Thema. Ich hab's einfach ins Querbeet, quer, 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 mein Gott, ich kann das Wort Querbeet nicht mehr aussprechen. Das Querbeet geparkt, ähm, weil es einerseits so witzig ist, andererseits mit dem, ähm, Podcast-Land ein bisschen zu tun hat und drittens mir einfach passiert ist. Ich komme ins Museum. Also, Martin kommt ins Museum. Das fand ich total witzig. Hintergrund der Geschichte, die Tine Nowak, die kennen wir auch als Podcasterin. Sie hat einen Kultur-Kapital-Podcast. Ähm, die ist, ähm, die ist jetzt im Festangestellt im Museum, wie heißt das, äh, Museum für Kommunikation in Frankfurt und, äh, machen da eine Ausstellung. Jetzt auch zum Thema Corona und über Homeoffice und wie die Leute dann sich eben zu Hause, äh, per Videokonferenz zusammenschalten. Und dann ist ja immer so auch ein bisschen über die Schulter hinweg ein Blick ins Private möglich. Also, wenn ich so ein, so ein Videocall habe, dann sehe ich ja auch ungefähr, wie sind die denn da eingerichtet, ja, welche Farbe haben die an den Wänden, haben die Regale und was weiß ich. Also, so ein Stück weit Privates verrät man ja halt auch immer wieder. Und, äh, viele überlegen sich schon, ähm, was, 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 was gebe ich denn da eigentlich preis? Und die allermeisten setzen sich ja wohl von Bücherregal offenbar. Was aber auch wiederum die Gefahr in sich trägt, dass man ja dann durch die Auswahl der Bücher vielleicht was über sich verrät. Und ich hatte vor ein paar Wochen, ähm, auch in Vorbereitung von so, äh, Videocalls hatte ich mir überlegt, wie, was, 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 was packe ich denn in den Hintergrund? Und hatte gesehen, dass es zu kaufen gibt einen Duschvorhang, der aussieht wie ein Bücherregal, aber auf den Büchern ist, ist nichts notiert. Das sind einfach nur, äh, also, die sehen halt aus wie Bücher, aber man, es gibt keine Titel und es steht nichts drauf, es ist also komplett neutral. Und das ist jetzt mein Hintergrund, den ich hier bei Videocalls hinter mir habe. Und ich fand das damals so witzig, dass ich einen Tweet auf Twitter daraus gemacht habe. Das ist mein absoluter, äh, Erfolgstweet. Ich habe über 7000 Likes dafür bekommen. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Mein Telefon stand an dem ganzen Wochenende nicht mehr still. Diesen Tweet hat die Tina auch gesehen und hat gesagt, ah, wir machen eine Ausstellung zu Hintergründen von, ähm, von Videocalls, also was Menschen eben so auswählen. Und sie hat mich jetzt quasi eingeladen, ein Teil ihrer Ausstellung zu werden. Das finde ich total großartig, dass ich jetzt auf diese Art und Weise ins Museum komme. Viel wichtiger, viel interessanter ist aber für die Menschen, die mit Mikrofonen arbeiten, dass sie im Museum für Kommunikation in Frankfurt auch eine Aktion Corona-Audiospuren ins Leben gerufen haben. Und dafür möchte ich ganz gerne an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen. Ich lese mal vor, was da im Text steht. Wir interessieren uns für deine Erfahrungen und Gedanken. Warum ist Corona für dich Neuland? Wann fing Corona an, deinen Alltag zu verändern? Beschleunigt Corona den digitalen Wandel? Nimm deine digitale Corona-Geschichte auf, dein Smartphone auf und sende sie uns zu. Es soll ganz kurz sein, ich glaube 90 Sekunden ist da so angepeilt. Und das kommt dann auch ins Museum. Also wer wie ich, ich werde als Bild ins Museum kommen, wer vielleicht als Audiobeitrag ins Museum kommen möchte, kann sich unter ausstellung-neuland.de slash Corona-Audiospuren über dieses Projekt informieren. Allein der Begriff ausstellung-neuland.de, ich finde das schon sehr, sehr treffend. Ja, Tine Nowak war auch schon mal im Sendegarten in einer sehr frühen Episode, in der zehnten. Da hat sie uns besucht, das ist schon 2016 gewesen. Kinders, Kinders, die Zeit geht. Wer also jetzt mit dem Begriff Tine Nowak nicht so viel anfangen kann, kann ja da mal in die zehnte Ausgabe vom Sendegarten reithalten. Also virtuell ins Museum, entweder per Foto oder per Audiospur. Das ist mein Querbeet-Anteil, ich fand das sehr schräg. Nicht so schräg, sehr griffig und technisch ist das, was der Sebastian uns mitgebracht hat. Eine neue Version mit einer Null hinten dran. Wie wir vorhin gelernt haben, Finger weg, oder? Ne, da steht jetzt ein Stable hinter das, da war eine Journal. Also, genau, es geht um Studio-Link. Ich habe ja jetzt schon einige Beta-Versionen gehabt. Und ja, das ist quasi jetzt mit ein paar kleinen Fixes, ist das quasi die Vollführung der Stable, das jetzt draußen ist. Kann also alle, die jetzt nicht so mutig waren, die Beta-Version zu testen, können jetzt diese Version nehmen. Genau, also im Prinzip hat sich nicht viel geändert zu den letzten Beta-Versionen, die ich vorgestellt habe. Das ist im Prinzip das Gleiche geblieben. Wie gesagt, noch ein paar kleine Fehlerbereinigungen. Und dann ist die jetzt soweit freigegeben. Da habe ich eine Frage dazu. Ist ASIO wieder drin? Leider noch nicht. Ah, okay, dann muss ich noch eben warten. Feature-Request. Ja, ich hatte ja das Audio-Framework komplett neu gemacht. Und da ist jetzt ASIO, muss ich komplett neu implementieren. Und das wird dann noch ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, jetzt so zur nächsten Version sollte das dann wieder mit dabei sein. Ich hatte den Sendegarten heute mit Nerdtalk angekündigt. Und ich glaube, ich erspare uns jetzt zu erklären, was ASIO ist. Es hat mit Treibern zu tun. Und natürlich muss eine Software mit der entsprechenden Hardware zusammenspielen. Und wenn das eben nicht vorbereitet ist, dann passiert genau das, was Lars gerade sagte. Dann warte ich einfach noch ab, bis ich meine Hardware dann da an das System angeschlossen bekomme. Wenn wir gerade bei dem Thema Studio-Links sind, hast du dir auch schon mal überlegt, diesen Upload zu automatisieren, dass gerade Gäste das einfacher hinbekommen? Also von der lokalen Aufnahme oder sowas? Ja, es gibt da so einige Überlegungen. Also die ganz fancy Methode wäre natürlich, quasi so eine Audio-Reparatur durchzuführen. Weil 99 Prozent des Materials hat man ja schon. Das heißt also, man müsste eigentlich nur aus den vielleicht Dingen, die kaputt gegangen sind, einfach einen Diff ziehen und daraus eine saubere Spur generieren. Achso, und du wüsstest ja sogar, was nicht rausgegangen ist. Richtig, genau. Ich wüsste eigentlich genau die Codestellen, die ich anfahren muss, um die mir zu holen. So muss man nicht diese kompletten 200 MB oder so übertragen, sondern sich wirklich nur diese Codestellen kurz, besser gesagt die Audio-Stellen raussuchen und dann die übertragen. Das wäre ja elegant. Das ist eine Idee, die ich schon länger habe, allerdings noch bisher keine Zeit hatte, die umzusetzen. Aber ich denke, das sollte praktikabel sein. Also es müsste eigentlich funktionieren. Ich muss das mal ein bisschen stärker in den Angriff nehmen. Das fände ich irgendwie auch die elegantere Lösung, als jetzt wirklich ein komplettes Backup irgendwo wieder hochzuladen. Sondern da muss das ja auch aufbleiben bei dem Gast oder bei der Gästin, bis das alles hochgeladen ist. Und wenn das lange dauert, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es abgebrochen wird oder sowas, wenn das nicht sehr ersichtlich ist, dass da gerade noch was passiert. Ja, dann brauchst du nur noch die iOS-App. Dann kann man dem Trosten auch mal eine vernünftige Double-Ender unterschieben. Die Sache mit dieser iOS-App, da wäre ich auch sofort dabei. Das hatten wir eh heute Nachmittag hier schon. Ja, also es gibt sie. Genau, es gibt zwar nicht die von mir, es gibt zwar schon eine, aber ja, die ist tatsächlich. Also da hoffe ich jetzt dann auch bald, die eigenen Apps dann zu entwickeln und das auch voranzutreiben. Also das funktioniert schon, aber es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und auch der Support ist so ein bisschen enttäuschend. Manchmal, wenn ich da irgendwelche Bug-Reports abkippe bei den bestehenden Apps, das stellt mich selber nicht ganz so zufrieden, wie ich das gerne hätte. Und kostentechnisch ist es auch nicht so. So der Burner, das Modell, die haben auch gerade die Preise erhöht. Aber sowas wie eine Upload-Funktion ist in dieser, das ist ja eigentlich eine Zip-App oder eine Telefon-App. Ja, also es gibt eine sehr simple Upload-Funktion, die könnte ich theoretisch nutzen. Das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen DSGVO-technisch schwierig, weil spätestens da müsste dann vielleicht sogar ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag geschlossen werden. So kann ich jetzt sagen, es ist halt alles Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation. Ich selber habe mit den Daten jetzt nicht wirklich viel am Hut, außer den Metadaten. Und kann das Thema so gesehen an der Stelle noch so ein bisschen umgehen. Aber ja, prinzipiell wäre es machbar, aber es wird eine Backup-Aufnahme. Es gibt einen Double-Ender in der Funktion. Also man kann das auch lokal aufnehmen. Das hängt dann an dem Gespräch dran. Muss man dann irgendwie gucken, wie man das über die Teilen-Funktion irgendwie dann zur Verfügung gestellt bekommt. Ja. Dasselbe Problem halt die App, die die bei dem besagten Podcast benutzen, halt auch. Ich glaube, Jan Schaar hat es ja schon schön auf Twitter geschrieben, auch erfahrenen Reportern passiert es regelmäßig, das falsch hochzuladen, dass es wo komplett anders landet. Und da ist wohl echt noch ein bisschen, ja, die UX von dieser App lässt sich wohl noch wesentlicher verbessern. Verstehe. Also es ist auch diese Moopro-App, ne? Genau. Also das ist halt, das ist irgendein Hersteller, dessen Name ich jetzt vergessen habe, sieht man aber auch leicht im Store. Und die hat halt, gibt es halt einmal in Gesimt mit ein paar mehr Telefonbuch-Einträgen für die ARD, aber wirklich, also wenn ich unseren iOS-Entwickler so eine App zeigen würde, die schlagen die Hände über Kopf zusammen, wie die vom UI her ist. Ja. Gut, ja. Ne, also da sind Ideen da und dann muss ich mal schauen, dass ich die umgesetzt bekomme, um die Frage abzuschließen. Ja, prima, schon wieder neue Ideen. ist die ungesimte. Lucy Live, Moopro. Ja. Ja. Lucy. Okidoki, sind wir durch das Querbeet oder hat noch jemand spontan irgendwas? So, was gerade das Hirn geht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir haben schon, oh Gott, die Uhr. der lasst ja wieder müde sein morgen. Aber nicht nur er, ich auch. Er redet nicht mehr mit mir. Na gut. Ich habe jetzt eigentlich auf den Trainer für die Termine gewartet halt. Ja. Komm jetzt. Du hast es quasi schon herbeigeredet. Was ist los im Podcast-Land? Oder auch nicht Corona-bedingt, vielleicht weniger als sonst. Der Lars hat die aktualisierte Liste. Bitte schön. Ja, die gute Nachricht ist die, dass ich diesmal keine Absagen mehr nennen muss. Also alles, was jetzt sind, sind im Prinzip Online-Veranstaltungen. Aber wir schauen mal. Quelle ist wie immer das Sendegate. Da gibt es ein Termin-Wiki und da habe ich mal wieder die Termine der nächsten drei Monate mir angesehen und auch mich mal eben durch die Meetups geklickt. Am 19. und 20. Juni veranstaltet die Landesanstalt für Medien NRW das Audio-Camp. Das wird als Online-Barcamp stattfinden und das richtet sich dann an Radioschaffende und Podcastende sowie an Fachleute aus Redaktion, Produktion und Distribution. Im Sendegate gibt es einen Link dazu. Ich habe mal eben geschaut, ob es sich lohnt, es Ihnen vorzulesen. Das erspare ich uns allen hier. Also am besten mal eben im Sendegate klicken. Am 20. Juni gibt es dann ein Funheim. Das findet auch online statt und zwar auf dem TeamSpeak-Server der PodWG. Um 16 Uhr geht es ganz gemütlich los. Ab 20 Uhr gibt es dann ein Thema. Es geht da um alternatives Wohnen. Zum Funheim findet man mehr unter funheim.unterhaltungszimmer.de Wiederhole ich gleich auch nochmal. Dann so ein bisschen offen für mich ist immer noch die Frage mit der Republika. Die FAQ der Republika sagt weiterhin, dass Möglichkeiten für den August geprüft werden. Das scheint aber mit Corona und Berlin und Veranstaltungen nicht einfach zu sein und davon mal abgesehen vielleicht auch nicht ganz sinnvoll. Aber wenn es stattfinden sollte, dann soll das vom 10. bis zum 12. August stattfinden. Und die FAQ sagt auch, man soll die Kanäle der Republika dafür im Auge behalten. Dann gibt es am 22. August das nächste Funheim. Auch da wieder online auf dem TeamSpeak-Server der PodWG. Auch hier geht es wieder um 16 Uhr gemütlich los. Und ab 20 Uhr geht es dann um das Thema Flugzeuge. Und ich sage hier noch mal die URL für Informationen. Das ist funheim.unterhaltungszimmer.de Tja, und wir merken, wir sind schon wieder im August gelandet. Die drei Monate sind schon wieder rum. Für Termine kann man sich wunderbar aktuell halten im Sendegate. Da einfach nach Termine 2020 suchen und man wird fündig werden. Dort gibt es eben auch Links und da es ein Wiki ist, kann man dort auch eigene Dinge ergänzen. Vielen, vielen Dank für die, für das Update, sozusagen für das Termin-Update in der Version mit einer Null hintendran oder nicht. Ja, das ist definitiv, mit den Terminen, das ist definitiv unstable im Moment. Genau. Bei uns dugeln wir momentan immer den Termin und der steht dann irgendwie eine Woche vorher fest oder so und dann trifft man sich halt in irgendeinem Jitsi oder sowas oder in einem Big Blue Button. Also in einem Online-Forum sozusagen dann. Wie in so einer Online-Kommikationslösung, ja. Genau, genau. Ja, das ist im Moment die sicherste Variante. Abstand ist da einfach geboten. Allen vorsichtigen Lockerungen zum Trotz, ich glaube, also ich glaube, ich fühle mich erst wieder richtig wohlfühlen, wenn ich irgendeine Impfung in mir habe und das Versprechen oder die Zusage, dass mir dieser komische Virus da nichts mehr anhaben kann beziehungsweise ich ihn nicht aufschnappen und dann andere weitergeben kann. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Hoffentlich kommt das bald. Wobei ich tatsächlich jetzt auch von mehreren Leuten gehört habe, unter anderem von der Gitter, mit der ich gestern eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen habe, dass sie tatsächlich in Anführungsstrichen mehr unterwegs sind und in Anführungsstrichen mehr rumkommen und neue Leute kennenlernen und so weiter quasi als je zuvor. Also, weil jetzt halt einfach so viele Sachen halt auch ins Netz gewandert sind und ja, da ist halt einfach gerade auch so viel Bewegung drin und so viel Angebot da, dass ja, also ich finde es selber halt auch sehr, sehr quickend eigentlich zu sehen, dass ich ganz viele Leute jetzt eigentlich viel öfter sehe und treffe und mich mit denen unterhalte als die letzten acht Jahre am Stück oder so. Also es ist wirklich tatsächlich sehr, sehr interessant zu beobachten, wie halt Menschen oder halt auch Communities letztendlich damit umgehen und gerade halt die ganzen Autorinnen, Autoren, da ist doch relativ Bewegung drin, halt so mit Online-Lesungen und Netzwerktreffen und überhaupt. Also da passiert schon was und ich finde das eigentlich auch ganz schön zu beobachten. Also, dass es halt nicht nur die Nerds sind, die sich halt in irgendwelchen Online-Kommunikationslösungen treffen, sondern eben tatsächlich auch andere Bereiche der Gesellschaft und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ja, weil sie jetzt zu dir nach Hause kommen, so wie die Tagesschau-Sprecher sozusagen durchs Fernsehen kommen dann halt deine Freunde durch den Monitor zu dir nach Hause und sitzen quasi bei dir am Tisch. ja, das gibt eine gewisse Nähe, ja, schon auch, klar. Aber vielleicht bleibt uns ja auch davon irgendwas erhaltend. Es muss ja nicht alles ganz schlecht sein, nur weil wir das jetzt so im Hauruck-Verfahren kennenlernen. Es war ja nicht alles schlecht. Nein, es ist doch immer, im Schwarzen ist das Weiße und im Weißen ist das Schwarze und es ist gut, wenn wir die Augen nicht dafür verschließen. Es ist schlimm, um für alle, die durch dieses Virus das Leben verloren haben oder für alle Menschen, die einen geliebten Angehörigen verloren haben, dadurch, das ist natürlich fürchterlich, aber auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch das eine oder andere Positive daraus mitgenommen. Ist jetzt kein Aufwiegen gegeneinander, also nach dem Motto, ja, dann hat es sich ja gelohnt. Nein, nein, besser wäre, es wäre an uns vorbeigegangen, aber jetzt stecken wir nur mal da drin und wir sollten einfach alle mit einer nötigen Vorsicht weiterhin unterwegs bleiben und nicht zu früh, zu leichtsinnig werden. Es ist immer noch eine für einige Menschen tödliche Erkrankung und das ist, da ist mit der Natur auch nicht zu spaßen. Die bringt dich einfach um und ich glaube, so zu ersticken, so langsam und qualvoll, ist auch nicht wirklich lustig. Nein, nein. Ich finde es aber auch interessant, wie viel, also, wenn du dir jetzt anschaust, wie viele Leute weniger mit dem Auto unterwegs sind und welche Auswirkungen das wieder auf einer anderen Ebene hat, also sowohl für Leute, die auf der Straße sterben wegen Unfällen als auch Klima, ob sich da jetzt was ändert, aber auch diese ganzen positiven Auswirkungen bezüglich von zu Hause arbeiten und digitale Transformation und so weiter, das darf man schon nicht auch unterschätzen, glaube ich. Hätte jetzt auch niemand vor einem Januar gedacht, dass, okay, letztes Jahr gedacht, dass plötzlich einfach alle zu Hause bleiben und von da dann auch irgendwie arbeiten können. Ja, dass es geht, habe ich, also, ich bin auch, bin da reingeschubst worden in dieses Homeoffice, es funktioniert, aber ich werde, glaube ich, auch gerne wieder regelmäßig in das Büro gehen und da meine, meine Sozialkontakte haben. Also, ich kann mich hier tatsächlich besser auf meine Arbeit konzentrieren und habe das Gefühl, ich bin auch irgendwie produktiver sogar, aber mir fehlt einfach diese soziale Komponente und auf Dauer möchte ich das nicht haben, so. Ja, auf jeden Fall. Also, was das angeht, hat sich ja bei mir genau nichts geändert, tatsächlich. Ja, ja. Aber, was ich ganz interessant fand, ich habe jetzt leider gerade keinen Link zur Hand, aber vielleicht hat jemand das ja für den Chat irgendwo parat und für die Show Notes hinterher, die, dass es Menschen gab, die quasi bei psychologischen Hilfsdiensten oder sowas angefragt hatten, so mit, oh mein Gott, ich habe wirre Träume und überhaupt und die Antwort war dann, ja, ist doch super, herzlichen Glückwunsch, du träumst wieder, es wird langsam besser, also es geht dir mental einfach besser, wenn, und dass das man träumt, ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass das Hirn seine Tätigkeit halt auch vollbringt und dass die Leute es halt auch einfach gar nicht mehr gewöhnt sind, ein, in Anführungsstrichen, also normale Hirn- und Körpertätigkeiten zu haben, ja, sondern halt einfach nur auf ihren 9 to 5 Takt halt irgendwie so eingependelt sind, fand ich halt aber auch eine ganz interessante Beobachtung, die jetzt dann halt eben durch den allgemeinen Lockdown und Homeoffice und so weiter eben jetzt irgendwie zutage gekommen ist, finde ich schon sehr spannend. Ja, die eigene Rhythmik ist anders und auch die Geschwindigkeit ist etwas anders, das ist schon, also ja, also ich spüre schon auch, dass mein Körper anders funktioniert, der will nicht von 8 bis 17 Uhr irgendwo an einem festen Ort sein, sondern ich habe irgendwie tagsüber Dellen, wo ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren kann, dafür entwickelt ich plötzlich abends dann wieder Aktivität, das kann dann manchmal bis 10 Uhr gehen oder so, was keine normale Bürozeit wäre, das ist alles schon sehr interessant, aber ja, vielleicht ist es, das Gefühl ist einfach, ja, das ist nicht mehr sauber getrennt, Privates und Dienstliches und das vermischt sich alles und es war noch nie so, es ist mir nicht geheuer und ich will das nicht so, vielleicht sperrt sich da in mir auch so ein bisschen so einfach so Tradition, aber ich merke schon auch, dass es einfach durch diese Fahrerei, ich bin ja Pendler und da fahren einfach jetzt mal diese ganzen Pendelfahrten weg, ich habe auch etwas mehr Ruhe, ich schlafe etwas länger, das tut mir schon auch gut in dem Moment, also da ist jetzt nicht nur was Schlechtes, aber mir fehlen die Kollegen und mir fehlen auch sogar die nervigen Kollegen langsam, das ist schon sehr erstaunlich. Naja gut, wir sind jetzt halt einfach alle mehr in der Verantwortung, also das, was du gerade meintest, mit, es gibt halt nicht mehr diese Trennschärfe zwischen beruflich und privat, ja, so wenn du halt Homeoffice machst, das ist richtig, aber wir sind halt einfach allesamt in der Verantwortung, uns dann halt auch einfach mal um uns selber zu kümmern, ja, und wenn du dann halt so Spezialisten dazwischen hast, die sich nie, um Gottes willen, bloß nicht, never ever, mit sich selber auseinandersetzen können, ja, oder wollen, ja, aus welchen Problemen auch immer, das kann ja durchaus auch valide Gründe halt haben, ne, whatever, aber, wenn du halt es bisher auch einfach nie gewohnt warst, oder dass du dich halt einfach auch mal mit dir selber auseinandersetzt, was interessiert mich denn wirklich, ja, oder was brauche ich denn, was braucht denn mein Körper, was braucht mein Geist denn wirklich, um zu funktionieren, ja, und du kommst jetzt plötzlich in die Situation, dass du mehr oder weniger gezwungen wirst, das mal zu tun, ja, das kann schon halt auch unangenehm sein, andererseits ist es, glaube ich, wenn man es einmal geschafft hat, sich auch wirklich nicht mit sich selber auseinanderzusetzen, dass man dann halt auch wirklich, ich denke mal, so für die, für die persönliche Entwicklung und das persönliche Wohlbefinden eigentlich einen sehr großen Schritt nach vorne macht, also, jetzt so aus, aus meiner eigenen Perspektive raus, ne, also alles, wo wir halt Angst vorhaben, oder alles, wo wir, wo wir negative Gefühle dem Gegenüber haben, das hat ja einen Grund, ja, und sich dem dann halt auch einfach mal zu stellen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich mein Problem, ne, oder wo genau hakt es denn jetzt, das kann durchaus sehr langfristige, positive Wirkungen dann halt auch mit sich bringen, ne, weil man sich einfach mal selber auch kennenlernt. Genau. Wir müssen das leider so ein bisschen abremsen, weil wir gucken auf die Uhr, das ist kurz vor Iternacht. Lasst uns noch schnell eben die Setzlinge und die Blütenschätze durchgehen und zum Ende kommen. Das Thema ist nicht uninteressant, wir können das ja vielleicht in einer der nächsten Ausgaben nochmal aufgreifen, was bedeutet denn eigentlich dieses auf sich selber zurückgeworfen sein und wie hat das positive, negative Konsequenzen, ist nicht uninteressant, aber für den Moment jetzt gerade terminlich nicht so gut, zeitlich nicht so gut. Komm, ich habe einen Setzling, den machen wir mal eben. Komm, Setzlinge. So, wir kennen den Johannes ohne Kuh, den märchenhaften Johannes und der hat jetzt ein neues Projekt, das heißt Plötzlich Piratin. Nach Puerto Partida und Acta Aurora ist das ein drittes Community Projekt, wo der Johannes sozusagen die Fäden in der Hand hält. Ganz genau weiß ich noch nicht, was es ist, es hat nämlich erst heute seine offizielle Bekanntmachung bekommen, also heute habe ich zumindest einen ersten Tweet darüber gesehen. Heute neu schrieb er da ein Wolf-Lies-Märchen mit Ketschkati und dem Märchen der Rabe und dann der Start des neuen Impro-Hörspiel-Podcasts Plötzlich Pirat und in Zukunft immer dienstags. Trailer gleich und erste Folge wurde heute Nachmittag gekündigt, habe ich noch nicht gehört, den Trailer habe ich reingehört. Ja, das ist in der bekannten, bunten Sprecher-Landschaft wie von Acta Aurora und Puerto Partida, also viele Leute, viele Stimmen, schöne Musik, mit Liebe gemacht, da sollte man unbedingt mal reinhören. Bisher habe ich nur einen Twitter-Account gesehen, der hieß Plötzlich Pirat, P-L-O-E Slich Pirat geschrieben, also müssen wir gucken. Aber als alles Gute und viel Erfolg mit diesem bestimmt schönen Projekt. Es gibt eine lanoinc.de Startseite Plötzlich Bede-Strich Piratin wird hier gerade ergänzt. Sehr gut. Das ist ein Setzling und dann kommen wir auch zum Ende schon zu den Blütenschätzen. Blütenschätze, die Sachen, die uns in der letzten Zeit irgendwie ins Auge gefallen sind, die uns zum Lachen gebracht haben, vielleicht zum Nachdenken gebracht haben, das kann ein Podcast sein, das muss kein Podcast sein und wir fangen mal an mit dem Blütenschatz von Lars. Was hast du uns mitgebracht, Lars? Ja, ich habe zwei Sachen dabei. Das eine ist eine Folge des Wirkstoffradio. Das ist ein wissenschaftlich orientierter, also naturwissenschaftlich orientierter Podcast mit André Lampe und Bernd Rupp und in der Episode 36 sprechen die beiden mit Ich habe den Tab verloren mit meinem Notizen Augenblick. Ich habe es sofort wieder. So, mit Prof. Dr. Hans-Dieter Höltje und mit diesem Herrn sprechen Sie über das Periodensystem der Elemente. Und ja, vielleicht geht es da vielen wie mir, dass sie so ein bisschen an den Chemieunterricht zurückdenken und denken, machen. Ich fand Chemie interessant, aber es war didaktisch in der Schule für mich also wirklich albtraumhaft, auch wenn Chemie eigentlich cool ist. aber diese Folge hat mir von daher gut gefallen, dass da richtig Leben drin ist. Also dieser Professor Höltje und André und Bernd sprechen über das Periodensystem, über die Entstehung, was die Systematik dahinter ist und tun das mit einem Enthusiasmus, den ich sehr ansteckend und wunderbar fand und ich fand es einfach super anzuhören und zwischendurch hatte ich da noch wieder so Erinnerungen, ach so war das gemeint damals im Chemieunterricht, da kam also altes Zeug wieder hoch, wo ich damals gedacht habe, ja was will der denn da von mir, der Typ da vorne, der mich da voll schmalt. Nein, also diese Podcast-Episode ist einfach sehr viel lehrreicher und ja unterhaltsam ist das falsche Wort, aber hält einen bei der Stange, weil wie gesagt, da ist Leben drin und kann ich nur empfehlen. Mein anderer Blütenschatz ist, ich glaube, das hatten wir noch nicht oft, kommt nicht aus der Podcast-Welt, sondern ist einfach eine Sache, die erzähle ich jetzt hier, weil die mich einfach wahnsinnig gefreut hat. Vor ein paar Jahren war ich bei einer Veranstaltung namens Extraschicht, die findet ja nahezu jedes Jahr statt im Ruhrgebiet und da während an vielen Veranstaltungsorten ja so ein bisschen in das Ruhrgebiet gefeiert, alte Zechen und so weiter, Stahlwerke und so weiter werden teilweise stimmungsvoll beleuchtet, es gibt Live-Musik, man kann überall was futtern und so weiter, also das ganze Ruhrgebiet wird ein großes Festival-Areal und da sind wir bei einer Veranstaltung mal gelandet, da gab es so eine komische Tanzdarbietung, da konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, aber da lief phänomenale Musik und nach dieser von einer Live-Band nachdem die das vorgeführt hatten, bin ich also zu dieser Band gegangen, habe gesagt, ich will diese Musik kaufen, die will ich gerne haben und da sagten die, naja, gibt es noch nicht, irgendwann kommt eine CD und dann habe ich die aktuelle CD damals gekauft und habe seitdem jahrelang auf diese CD gelauert und gewartet. Jetzt vor zwei Wochen oder drei Wochen habe ich die Band dann einfach mal angeschrieben, also nach x Jahren jetzt habe ich gesagt, wir haben damals bei der extra Schicht miteinander gesprochen und ich hätte immer noch gerne diese Musik und die haben die mir jetzt geschickt und das finde ich ganz großartig und feiert das ab, ja, die haben mir also fünf Musiktracks geschickt und da war eben der von mir gewünschte Song eben auch mit dabei und ich schicke denen demnächst auch noch ein bisschen Knete und kriege es dann auch noch mal auf CD für meine Sammlung. Das fand ich jetzt nach den ganzen Jahren irgendwie sehr cool und darüber freue ich mich sehr, weil ich diesen Song halt immer in einem Live-Mitschnitt bei YouTube mit zwischendurch angehört habe, wenn ich mal Bock drauf hatte. Jetzt habe ich eine Studioqualität und das gefällt mir sehr und das ist drum auch irgendwie ein Blütenschatz. Und wie heißt diese großartige Kapelle, dass man ihnen auch gedanklich zumindest danken kann? Sie heißen The Triff. Okay, also die haben ein gutes Gedächtnis auf jeden Fall. Ja, offenbar. Super. Schön. So ist es einfach schön. So ist es einfach schön. Schöner Blütenschatz. Sehr schön. Danke, dass du das erzählt hast. Ich habe diesmal keinen Blütenschatz mitgebracht, habe aber zwei Hörerblütenschätze zugeworfen bekommen. Der eine ist von dem Mark, dessen Zuschrift ich ja am Anfang schon so verhustelt habe. Er weist also auf die BBC News hin. There is no way what's a change from 1930 to today und Everything Alive 18 Jennifer Newspaper, zu denen ich jetzt tatsächlich noch nichts sagen kann. Ich habe nämlich vergessen, mich darauf vorzubereiten. Ich nenne sie hier einfach nur und verspreche, hoffentlich halte ich es auch, mich bis zum nächsten Mal näher, damit ich etwas mehr dazu sagen kann und entschuldige mich nochmal bei Mark, dass ich hier einfach meine Vorbereitung etwas vernachlässige. Das zweite ist etwas einfacher, das ist von unserem Hörer Lehauke, der schrieb, mein aktueller Blütenschatz ist Vrind 1082 bei ungefähr einer Stunde, wo Holgi den Podcast stoppt, um mal schnell in die Küche zu gehen. Das war so gewesen und dann gibt er uns hier einen entsprechenden Link. Das ist also Vrind Wissenschaft 1082 Fast Optical Bursts und da geht Olgi einfach mal zwischendurch weg, weil was kann schon wichtiger sein als Wissenschaft, nämlich der Gang zur Küche. Das hat ihm sehr gut gefallen und ich glaube, das ist auch bestimmt sehr witzig anzuhören. So, ich habe keinen Blütenschatz. Habt ihr spontanen Blütenschatz? Andi, hast du vielleicht etwas? Natürlich habe ich was mitgebracht. Super. Das sind jetzt einfach zwei Podcasts, die ich in der letzten Woche jetzt neu abonniert hatte. Einmal Crème de la Meme, also ich mag eh in Reply to All auch immer die Folgen, in dem es ist so ein Meme, was irgendwie auf Twitter läuft oder in anderen sozialen Netzwerken einfach mal durch erklären, wo kommt das her, wie kam es dazu und wie benutzen die Leute das und da ist es eben ein deutschsprachiger Podcast, der sowas tut. Es ist halt eine schöne Abwechslung zu diesen ganzen Corona-Dingern, die man sonst gerade so hört und das andere ist ein Podcast namens The Rabbit Hole. Da wird einmal, also sie fangen, ist es ein Spin-off von The Daily von der New York Times, gibt es aber als eigenen Feed und da gehen sie einmal auf diese ganzen Empfehlungs- Algorithmen ein, wie es in YouTube, Facebook und sonst irgendwas eingebaut sind, aber halt wirklich schön aufbereitet mit schön vielen Interviews mit Leuten, die da tatsächlich auch mal zu tun hatten, aber eben auf Englisch, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Das sind halt so hoch produzierte Podcasts, die ich auch sehr gerne höre. Wie das Ende ist, weiß ich noch nicht genau, also die letzte Folge war jetzt nicht die siebte Folge, die ich jetzt gerade angehört hatte, war jetzt gefühlt nicht so gut wie die anderen, aber schau mal einfach mal, kann man ganz gut wegbinden schon am Wochenende oder sowas. Und ansonsten, wenn ihr noch Empfehlungen von mir haben möchtet, einfach mal in meine Feed-Kuration schauen, das sind, was ich über die letzten Jahre immer so ganz gut fand mit drin. Und die heißt so wie dein Name oder hat die auch noch einen anderen Namen? Genau, Nutzer Andi und da die Empfehlung oder die Kuration-Empfehlung von mir, Link ist dann auch in den Shownotes. Ja, super. Dankeschön auch an dich. Claudia, hast du was? Sebastian, hast du was? Ne, ich mach's kurz. Oder habt ihr Mut? Ich mach's auch so kurz. Okay, ja, dann machen wir es kurz, damit wir alle ins Bett kommen, fortgeschrittene Uhrzeit und dann kommen wir zur Verabschiedung mit all diesen tollen Empfehlungen, die gerade der Andi noch mitgebracht hat und seine Feed-Kuration. Da ist sicherlich noch eine Menge mehr zu entdecken, kann ich auch nur empfehlen, grundsätzliches Feed- und auch Panoptikum als Podcaster-Datenbanken oder Podcasterinnen-Datenbanken oder Podcast-Datenbanken, wie sag ich es am besten, auf jeden Fall immer zu empfehlen. Da kann man auch einfach mal eine Stichwortsuche zu einem Thema seiner Wahl eingeben. Wenn euch Goldfische interessiert, gebt einfach mal Goldfische ein, mal gucken, ob ein Podcast über Goldfische dabei ist. Kann durchaus sein. So, um mich jetzt nicht aber hier zu verquatschen, ich möchte zum Ende kommen und ich danke ganz herzlich allen, die mit uns heute jetzt hier die Live-Aufnahme gemacht haben. Im Chat ist nicht mehr ganz so viel los. Also der Nerd-Talk hat doch einige, ja, so ein bisschen abgeschreckt, kann ich verstehen. Aber ab und zu ist das ja auch mal ganz interessant, einfach mal in die Tiefen einzusteigen. Auch wenn man nicht alles versteht, aber einfach mal so ein bisschen eine Ahnung zu kriegen, was ist denn da eigentlich diese Welt der Entwickler und wie funktioniert die? Also ich finde das, auch wenn ich kein Entwickler bin und ungefähr immer nur die Hälfte verstehe, trotzdem interessant zu gucken, wie ist denn da so eigentlich das Herangehen und wie ist denn da die Sicht auf die Welt? Deswegen möchte ich ganz besonders unserem Gast danken, dem Andi, der das heute so schön auf den Punkt gebracht hat, der auch nochmal so ein bisschen GitHub und diese ganze Idee erklärt hat. Und ja, einfach ein sehr angenehmer Gesprächspartner war hier heute in unserem Sendegarten auf unserer Gartenbank. Dankeschön, Andi. Gerne. Prima. Und ich danke natürlich den drei restlichen Sendegärtnern, die mit mir hier dabei gewesen sind. Also drei, ich danke mir auch. Schadet ja auch. Ne, da sind es vier. Ach du lieber Gott, ich kann gar nicht mehr zählen, siehste. Also ich danke der Claudia. Dankeschön, dass du da warst, Claudia. Danke auch. War wieder ein schöner Abend. Und der Dank geht auch an den Lars. Vielen Dank. Wie immer gerne. Und den Sebastian, den wollen wir nicht vergessen. Dankeschön, Sebastian. Gerne. Super. Und dann wir alle danken den Hörenden, also die, die es jetzt gerade live verfolgt haben oder denjenigen, die Podcast so nutzen, wie es eigentlich gedacht ist, nämlich als ein Medium, was man zeitsouverän, themensouverän hört. Also wenn ihr uns auf den Ohren habt, irgendwann und nicht gerade zu nachtschlafender Zeit wie jetzt, dann seid ganz, ganz herzlich gegrüßt und der Dank geht an euch für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Und damit gehen wir in die Nacht. Ja, und bleibt einfach abständig, solange dieses Virus da draußen sein Unwesen treibt, damit wir alle gesund und munter bleiben und uns hoffentlich irgendwann auch mal wieder zu solchen Veranstaltungen wie Subscribe oder Podcaster treffen oder Meetup oder ach, was es alles gibt, Podstock, Kongress und so weiter irgendwie mal wieder sehen und treffen können und den direkten Kontakt haben. Auch wenn das über Online-Varianten ja ganz schön ist, aber das Allerbeste ist natürlich, wenn man sich auch mal einfach so Auge in Auge gegenüber sitzen kann. Okay, bis das so ist, bleiben wir einfach gesund, halten die Augen offen, vor allem bleiben wir gut gelaunt und halten Abstand. Wir gehen die Nacht. Also, tschüss zusammen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschau. Tschau. Tschüss. Tschau. Tschau.